Cookies, Comic-Cookies, lecker! So, Big Storm, wo ist denn der FNAPS? Jetzt fängst du mit demselben bescheuerten Satz an, was soll ich denn da drauf sagen? Hier gibt's keinen Schnaps, trink keinen Alkohol, so jetzt ist es amtlich, ich habe mich geoutet der Welt gegenüber. Naja, jetzt haben wir schon mal eine Entschuldigung. Green Storm trinkt keinen Alkohol. Naja. Ja. Deine andere Identität auch nicht. Meine andere Identität auch nicht. Naja, gut. Alkohol. Ja, warum frage ich nach Schnaps? Weil wir haben die Episode Nr. 55. Natürlich, natürlich. Ich sagte es gerade noch in der Vorbereitung, aber nun ja. Ich habe festgestellt in der Episode mit einer unbekannten Dame, die du gemacht hast, dass Alkohol auf dich stimulierend wirkt und enthemmt und da habe ich beschlossen, das ist nichts, was ich hier gutieren sollte. Nee, ich habe mich da auch sehr für geschämt, aber es ging glaube ich noch gerade so, oder? Also es war deine beste Episode generell. Ja, ja. Bloß, da war natürlich auch Weibsvolk anwesend, deswegen weiß ich nicht, liegt es einem Alkohol oder einer Dame, das kann ich jetzt nicht sagen. Na, das liegt am Alkohol. Okay. Ohne jetzt der Dame nahe drehen zu wollen, aber es liegt am Alkohol. Oh, dann meistens, wenn ich gesprächig werde. Ja. Ja. Ja, das eine oder andere Erlebnis gab es ja schon, ja. So, wie hast du denn, jetzt kommt eine provokative Frage, Achtung, wie hast du denn die Buchmesse verbracht? Ja, sehr entspannt diesmal, also wie in den letzten Jahren auch immer, ich war dann doch nicht da, aber ich denke, du wirst ja einiges zum Comics-Satelliten erzählt haben und vielleicht hast du auch ein paar O-Töne gemacht. Was ist das, was ich? Ja. Das können wir schon wieder rausschneiden. Nein, es bleibt natürlich drin, nein, beim Comics-Satelliten selbst, ich habe es ja in der letzten Episode eigentlich gesagt, dass ich da mehr oder weniger mal vorbeigucken will, aber es hat sich dann doch wieder nicht ergeben, weil die letzte Folge auch bei mir, äh, die letzte Folge, die letzte Woche auch bei mir ziemlich voll war, also so terminlich, weil, äh, wie schon angekündigt war, ähm, das T3 einer der Austragungsorte. Und da habe ich mich so ein bisschen dazu bereit erklärt, auch auszuhelfen wieder mal und, ja, habe dann eher die, äh, Termine wahrgenommen. Und am Donnerstag, wo ich mir den einzigen Termin mal, äh, vorgenommen hatte, das war dann das Kino, die Kinovorstellung vom, vom Nichtlustig, äh, habe ich dann so gedacht, äh, oder hat es sich dann ergeben, dass wir dann doch in gemütlicherer, kleinerer, Runde irgendwas gemacht haben, ähm, weil die Zeit, wo das Ganze losging, für die meisten relativ ungünstig war. Ja, welche Uhrzeit war das? Um 18.30 Uhr. Das ist Abendbrot, ne? Das wäre jetzt für dich, nee, da sind jetzt tatsächlich die meisten erst aus dem Geschäft gekommen und hätten das nicht rechtzeitig geschafft. Ja, für mich wäre es gut gewesen. Also von daher, für dich wäre es optimal gewesen, aber, naja. Okay. Hättest du dir das auch angeguckt? Das nächste Mal. Das ist, ja. Ja, es ist halt noch, es kam noch erschwerend hinzu, gut, erschwerend in Anführungszeichen, dass das Ganze, äh, 10 Euro gekostet hat an Eintritt für das Kino. Ja. Was dann einige, was ich auch wiederum nachvollziehen kann, äh, für zwei Episoden nicht lustig, dann doch etwas zu viel fanden. Ja, zumal ja relativ viel auch auf YouTube und so, äh, zu sehen ist halt, wenn man es gar nicht kennt. Naja, und dadurch, dass ich jetzt Unterstützer bin, habe ich ja jetzt auch nicht so die, die zwingende Notwendigkeit gesehen, weil ich ja die Episoden dann sowieso bekomme. Natürlich hätte das in so einem Ambiente nochmal, äh, eine andere Wirkung gehabt, aber das macht dann auch, glaube ich, in der Gruppe mehr Spaß. Und wenn die anderen dann keine Zeit haben, äh, ist es dann halt natürlich, ähm, ja, einfach, einfach, also da allein hinzugehen, ist dann auch nicht so meins. Ja. Ja. Ähm, aber MT3, was war da für eine Veranstaltung? Also da hatten wir, äh, den, den fast schon traditionellen, äh, Signiertermin mit David Boller. Ja. Am Dienstag. Dann, ähm, äh, Freitag war ein junger Italiener da, Manuel Fiore. Was macht der so? Äh, der hat einen Comic gemacht namens, uff, wie kriege ich es jetzt auf die Reihe, Dorsey Chroniken? Mhm. Oder so, glaube ich, ja. Also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber, äh, ja. Hast du es dir auch geholt? Ja, ja, klar, also sowas kaufe ich mir ja dann immer, wenn so ein Signiertermin ist. Und, ähm. Ich nehme an, du wirst im nächsten Podcast dann davon berichten. Hm, vielleicht, mal gucken. So, und am Sonntag, der eigentlich als, äh, verkaufsoffener Sonntag, warum eigentlich, komme ich gleich nochmal dazu, geplant war, ähm, hat dann noch der gute Vitali Konstantinov signiert. Der hat einen Comic rausgebracht, äh, bei Knesebeck und zwar Leben und Werk von Dostoyevsky. Mit der Abkürzung FMD. Mhm. Ähm. Warum eigentlich verkaufsoffener Sonntag? Naja, gut, die Stadt Frankfurt überlegt sich natürlich immer, an, an was für Sonntagen können wir das machen. Und da ist so ein Messesonntag natürlich immer ein Highlight. Mhm. Und, äh, es ist, glaube ich, zuletzt schon bei der Musikmesse, äh, mächtig schiefgelaufen. Da hat man das kurzfristig, äh, am Freitag vorher abgeschmettert, Freitagnachmittag. Und hier war es jetzt wieder genauso. Also am Freitagnachmittag hat man, äh, seitens der Gewerkschaften und der katholischen Kirche. Das ist angeprangert. Das ist angeprangert, dass der Papa, äh, da in den, in die Stadt zum Arbeiten muss. Richtig so. Ja. Machst du den ironischen Unterton noch ein bisschen? Nee, das ist kein ironischer Unterton. Sondern ich finde, ähm, die Leute können samstags einkaufen, also ich brauche keinen verkaufsoffenen Sonntag. Ja, nur, äh, das Problem, was ich halt damit habe, ist, äh, es stehen der Stadt vier verkaufsoffene Sonntage zu. Und die werden natürlich so geplant, dass die eigentlich an so einem Tag stattfinden. Ja, ich sag mal, Buchmesse ist natürlich, da ist generell natürlich mehr los als sonst. Aber ich habe auch gelesen, die Taxifahrer sind sehr unzufrieden mit den Gästen von der Buchmesse, weil die meisten kommen am Bahnhof an, fahren dann den Kilometer zur Messe. Und im Gegensatz, also zur IAA, sagen die dann, die Besucher der Buchmesse, dann halt mal nicht hier, fahrt mich mal vor die Stadt zum FKK-Club oder sowas. Also das ist bei den Taxifahrern, ja, exakt so. Du machst aber einen Nebenkriegsschauplatz auf. Exakt das stand da drin, dass sie, der Buchmesse-Besucher ist wohl nicht so FKK-Club-affin. Ja, das mag gut sein, aber nichtsdestotrotz, also ich finde halt das Wiedern halt, äh, ein bisschen widerlich, ne, weil, äh, das dann am Freitag Nachmittag, na gut, natürlich geht das, muss das nochmal durch Instanzen hindurch und so weiter und so fort. Ich verstehe es schon, aber ich finde es trotzdem irgendwie, äh, vor allem auch, äh, was ich halt immer noch ein bisschen blöd finde, ist, dass sich die katholische Kirche halt, äh, das rausnimmt, weil sie ist der Arbeitgeber, der sonntags den Leuten Arbeit gibt. Ja, schlechthin, ja. Ja gut, der macht ja sonst unter der Woche nicht so viel, der Priester, ne. Ja, 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 aber dann mit dem Argument zu kommen, sonntags, ne, und so weiter, naja, gut, egal. Äh, dass du die Kirche, oh, du bist hier, äh, Anwalt der Kirche. Nein, also, als, nee, äh, aber als, äh, als, äh, als Gewerkschafter, äh, ja, als Gewerkschafter kann ich's, ja. Ist das natürlich, weil gerade im Einzelhandel arbeiten jetzt natürlich nicht gerade die hochdotiertesten Leute halt, ne, und, äh, weiß ich jetzt nicht, ob die das immer so, so toll finden, wenn die dann, äh, irgendeinen Extra-Tag haben, aber, anyway. Ja. Wir sind ja kein gesellschaftskritischer Politik. Bisschen kann man da schon mal mit reinnehmen, aber, wie gesagt, äh, schreibt uns doch mal eure Meinung dazu, schreibt's in die Kommentare. Nein, Quatsch, äh, es soll ja hier um Comics gehen. Genau. Was dann allerdings trotzdem stattgefunden hat, war der Signier-Termin, der wurde dann halt nur von einem im Laden ausgerichtet. Mhm. Und, ähm, äh, ich hab da auch wieder noch ein bisschen mitgeholfen und dann hatte ich das von 15 bis 17 Uhr so hingezogen und durfte halt nichts verkauft werden. Also, die Bücher mussten bei Bedarf entweder schon vorher gekauft werden oder dann im Laden gelassen werden müssen und dürfen dann halt beim nächsten Mal, äh, dann mitgenommen werden, wenn sie bezahlt sind. Genau. Ja, so war das dann. Also, das ist, das ist verbindlich. Ich kann nicht als einzelnes Geschäft sagen, mach ich halt sonntags auf, sondern es geht nur am verkaufsoffenen Sonntag oder was? Ja. Okay, das war mir auch nicht bewusst, weil ich dachte, das ist nur, dass alle dann aufmachen können. Mhm. Ja, gut, äh, die, äh, ja, man gibt halt, äh, einer gewissen Region, sag ich jetzt mal, oder einen bestimmten Bezirk oder was auch immer, dann die Möglichkeit zu öffnen. Mhm. Den Läden, ne, also es ist dann halt, ne, und wenn es dann, ja, gut, also man darf dann halt einfach nichts verkaufen an dem Tag. Ich denke, es war aber trotzdem gut besucht, ne? Wobei sich die Buchmesse dann ja lustigerweise wahrscheinlich auch nicht dran hält, denn die verkaufen am Sonntag wiederum, also, naja, gut. Ja, die Buchmesse, die verscheuern Reste dann am Sonntag, ne? Richtig, ja, 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 ich erinnere mich. Aber sie verkaufen trotzdem, ne? Ja. Also, irgendwie ist das alles so ein bisschen merkwürdig, naja, gut. Ja, das, das Fassbuchmesse haben wir ja schon des Öfteren aufgemacht, ähm, für mich auch unverständlich, warum an den anderen Tagen nichts verkaufen, weil das wäre jetzt wirklich was, wo man sich sehr gut eindecken könnte halt, ne, aber, ähm, ja, dann ist es halt so. Ist ja, auf der Leipziger Buchmesse ist es mein, oder war es früher zumindest mal so, dass da mehr verkauft werden durfte, da gibt's, gab's direkt irgendwie so ein, so ein kleinen Buchladen, glaube ich sogar, ne? Es ist vielleicht natürlich auch ein gewisses Zugeständnis an Buchhandel, ne, weil wenn sich alle Leute da schon mit eindenken. Ja, ich meine, Ausnahme war auf der Comic, äh, auf der Buchmesse hier in Frankfurt sogar der Comic-Bereich früher, weil da gab's ja immer noch diesen kleinen eingebetteten Comic-Shop. Ja. Weil man das halt auch mit Signieraktionen und so weiter verbunden hat und die haben da irgendwie eine Ausnahme bekommen sogar, also die durften zum Samstag, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, ich war ja nicht da, aber, ähm, ja, genau. Sehr schön. Ja. Und? Comic-Action warst du auch logischerweise nicht. Nee, aber du warst ja in, in Kanada. Ich war in Kanada, ja, sollen wir jetzt Urlaubsbesprechungen machen? Habe ich eigentlich den Basti schon versprochen. Hast du denn da was Comic-Bezogenes, äh, gefunden? Ich habe einen schönen, oh, das war ja, das ist eine schöne Anekdote. Ich habe einen, äh, Comic-Laden gefunden in Toronto, der heißt, äh, oh, wie heißt der, äh, irgendwas mit Snake, äh, oh mein Gott. Ich habe einen Namen. Also, der Comic-Laden in, äh, in, äh, 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 Snake, irgendwas mit Snake, aber hat Comic nicht im Namen. Jedenfalls, ähm, äh, äh, sehr schöner Laden, also, so, Comic-Laden halt ganz normal erstmal, ähm, das Aktuellste in den Regalen stehen, viele Action-Figuren, leider nur aktuelle. Mhm. Was mich ein bisschen geärgert hat, weil wenn, dann hätte ich ganz gern ältere genommen. Also, gut, in, in der Vitrine gab es da noch ein paar ältere, da habe ich tatsächlich auch drei Stück gefunden, die ich noch nicht hatte, aber, ähm, ja, die waren dann halt schon ausgepackt und, und nicht mehr in der Verpackung und so weiter und so fort. Mhm. Aber was noch schön dabei war, äh, war halt ein kleines Kaffee vorn dran. Mhm. Also, das heißt, man kann dann direkt die Comics, die man da im Laden kauft, auch direkt erstmal gemütlich lesen oder reinlesen oder wie auch immer. Es ist direkt ein kleines Kaffee vorn dran, wo man sich so, ähm, ja, ganz normal Kaffee und Gepäck ein bisschen eindecken kann. Eigentlich optimal für die Comic-Cookies. Ja, also, das ist, ähm, eine schöne Sache gewesen. Schöne Kombination, die, ja, die ja so häufiger mal stattfindet. Also, äh, in, in Brüssel gab es ja auch sowas, da gibt es das Comics-Café. Das ist aber im Grunde ein Restaurant, was, ähm, ja, Comic-mäßig geschmückt ist oder dekoriert ist. Mhm. Ja. Ja, da kam ich auf meinem, äh, Brüssel-Aufenthalt, äh, vor kurzem leider nicht zu. Da war ein sehr gestrecktes Programm. Ach ja, das stimmt. Du warst ja in Brüssel. Ja. Leider so Comic-mäßig gar nichts. Ja, gut, ich hab, die ein oder andere Hauswand hab ich halt zufällig gesehen. Ja. Und auch die, das ist ganz schön, ich hatte gegenüber vom Hotel, ähm, gab's, äh, der Skorpion in der Hauswand, hatte ich auch getwittert. Jetzt weiß ich, wo dein Hotel ist. Bei der, bei der französischen Botschaft gegenüber war das. Ja. Und, ähm, ansonsten hab ich noch in der Stadt die mit Tim und Struppi gesehen, diese, wo die so Treppen hochlaufen. Ja. Und eine S-Bahn, da war natürlich auch Werbung für das, äh, RG-Museum drauf. Also ist schon schön, wenn das einfach so im Stadtbild vorhanden ist. Aber ich muss sagen, Brüssel hat mir als Stadt so sehr gut gefallen. Ja. Was ich gesehen, wie gesagt, war jetzt keine touristische, äh, Veranstaltung, wo ich da war, aber natürlich abends oder sowas geht man ein bisschen durch die Gegend, guckt sich das an und typische, äh, Touri-Tour mal durchs. Ich, auf dem Marktplatz und Mannekenpiss und sowas haben wir natürlich auch mal kurz gemacht. Mhm. Aber es war halt nicht die einzige Beschäftigung, die wir da hatten. Ja. Und, ähm, ja, aber eine sehr angenehme Stadt, könnte ich mir durchaus vorstellen, nochmal hinzufahren. Mhm. Und das, wo ich eigentlich nicht so sehr stadtaffin bin. Ja. Ähm, ja. Ne, Brüssel ist auch immer ein Reise wert, also. Ja. Ähm, die Leute waren relativ entspannt, auch wenn für uns das natürlich seltsam anmutet, wenn, äh, wenn du Armee, äh, überall verteilt in der Stadt hast, ne, nach den Anschlägen hast du überall noch, ja, äh, junge Herren, sag ich mal so um die 20 rum, die mit dem Sturmgewehr und kompletten Gerödel halt da rumstehen. Naja, gut, das hast du halt jetzt, das prägt dann halt so eine Stadt. Ja, ist aber, hier in Deutschland ist es halt nicht so verbreitet halt, ne, also das, ähm, das, äh, zeigt aber auch, dass da wahrscheinlich auch, äh, es gab ja Probleme in der polizeilichen, äh, Entwicklung da, da ist das auch ganz verquer mit, äh, da gibt's noch unterschiedliche Polizeien und wer ist wo zuständig und da merkst du halt, dass zu wenig, äh, Polizeipersonal dafür da ist, weil die ist ja eigentlich für die innere Sicherheit zuständig und nicht die Armee. Also, und, ähm, klar, in Deutschland gibt's eine besondere Verpflichtung, äh, da sehen wir das mit Militär in den Straßen jetzt auch nicht so wirklich gerne halt, ne, aber, naja, also es ist trotzdem komisch, wenn du nachts um die, um die Ecke läufst und es laufen dir drei Schwerbewaffnete entgegen oder sowas halt, ne, und das, ich mein, die waren alle nett und freundlich, das jetzt nicht so wie, sag ich mal, in den einen oder anderen arabischen Land, äh, wo du dir dann doch, äh, Sorgen machst, wenn du da, äh, in Dunkelheit jemandem mit, mit, mit der AK-47 begegnest, ja, ähm, der möglicherweise nur da ist, was zu bewachen, ist alles nette Menschen, aber es ist trotzdem noch, und gerade in so einer Stadt, die, die mega entspannt ist eigentlich auch, also, da waren sehr, sehr, trotz, dass da durch, äh, Europa, Parlament und EU-Kommissionen, was auch immer, äh, relativ viel los ist, sind die trotzdem noch relativ entspannt halt alle. War halt, als wir da waren, noch gar nichts von, weil, ähm, da waren die Anschläge ja noch nicht, also, das war ja erst danach, ähm, wo es mir aber schon mal ziemlich aufgefallen ist, war am Disneyland, dass da immer mal so ein paar, also, wirklich nur zwei oder drei, also, überhaupt nicht viel, ähm, schwerbewaffnet rumliefen oder auch am Eiffelturm schon und sowas, also, da ist mir das dann eher schon mal aufgefallen. Ja. Aber, ja, gut, das ist dann halt jetzt so, also, wenn da so eine Stadt, so ein, so ein Schicksalsschlag erlebt, dann hast du halt da überall Wachen oder Uniformierte, sag ich mal, irgendwo, äh, rumpatrouillieren, ne? Mhm. Auch um vielleicht ein bisschen das Sicherheitsgefühl zu verstärken, unter der Bevölkerung und so weiter und so fort, ne? Ja. Ja. Aber egal, wir sind ja heute eigentlich hier, um über Comics zu reden. Ja, also, irgendwie haben wir heute. Takt ist abschweifend. Ja, macht ja auch mal nix. Wir haben hier schon einen Leser auf deinem Comic, hier hat sich nämlich mal den Käfer reinverirrt. Ja. Ja. Der steht offensichtlich auf deinem Batman-Comic. Batman-Comic. Aber da du nur zwei dabei hast, sollte ich, sollte ich vielleicht mit irgendwas anfangen, ne? Ja, was haben wir denn gelesen? Batman-Comic ist übrigens nur die halbe Wahrheit, wie wir nachher feststellen werden. Aber gut. Ja. Weil da wird sich nämlich der Sepp ein bisschen freuen. Äh, oh, iZombie. iZombie. Ähm, iZombie Band Nummer 3 ist erschienen und ich hatte ja schon von den anderen Bänden dieser Serie, die ich regelmäßig lese, berichtet. Ähm, großes Kriterium für mich ist natürlich die ganze Zeit Michael Allreds Zeichnungen, die, äh, ja, gigantisch sind wie immer, ne? Die einen lieben sie, die einen hassen sie, sein, auch sein, sein, äh, die, die Farben, die seine Frau meistens, ähm, also die Laura Allred koloriert. Ist halt immer Bonbon-mäßig, auch wenn hier natürlich sehr viel, ähm, Horror-Themen vergeben sind, ist es trotzdem immer noch schwer bunt. Das ist halt im typischen Allred-Stil. Ähm, aber geschrieben hat das ganze Chris Robeson. Ja. Und deswegen ist es auch nicht ganz so durcheinander, wie das manchmal passiert, wenn nur Allred, äh, die Geschichte sich ausdenkt. Mhm. Ähm, was mir an den ersten beiden Bänden immer etwas komisch vorkam, ist halt, dass immer vieles im Dunkeln gelassen wurde. Ich mag dieses Stile-Element, das, äh, ich fange mitten in der Geschichte an und erzähle erstmal nicht viel, was passiert ist, bin ich nicht so ein Freund für. Also, ich sage, eine gute Geschichte kann auch chronologisch erzählt werden und das war mir da teilweise etwas viel, aber es wurde immer mehr aufgedeckt, schon im Band 2 und im Band 3 wird es jetzt relativ deutlich, wo das herkommt. Große Frage. Ist das der Abschlussband, oder? Ne, das ist noch nicht der Abschlussband. Okay, ich glaube, einen gibt's noch. Ähm, da, da werden wir noch was erleben. Ähm, die Hauptperson ist natürlich nach wie vor, ähm, die Gwen, die ein Zombie ist und sich halt, von Gehirn ernährt, aber halt nicht so, äh, 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 Zombie, sondern, ähm, wenn sie Hirn isst, kann sie sich ganz normal menschlich halt, äh, verhalten. Sie sieht auch auf den ersten Blick nicht, äh, aus wie so der typische Zombie, den wir von The Walking Dead oder von woher auch immer kennen, sondern ist doch recht gerade gewachsen und, ja, so ein typisches, äh, Allred Girl, wie, also im Stil, wie er die halt auch, äh, offensichtlich präferiert. Okay. Ich müsste mal, ich müsste mal recherchieren, wie die Laura aussieht, ob die auch so diesen, diesen Look hat, den er hier immer, äh, den Damen angedeihen lässt. Und, ähm, ja, das war halt auch die ganze Frage, warum ist sie eigentlich tot? Also das, das wusste sie halt nicht mehr, da lag vieles im Dunkeln und da nähert sich das Ganze schon an. Und auch von einem, äh, Charakter, ich glaube, es, äh, ist der, ähm, Horatio, also einer der Monsterjäger, die in diesem Band vorkommen, wird einfach mal die, seine Vergangenheitsgeschichte komplett beleuchtet und das wertet die Serie für mich sehr auf, halt, ne, Weil im ersten Band war es noch so, ja, ich streue jede Menge, äh, Horrorfiguren und jede Menge, ähm, junge Menschen. Also die Horrorfiguren sehen dann auch nicht wirklich, äh, fies aus, sondern sind meistens, ne, schön anzusehen. Und, äh, in eine Geschichte und erklären kann es später, aber mittlerweile ist es da sehr weit gediehen. Es kommt auch zu großen Auseinandersetzungen mit den, mit den Monsterjägern, aber auch mit den Vampiren, die drin vorkommen. Es gibt natürlich noch alle möglichen Zombies und Gwen hat natürlich dauernd das Problem, dass sie ja mit einem der Zombiejäger verbandelt ist. Okay. Der aber nicht weiß, dass, äh, sie, äh, ein Zombie ist, ne, und eigentlich würde sie ja dann eliminieren, wenn er herausfindet, dass sie ein Zombie ist. Und, äh, ja, da spinnt sich die ganze Geschichte drum. Ja. Und, äh, wie man sich denken kann, irgendwann wird auch der Moment kommen, wo das enthüllt wird. Mhm. Und da wird er natürlich nicht unbedingt begeistert sein, äh, über diesen Umstand halt, dass er mit einem Zombie rumgemacht hat. Ähm, ja. Ja, gut. Ich bin nach wie vor sehr konstante Serie, ähm, wer solche Geschichten wagt, wie, wie Allred's Madman oder sowas, der kann nichts daran falsch machen. Mhm. Ähm, er hat ja seinerzeit auch den Silver Surfer, den ich sehr gelobt habe, äh, gestaltet. Also, wie gesagt, schaut mal rein, wenn euch der Stil gefällt, äh, dann solltet ihr auf jeden Fall zugreifen. Mhm. Ähm, eine weitere Serie, die ich, äh, verfolge, ist die Expedition. Ähm, eine Albenserie, die jetzt... Friedsturm, die ich liest Alpen. Ja. Ja. Sodass ich das noch erleben darf. Ja, ich hab ja immer mal ein Album gelesen, ne? Ja, aber jetzt, jetzt gefühlt mehr, oder? Also, durch Panini, oder? Ja, es, Panini hat ein paar Sachen halt, die mich, äh, sehr interessiert, es sind halt auch logischerweise wie immer Sachen dabei, die mich überhaupt nicht interessieren. Ähm, aber die Expedition ist natürlich hier, ähm, von, von Fruzen, äh, gezeichnet und das ist natürlich immer ein Kaufgrund. Von Fruzen? Fruzen. Achso. Fruzen, der Zeichner. Ja. Ähm, der auch damals Loveless gezeichnet hat. Und das, äh, war gleich ein Kaufkriterium für mich. Ja. Weil es halt eine Albenserie ist, aber im sehr amerikanischen Look durchaus. Also, und, ähm, ja, es ging um eine römische Expedition, die tief in das Herz Afrikas vordringt, ähm, sich im Dschungel mit, ja, Elefanten, mit, mit allen möglichen Getieren, was in Afrika rumspringt, auseinandersetzen muss und die Reaktionen darauf, äh, sind natürlich ganz anders, weil die diese Tiere noch nie gesehen haben. Also, für die sind das wahrlich Monster und, ähm, ja, in diesem Band ist die Expedition schon, also in Band 2, sehr weit vorgedrungen, haben auch sich im letzten Band ja schon, äh, einen afrikanischen Führer, äh, angeheuert. Mhm. Kämpfen dann auch mal gegen solche Monstren wie einen riesigen Gorilla oder sowas, aber das sind so, also es geht wirklich nicht um die Kämpfe, wie wir das aus so einem Superhelden-Comic kennen, sondern einfach um das Erlebnis, wie wirkt Afrika auf die. Und, äh, ja, es kommt, wie es kommen muss, ähm, sie geraten in eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Stämmen, die, äh, seit Jahrtausenden wahrscheinlich schon verfeindet sind und die fackeln dann natürlich nicht so lange und, äh, die stolzen, äh, Römer, die sich natürlich auch so ein bisschen als, als Schatzsucher und Eroberer betätigen, ja, nach dem Motto, ähm, also die, die Afrikaner, die müssen nur auf uns gewartet haben, damit sie von uns regiert werden können, äh, die werden dann erstmal schön versklavt. Und müssen in einer Mine arbeiten für einen, äh, Stamm. Ja. Und, äh, dann hatte ich so ein bisschen das, das Feeling von Apocalypse Now. Ja. Ne, da geht's ja drum, äh, amerikanische, äh, GIs dringen Tiefe in den Dschungel vor und so weiter und so fort und sehr unterschiedlich reagieren diese, ähm, Teilnehmer an dieser Expedition auch da drauf. Und einer, ja, dreht mehr oder weniger ab und, ja, wird zu so einer Art, ja, hat das Gefühl, er hat magische Kräfte und so weiter und so fort und da wurde wirklich einiges, was wir bei Apocalypse Now gesehen haben, ähm, offensichtlich nochmal, äh, aufgefrischt. Ja. Ja, damit, um mit dieser Situation plötzlich vom, von, von, äh, den, den weltbeherrschenden Römer, äh, zum, zum Sklaven degradiert worden zu sein. Und, äh, ja, die unterschiedlichen, äh, Verhaltens, äh, Maßregeln, ähm, ja, die kann man dann in diesem Band, ähm, bewundern, ja, also da, da wird auch nichts, äh, keine menschliche Scheußlichkeit, äh, ausgelassen. Natürlich kommt's, äh, zu gewalttätigen Übergriffen, zu, äh, zu, äh, Vergewaltigungen, ja, und, ähm, ja, bildgewaltig wieder mal dargestellt von, von Frozen. Also, das ist wirklich eine wunderbare Serie, die man sich auch gönnen kann, wenn man nicht nur Albenfan ist, weil, wie gesagt, es hat sowas optisch, was sehr Amerikanisches, äh, wie gesagt, Loveless hat er gezeichnet. Und, äh, ja, es ist auch so eine gewisse Grenze zwischen Mystik und, äh, Historie, die hier, äh, für meine Begriffe noch nicht übertreten wurde, also es war jetzt noch nicht so der megamagische Auftritt oder sowas, dass es in Fantasy ab, äh, sondern, ja. Ich hab grad einen anderen Podcast gefeatured. Wieso? Megamagisch. Machen die wieder was? Ich hab schon lange nichts mehr. Äh, äh, ich hab da jetzt auch schon länger nichts mehr. Sehr schön, wenn ich mal wieder was davon hören würde. Ja, klar. Aber, ähm. Aber Proforma gibt's den ja noch. Also, es gab ja keine, ja. Es wär schön, wenn da mal wieder was, aber, hm. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, die Expedition durchaus eine gute Serie, die man, äh, sich, wenn man sie noch nicht kennt, mal näher anschauen sollte. Und ich glaub, es kommen noch zwei Bände oder sowas, dann wäre auch das abgeschlossen. Also, das wird nicht so ein endlos Ding wie mein nächstes Projekt. Ah, ja. Wo ich natürlich fast in jedem Podcast was dazu sage. Komisch. Ja. Weil ich's halt auch durchgängig lese. Also, das ist, ähm, das ist nach wie vor Trigern. Ja. Und, ähm, ich mag einfach, äh, Don Lawrence als Zeichner sehr gern. Und dadurch, dass Panini das jetzt neu rausgebracht hat, hole ich mir natürlich auch jedes Album. Und, ähm, das hier ist in der Tat, äh, ja. Zeigt dieser Band wieder sämtliche Stärken und Schwächen auf, halt, die, die diese Serie hat. Es ist der erste Band, der wirklich eine durchgehende Geschichte, also in Alpenlänge hat. Ne, ne, die Sachen sind natürlich früher in Einzelepisoden erschienen, was sich immer noch auswirkt, dass die Spannungsbögen teilweise von, von, auf zwei, vier oder fünf Seiten ausgelegt sind. Und, dass da immer episodenhaft, äh, was dazu kommt. Dieses Mal ist es so, dass es Nachwuchs gibt auf Trigern. Denn Trigo, der Herrscher von Trigern, hat plötzlich, hat plötzlich Drillinge. Ne, die Frau von ihm wird ja in dieser Serie, die aus den 60er Jahren stammt, äh, nicht so viel, also da wird nicht so viel drüber geredet, wie die zustande gekommen sind oder ob die Frau, wie es dir eigentlich so geht und so weiter. Sind halt einfach da. Ja, und, äh, es geht los mit einer Szene, da wird was verlesen auf dem Markt und, äh, Trigos Bruder Prag, ähm, ist nach der Geburt, äh, dann, äh, guckt sich den Nachwuchs an und sieht absolut erschüttert aus. Man denkt, oh Gott, was ist, haben die Kinder zwei Köpfe oder so? Nein, es sind drei Kinder und das ist auf dem Planeten Trigo. Trigo, müssen dann drei Kinder sein. Ja, ist aber keine gute Sache, weil es kann nur eine Thronfolge geben. Ach ja. Jetzt könnte man einfach sagen, man macht, wer als erstes geboren wird, wird eine Thronfolge, aber es ist sehr, sehr schwierig und es ist tatsächlich so, dass zwei von diesen, äh, Kindern, äh, von, äh, von einer Amme verbannt werden und, äh, dann, äh, einer jungen, also, einer jungen, äh, jungen Dame des fahrenden Volkes ausgehändigt werden, sodass nur einer Prinz werden kann. Aha. Und dieser ganze Band, ja. Kobold. Willkommen in meinem Leben. So geht's mir. Äh, und dieser, äh, dieser Band handelt davon, Ja. Äh, wie die, äh, drei Prinzen aufwachsen und, äh, was ihnen so widerfährt. Ach ja. Ja. Ähm, es ist. Also, wie die unter, in der unterschiedlichen, äh, oder in ihrem unterschiedlichen. Ja. Umfeld dann aufwachsen. Genau. Ah ja. Und, ähm, da kann ich schon so viel verraten, also, es ist nicht alles Eitelfreude Sonnenschein. Mhm. Also, ähm, wir werden kein schönes Happy End erleben, äh, in dem alle drei Prinzen gemeinschaftlich über, über Trikot herrschen. Ja, sondern, ja, es ist, äh, es ist abzusehend, da familiäre Geschichten hier nicht so viel die Rolle spielen. Es ist natürlich die typischen Schwächen, dass hier die Zeit teilweise ein bisschen seltsam vergeht. Also, die, die Prinzen wachsen dann relativ schnell, äh, auf, wenn sich um sie rum, äh, die restlichen Protagonisten der Serie nicht so wirklich verändern, ne? Und, ähm, äh, die fangen dann auch an zu interagieren und auch nicht jeder dieser Prinzen ist, äh, trotz des, äh, Trigo, die gezeugt hat, ähm, ein wunderbarer Mensch. Ja, also, es, es gibt, äh, dann wirklich unschöne Szenen, aber natürlich auch wieder gemischt mit sämtlichen Fantasy-Elementen. Da gibt's zum Beispiel einen Riesen, der auf diesen Planeten, äh, gefangen, gehalten wurde. Oder es gibt wieder die beliebten, äh, Monstren, die immer gern, immer gern genommen werden bei Don Lawrence, ja? Also, da ist, äh, die typischen Elemente sind da und sieht auch immer wieder hammergeil aus. Man darf sich vielleicht aber über die Handlung nicht allzu viel Gedanken machen über solche Punkte. Man muss das einfach genießen, dass es einfach so ein, so ein Pulp-Ding ist, wo nicht immer alles erklärt und wo manchmal einfach die Story so gemacht wurde, äh, von Mike Butterworth, ähm, wie sie, wie sie gerade gepasst hat. Es ist einfach ein Spektakel, ein bildgewaltiges Spektakel an, an Action, an Raumschiffen, an Monstren, ähm, da ist alles drin verbaut, was irgendwie verbaut werden konnte. Und, äh, ja, man, die zwischenmenschlichen Sachen geraten da teilweise ein bisschen in den Hinterhalt. Das würde man nicht, heute nicht mehr so umsetzen, glaube ich, weil man einfach mehr auf die Charakterisierung, äh, mehr, mehr eingehen würde. Sehr schön ist auch wieder der Erläuterungsteil hinten, der erzählt, ähm, warum, äh, nicht alle der Prinzen, äh, überleben. Äh, das Problem ist einfach, man hatte mit, mit Janno und seinem, äh, blau-häutigen Kumpel schon früh Identifikationsfiguren für die, für die Jugendlichen, die das lesen sollten, äh, geschaffen. Und da war es schwierig, Platz für die dann auch wirklich zu kriegen, halt, als, als, als jüngere Figuren in dieser Serie, ne. Und, und Trigo hat das Ganze natürlich auch immer noch überschattet und, ja, also, ich, man müsste natürlich Butterworth selber fragen, wie viel Einfluss hatte dann zum Beispiel, äh, eine Redaktion oder wie viel wurde von außen das beeinflusst, wie die Serie dann irgendwann weitergeht. Aber, ähm, auch da gibt's in dem, äh, in dem, äh, Bonus-Teil, der auch wieder Cover von, von, äh, weiteren Exemplaren, ich glaub, die niederländischen Exemplare sind diesmal Alben, wo extra Cover gezeichnet wurden, die sind natürlich auch nach wie vor sehr enthalten und auch sehr sehenswert. Also, das sind wirklich gemälde, altige Bilder und, äh, ja, aber ich schwär mal wieder sehr für die alten Meister. Ich hätte da nochmal kurz eine Anmerkung zum Format oder eine Frage oder was auch immer, äh, kann man ja mal kurz drüber, weil, also, hier fällt mir jetzt auf der Seite sehr oft, dass, man hat alle Panel nach oben verschoben und unten ist halt, ich sag jetzt mal, ein bisschen weniger als ein Fünftel noch Platz. Ja. Äh, äh, auf der gegenüberliegenden Seite geht's deutlich weiter runter ab, wenn auch nicht bis ganz nach unten. Äh, die wurden... Was war denn das ursprüngliche Format? Das hier wahrscheinlich, ne? Also das, wo mehr Platz ist. Ja, ursprünglich ist es in Look & Learn erschienen. Das war so eine Zeitung, wo unterschiedliche Serien in einem Monat verballert wurden, wie bei, wie bei ZAK zum Beispiel oder, ne, wie bei den Franzosen, Belgiern, die das, äh, gemacht haben. Und da gab's unterschiedliche und, äh, das wurde dann teilweise neu montiert. Es ist bei jedem Band, äh, streiten sich dann hier die Experten, äh, darüber, welche Ausgabe hat jetzt hier Pate gestanden, wurde das eventuell neu montiert und sowas. Aber da bin ich jetzt nicht so firm, weil ich die anderen Exemplare jetzt nicht hab. Da weiß ich jetzt nicht immer genau, wer für welche Vorlage jetzt genau Pate gestanden hat. Aber wir haben schon gesehen, dass teilweise Sachen verkleinert wurden oder, ne, also das, 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 das gibt schon. Beim Lesen fällt mir das aber generell nicht so auf. Es fällt halt, wie du's schon gesehen hast, hier bei dem, bei dem Rand auf, der halt, äh, in dem, äh, auf der einen Seite jetzt größer ist, als auf der danebenliegenden Seite. Mhm. Aber letztendlich hat man, denke ich, schon versucht, das, das Bestmögliche aus so einer Seite rauszuholen. Okay. Ja. Also er liegt nicht an der Albengröße an der ursprünglichen, sondern an der... Es ist wie immer bei solchen alten Sachen natürlich immer schwierig, wenn man da die Originale nicht hat, weil das über die Jahrzehnte natürlich auch verloren geht. Und man hatte nicht immer den Sinn dafür, äh, gerade in den 50ern, 60ern, dass das wirklich noch, äh, Kunst ist, sondern das war einfach ein Produkt, was jemand hergestellt hat. Und man hat's halt umgesetzt, so wie jemand, was weiß ich, eine Rezeptzeitung herstellt oder sowas, ne, die Vorlagen. Und man hat es noch nicht unbedingt so, so als Kunst gesehen zu dieser Zeit. Oh. Prost, Stern. Danke, danke. Und ja. Ja. Gut. Aber, du hast ja auch was gelesen. Was hast denn du so gelesen? Ja, also ich habe auch was, um das von vorher nochmal aufzugreifen, was Megamagisches gelesen. Und zwar habe ich gelesen von, äh, DC Comics, Batmite. Äh, auch natürlich bei Panini erschienen. Geschrieben von Dan Jurgens. Spricht man ihn, glaube ich, aus wie wir von einem anderen Podcast... Von einem anderen Podcast, äh, nein, von einem anderen Podcast penetriert wurde quasi. Ja, ja. Ähm, schon beinahe. Ähm, genau. Das ist diese DCU-Reihe. Also es gab ja dann, äh, nach, nach, äh, New 52 waren ja alle, äh, oder während New 52 waren ja alle, äh, Comicreihen so mehr oder weniger in einem Universum spielend. Also in einem, in einer Kontuinität. Und, ähm, das hat man dann während des DCU-Projekts wieder ein bisschen versucht aufzubrechen. Und hat dann auch, äh, lustigere Charaktere mit reingenommen ins Programm. Also Bizarro war da einer von. Und halt auch Batmite. Äh, ja, wie gesagt, geschrieben von Dan Jurgens. Allerdings nicht gezeichnet. Ähm, sondern von einem gewissen Coen Howell. Sehr, naja, sehr cartoonhaft gezeichnet, ne. Wie es halt auch zu Batmite passt. Und, ähm, ja, die, die, ähm, die Grundstory ist, äh, eigentlich relativ schnell erzählt. Oder die Grundrahmenhandlung ist halt die, dass, äh, Batmite wieder mal auf der Erde landet. In, äh, im DC-Universum. Und, ähm, da diesmal allerdings nicht so den Batman nervt, wie er es sonst so tut. Sondern vielmehr auf viele andere Charaktere trifft. Äh, also auch so ein bisschen, wie wir das letzte Mal schon hatten. So dieses Brave and the Bold-Konzept, wie es bei Harley Quinn war. Beim schwarzen Tagebuch, ne. Mhm. Äh, hat man das jetzt hier auch wieder, oder ist das hier auch ähnlich aufgegriffen. Und zwar trifft Batmite halt auf verschiedene Superhelden. Unter anderem auf Robin. Ähm, also nicht auf Batman selbst, sondern auf Robin diesmal. Und auch auf andere Helden, die da wären. Hawkeye zum Beispiel. Oder, äh, Hawkeye? Hawkman. Entschuldigung. Der Hackmann. Der Hackmann. Genau. Äh, auf Hawkman, auf, äh, Booster Gold und so weiter und so fort. Und, äh, sein Ziel ist es halt, den Helden, äh, so eine Art Makeover zu machen. Also, die irgendwie zu modernisieren oder sie zu verbessern. Und, äh, dem gegenüber steht ein gewisser... Wie hieß er jetzt wieder? Ein gewisser Schurke, der sich da nennt. Ich muss kurz gucken. Ich und mein Namensgedächtnis. Da kann's halt auch mal passieren, dass Hawkeye plötzlich bei DC ist. Äh, wie heißt der denn? Ähm, ja, der Gegenspieler ist Gridlock. Ähm, der hat halt, ähm, so das Ziel, äh, Bestehendes zu bewahren. Also, äh, sammelt alle Fakte und versucht diese, äh, irgendwie ein, einzukonservieren und so weiter und so fort. Auf, auf zu bewahren. Äh, also im Grunde ein Sammler, ja. Und, ähm, ja, der stellt sich dem halt gegenüber, kommt halt mit dieser, mit diesem Konzept von Batmite, äh, äh, alles erneuern zu wollen, ist so gar nicht klar und versucht ihn dann halt herauszufordern. So, das ist so diese Grundstory bei der ganzen Geschichte. Ähm, Batmite findet auch noch, äh, zwei neue Freunde, sag ich mal so, aus dem bürgerlichen Leben, die ihn mehr oder weniger bei sich aufnehmen. Und, äh, das sind Pärchen. Sie kommt erst gar nicht damit klar, weil sie, sie sieht halt die Zerstörungswut, die er so in sich trägt. Und er ist so der Typ Shaggy von, äh, von, äh, Scooby-Doo. Ähm, er freundet sich halt total schnell mit ihm an und so weiter und so fort. Und, ja, also man hat auch so ein bisschen die persönliche Komponente mit reingenommen. Aber, ja, nichtsdestotrotz ein, äh, wunderbar unterhaltsamer Band, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie gesagt, sehr dynamisch gezeichnet, dadurch, dass es jetzt hier, äh, ein, ein, äh, doch sehr kartonischer Stil ist. Ähm, allerdings, hab ich das schon besser gesehen. Also, der Stil ist jetzt eher so, das, was du sagen würdest, auch eher so meins, ne? Ja. Aber, wie gesagt, es ist halt, äh, irgendwie, ich weiß, ich kann's noch nicht mal genau ausdrücken, was mich so daran stört, irgendwie, aber irgendwas hat nicht gepasst. Mhm. Also. Gezeichnet hat's Corrin Howell. Naja, genau. Was hat denn der sonst noch so gemacht? Weiß ich gar nicht. Steht das da mit drauf? Von der sensationellen Newcomerin Corrin Howell. Mhm. Okay, eine sensationelle Newcomerin. Ah ja. Ja, es, äh, ja. Ich sag's, zu Batmite passt's. Naja, natürlich passt's. Also, aber irgendwie. Batmite ist ja generell eine Figur, die nicht so wirklich detailliert ausgearbeitet ist, sondern auch mehr so ein Charlie-Braun-mäßiges Gesicht, halt im Batman-Kostüm. Naja, ist schon klar. Ja, also, Batmite ist auch super getroffen, ja, aber irgendwas hat mich, ich weiß nicht, entweder waren mir die Linien dann für das Cartoon-Hafte dann irgendwie zu klar oder statisch oder ich weiß es nicht genau, ich kann's noch nicht mal richtig ausdrücken, was mich daran stört. Also irgendwas, oder war es die Kombination aus Koloration und irgendwas, Umzeichnung, also irgendwie, ich kann's nicht so genau sagen. Also, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, macht der Band Spaß und, äh, wer von Batmite noch nix gelesen hat und ich mein, das ist jetzt ein abgeschlossener Band, ähm, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das Humor-Level, ist das eher in Richtung, es geht in albern oder ist es, ist es geschickt? Hm, ich würd eher sagen, es geht Richtung albern. Ja, weil da, da ist manchmal bei solchen Sachen, ist da manchmal die Grenze, wenn, also ich mag's, wenn sich so ein, ähm, so ein Genre selbst parodiert, aber wenn's dann wirklich nur albern wird. Ja, es sind so ein paar Anspielungen mit drin, logischerweise, also immer so, äh, ein paar Sachen, also auf, ähm, ähm, bekannte Batman-Storylines oder sowas ist, ist da schon so eine kleine Anspielung mit drin, aber, äh, ja, es ist halt, äh, im Grunde, ein, eher, eine, eher alberne Handlung. Es ist ja auch die eine Geschichte noch mit drin, wo er auf so ein Super-Helden-Team trifft, Inferio 5, glaub ich, oder wie sie heißen? Inferio, ja. Inferio 5, genau, das ist auch so, eher so eine, so eine schlachsische, trottelige Heldentruppe ist, die, so, ja, möchte gern ist, und die kriegt natürlich auch... Inferio 5, die furchtbaren 5 quasi, bei, ja, ja, irgendwie sowas, ja, und, äh, die kriegt dann natürlich auch ein Makeover und, naja, und so weiter, sofort, also das ist, ähm, ja, die erste Story hat so mit, mit der, mit der, mit den übrigen Storys, äh, erstmal so gar nichts zu tun, das ist eher so als Einführung gedacht, und, ähm, ein Gridlock taucht dann eigentlich erst in der zweiten Geschichte auf. Hm, ja, ja, gut, ja, genau, meine Urlaubslektüre, ja, ich hab mal wieder was rausgezogen, was schon ein bisschen älter ist, ja, ähm, und zwar ist das Iago von Ralf König, äh, darf ich den Dipten öffnen? Ja, bitte. Ähm, Ralf König ist ja primär bekannt, äh, für seine Knollennasen, und dass er gern, äh, äh, ja, schwule Themen verarbeitet, und das en masse, und nachdem mir, ähm, ich glaube, es hieß Chin Chin, die zwei Bände sehr gut gefallen hat, hab ich mal gedacht, äh, mal schauen, was sonst noch aus dieser Schaffensperiode so gab. Und in Iago geht's, äh, ja, es, äh, trägt uns zurück in die Vergangenheit, zu Zeiten William Shakespeare's, 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 und, äh, ja, es geht im Prinzip um Shakespeare's, es kommt auch drin vor, ist aber nur so eine Randfigur. Neues Trinkspiel, wenn Breedstorm Shakespeare's sagt, einfach mal ein Shakespeare aufmachen. Ja, das Geschichtespiel haben wir heute auch schon ein bisschen gespielt, Steffen, du hast es zwar nicht gemerkt, aber... Habe ich oft Geschichte gesagt? Ja, Geschichte hast du vor allem gesagt. Geschichte. Ähm, und da geht's im Prinzip um die Schauspieltruppe von Shakespeare, und, äh, wie wir wissen, durften Frauen ja früher nicht, durften Frauen ja früher nicht mitspielen, äh, deswegen wurden sie auch von Männern dargestellt, und da hat man natürlich gern Tunden dafür genommen, offensichtlich, zumindest ist es hier in dieser Geschichte früher, äh, und, äh... Sag das gar nicht so oft. Was, Tunden oder Geschichte? Geschichte. Ja, äh, sag das viel häufiger. Wir können ein Spiel draus machen, Steffen. Zählt doch mal durch. Zählt mal durch. Das sagt's oft. Der Counter, ja. Ähm, und wie üblich hat, äh, benutzt Ralf König auch sehr, sehr viele, äh, schwule Stereotypen, also es gibt diesen, 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 den buntigen Typen, und da gibt's natürlich die, die Lederleute, die sich allerdings hier in diese, äh, Story... Ist das eine offizielle Bezeichnung, Lederleute? Ja, weiß ich nicht, wie das, äh, also ich bin da nicht so drin in der Thematik, aber ist immer sehr lustig, und genau das ist es, was mir an dem Band wieder gut gefallen hat, dass, dass, äh, er einfach die, diese Szene da so, so ein bisschen parodiert von innen heraus halt, ne, also es ist jetzt nicht irgendwie, äh, sag ich mal ein geringschätziges Werk von außerhalb, sondern, äh, er lebt das ja selber sehr offen aus, und, äh, kann da natürlich über, sag ich mal, die tundigen Typen oder den, den bärigen, haarigen Typen, oder was weiß ich, was, was es da alles für unter, äh, äh, unter Gruppierungen oder sowas gibt, ähm, kann er jetzt natürlich relativ wenig beitragen, also die, die, äh, Schauspieltruppe sind also größtenteils auch schwul, oder in diesem Band auch Sodomiten genannt, und das natürlich offiziell verfolgt, ähm, wobei, äh, man auch sagt, dass Shakespeare selber, äh, trotz dass er Frau und Kind hatte, auch irgendwie schwul war, offensichtlich, war mir jetzt auch nicht bekannt, aber gut, äh, das liegt ja eh relativ im Dunkeln, gab's da wirklich eine Person, war das vielleicht eine Gruppe, die das alles geschrieben hat, aber, ähm, es kommt, wie es kommen muss. Das ist auch nicht der Verschwörungspodcast. Verschiedene Teilnehmer dieser, ähm, dieser Theatergruppe stehen plötzlich auf einen afrikanischen Exklaven, der als Hafenarbeiter dann in London arbeitet, und das ist ein, das ist, äh, explizit ein sehr großer, breiter Typ, und der hat aber den Fetisch für kleine Blonde, das heißt, alles, was klein und blond ist, äh, zieht er sich, zieht er irgendwie durch in London und hat damit schon einen gewissen Ruhm erlangt, und einer verliebt sich dann in den, und, ja, also es geht kreuz und quer, wie das, wie das, wie das, sind halt Sodomiten, ne, wie das, wie das bei, äh, Ralf-König-Comics, äh, oftmals der Fall ist, aber dieses ganze Ding ist natürlich gespickt mit jeder Menge Anspielungen auf die typischen, äh, Erzählungen von Shakespeare, da ist Macbeth mit reingebaut, Romeo und Julia sehr deutlich, ein Sommernachtstraum, und spielt halt alles in diesem Theatermilieu von London, sag ich mal, um 1600, ähm, und das ist für mich so ein Punkt, wo, wo ich so, dann so ein bisschen raus war, weil viele von den Anspielungen habe ich halt nicht so verstanden, weil, klar, Romeo, verschiedene Sachen kennt man davon, aber halt nicht alles, es gibt hinten Glossar, was das so ein bisschen erläutert, aber eigentlich möchte ich, wenn sowas drin ist, das größtenteils selber erkennen, wenn ich es kenne, und ich möchte mich jetzt eigentlich auch nicht so in die, in die Shakespeare-Geschichte da so einarbeiten, über das, was ich sowieso darüber weiß halt, ne, also, ähm, ja, es sind ein paar lustige Sachen drin, aber, äh, manchmal wirkt es für mich auch ein bisschen gestellt, um irgendwas von Shakespeare mit einzubringen, also das, äh, klar, es trotz dem noch eine Menge Lacher drin und sehr unterhaltsam, aber für mich, äh, mir gefällt es besser, wenn, äh, Ralf König was aus, aus der aktuellen Zeit macht oder sowas, wo ich nicht lange nachschlagen muss, wo drauf ist ja jetzt ein Bezug oder sonst irgendwas, ähm, ähm, und dann kam dazu, dass der, der große Schwarze in dem Band, der sieht halt explizit, äh, natürlich ist er groß und schwarz, gar keine Frage, aber er sieht halt auch aus, wie der Djinn in, in Djinn-Djinn, ähm, und das ist genau derselbe, genau derselbe Typ, aber offensichtlich, das hat er offenbar des Öfteren, dass er ähnliche Typen halt, äh, darstellt in seinen Geschichten, so, so, den kleinen Haarlosen, äh, da ist, äh, der ist auch fast immer dabei, und, ähm, ja, wie gesagt, kann man nehmen, aber ich finde, es gibt, äh, schon bessere Geschichten von Ralf König, also es ist durchaus, wenn einem das zusagt, okay, aber es ist jetzt keiner, keiner, äh, von den, äh, Legenden Sachen, ähm, wie, was weiß ich, der bewegte Mann oder sonst irgendwas, die, die eine andere Art dann von Humor haben, also für mich kam der Geschichtsaspekt, äh, zu sehr dann, unterm Strich dabei heraus, ja, das haben wir schon besser gesehen. Ja, dann hab ich, wo wir bei Klassikern sind, hab ich natürlich dann, äh, nachdem wir mit, äh, Horst Gotter natürlich geredet haben und er nochmal, äh, durchaus, äh, Giro, äh, beziehungsweise Möbius gelobt hat, hab ich mir dann doch nochmal, äh, die Blueberry-Chroniken zu gemüte geführt, da hatte ich einige Bände schon mal gekauft, also sprich die Null bis Zwo hatte ich mir mal geholt, und da hat, äh, EH-Paar dann angefangen, äh, die Blueberry-Geschichten, die schon in mannigfaltigen Versionen bei Zack damals erschienen sind, aber auch schon in anderen Alben, in, äh, die großen Edelwestern hieß es, glaube ich, teilweise drin waren, ähm, haben die das gesammelt und bringen das so ein bisschen chronologisch halt auch raus, wie das Okay. In den Leben von, äh, Blueberry, was natürlich nur ein ausgedachter Name von ihm ist, äh, passiert sind, und es geht los mit der Jugend von Blueberry, im ersten Band, und da erfahren wir so ein bisschen was über die große Liebe von Blueberry, ähm, ähm, und wie es gekommen ist, dass er im, äh, in dem großen Krieg Nordstaaten gegen Südstaaten in Amerika gekämpft hat, äh, und, äh, ja, da gibt's alle typischen Western-Elemente, es gibt Überfälle auf Züge, es gibt Explosionen, äh, natürlich das Nord-Süd-Staaten-Ding ist äh, sehr vertreten, auch sehr vertreten sind die, äh, sind die Geschichten mit Force, ähm, was eine Besonderheit an dem Band ist, ist, dass das, äh, mal Sachen waren, die für diese Pilot-Taschenbücher ursprünglich mal produziert wurden, die sind hier in Deutschland auch im Taschenbuch-Format erschienen, also in der Zack-Parade, was man in Zeichnungen, wenn sie natürlich auf Album-Format hochgebrochen sind, natürlich auch ein bisschen ansieht, ne, also das ist, wenn man das so sieht, wirkt es relativ grob, was da gezeigt wurde, aber man muss halt sagen, das wäre eigentlich, äh, es war nicht für dieses Format bestimmt, finde es eigentlich aber doch schön, dass es jetzt so gebracht wird, ähm, ob das jetzt ein guter Einstiegsband ist für jemanden, der die Materie nicht kennt, wage ich zu bezweifeln, weil dadurch, dass es relativ grob ist und die Geschichten halt auch immer für, für kurze Erzählstränge, nämlich für das Taschenbuch, äh, konzipiert worden sind, statt für ganze Alben, ist das natürlich ein anderes Ding und es sind ja erst andere Geschichten vom Lowberry erschienen, also, ähm, das war in Ordnung, aber das sind jetzt noch nicht die Sachen, wo ich sagen würde, für mich, da muss ich jetzt, äh, die Serie mit der Jugend von Blueberry zumindest nicht abfeiern, ne, ich hatte ja früher schon den einen oder anderen Versuch bei Blueberry gestartet, äh, weil mir die abgefahrenen Sachen unter dem Namen Möbius sehr gut gefallen haben, oftmals, und, äh, der Blueberry war mir im Vergleich zu anderen Westen-Serien oftmals ein bisschen, ja, ein bisschen zu sauber, ein bisschen zu, zu, zu wenig, zu wenig Spaghetti-Western-Anteil, ne, weil Western stelle ich mir schon eher dreckig vor und nicht so mit der gebügelten Uniforme, und, äh, ja, auch solche Szenen gibt es hier, hier geht schon ordentlich zur Sache und der eine oder andere wird umgebracht und er muss öfters die Seiten wechseln, weil, ähm, gerät im Verdacht, jemanden umgebracht zu haben, deswegen geht er zu den Nordstaatlern, da muss er wieder gegen den Süden, er selber ist Südstaatler, spionieren, ähm, da muss er wieder die Seiten wechseln, also das ist ein, ist ein Hin und Her, okay, ähm, aber ich denke, das ist ein sehr großes Feature, dass das jetzt, äh, oder was heißt jetzt, vor einigen Jahren in dieser gesammelten Chronik erschienen ist, da muss man sich die Sachen nicht mehr so quer durch sämtliche Reihen, äh, zusammenkaufen und, ähm, ja, ich wird auf jeden Fall den zweiten Band und die Null-Episode hatte ich auch schon gelesen, äh, weiter verfolgen und dann kommt normal, ob ich das dann noch weiter verfolge oder ob ich sage, okay, das, äh, reicht mir jetzt für den, für den ersten Eindruck oder so, ja, ja, ähm, wie gesagt, es ist nicht das, was es für mich episch macht, also da, da hab ich, es gibt Sachen von, von Giro oder Möbius, die mir wesentlich besser gefallen haben und, äh, ja, weiß nicht, hattest du Erfahrungen mit Blueberry, hast du da schon mal, es gab ja damals, ich glaub, in dieser, dieser Bild-Comic-Reihe gab's schon mal so ein Band, der war aber ganz ungünstig, weil der runtergebrochen war eben vom Album auf Taschenbuch und das war natürlich ganz, also es war genauso, äh, wie jetzt das Hochbrechen, das Runterbrechen halt auch sehr schwierig, weil du die Details dann trotzdem auch irgendwann nicht mehr erkennst und, äh, da haben sie sogar einen Text runtergebrochen, was dazu führte, dass du das eigentlich nur mit der Loop lesen konntest, was in den Blasen drin stand und, äh, ja. Ne, also da hab ich leider noch keine Erfahrung mit. Ja. Mal gucken, wenn mich irgendwann mal der Vestern wieder so richtig packt, kann man ja gleich nochmal zu was anderem kommen, aber, äh. Ja, ich hab ja noch einen Vestern gelesen. Ja, quasi. Wenn ich schon mal dabei bin, dann hab ich nämlich mein heutiges Soll schon erledigt. Och, das ging ja flut. Ähm, es gibt ja immer wieder, äh, jedes Mal, wenn der neue Asterix erscheint, äh, auch ohne Uderso und Gossini, ähm, ist großes Aufsehen. Ähm, äh, und es wird immer natürlich mit den alten Sachen verglichen. Ähm, was ich jetzt einfach mal gemacht hab, ist wieder mal schauen, was die beiden Herren sonst noch so produziert haben. Ja. Ich hatte ja vor einiger Zeit deren ganz alte Piratenserie mal vorgestellt. Da gab's schon mal was. Ähm, und die beiden haben natürlich außerdem noch geschaffen, um Papa, war die Rothaut. Mhm. Und zwar geht's da um Abenteuer eines, äh, Indianers mit seinem, äh, Armeekumpel quasi. Ähm, und, äh, ja. Zu einer schönen Gelegenheit hab ich mir in der Stadtbibliothek meines Vertrauens einen ausgesonderten Band für 50 Cent geholt. Okay. Im schönen Hardcover ist natürlich ultra zerlesen. Aber für den ersten Eindruck, den zweiten hab ich, glaub ich, auch noch geschossen damals, ähm, ist das schon sehr gut. Mhm. Die beiden waren mal, äh, in Amerika unterwegs und wollten da Comics rausbringen. Das hat aber nicht gefruchtet. Also, da haben sie das so ein bisschen als Persiflage des Western-Genres in die, in die 50er damals versetzt. Mhm. Ähm, und das ist dann nicht so wirklich, äh, eingeschlagen in Amiland. Aber, als die dann wieder zurück waren im schönen Frankreich, sind sie nochmal in sich gegangen und haben das Ganze neu aufgezogen. Und geht, zwar geht das los, ähm, äh, mit einer Szene, wo die französischen, äh, also es geht um die französische Marine. Wir erinnern uns, die Franzosen hatten ja auch mal große Teile, die jetzt zur USA gehören, ne, New Orleans, ne, wie wir wissen. Und alles, dieses ganze Gebiet hatten ja alles besetzt, seinerzeit. Ich glaub, was auch jetzt nicht zu Amerika, also zu den, zu den Vereinigten Staaten gehört, halt Kanada, ne? Genau. Da hatten die einige Aktien drin. Ja. Und so kommt es, dass der, äh, junge Kadett Hubert Fontäne, also Fontäne, äh, mit einem Schiff in die neue Welt aufbricht und mal guckt, was er mit den Eingeborenen da so machen möchte und wie kann es anders sein? Das Schiff wird angegriffen. Und da kommt es gleich zu seiner ersten Auseinandersetzung mit den Indianern, die die fremden Eroberer, ob es jetzt Franzosen sind oder Briten. Äh, ein bisschen irritiert war ich davon, weil der Hubert Fontäne komplett in Rot gekleidet ist. Und ich hatte eigentlich immer die Engländer so komplett in Rot, als Rotröcke. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie geschichtlich versiert da herangegangen wurde. Also für mich sieht es halt sehr nach einem Brite aus, obwohl er als Franzose dargestellt wird. Natürlich mit dem deutschen Namen Hubert Fontäne versehen für die deutsche Ausgabe. Ja. Klar. Aber egal. Es kommt dann zum ersten Kampf. Und, äh, ja, da unterliegt der gute Hubert dann dem großen Umpapa. Der Umpapa ist so ein bisschen als, als Schwarzenegger mit, mit Zöpfchen dargestellt. Mhm. Und, äh, es entspinnt sich dann im Laufe der Geschichte aber schon. Aber im Gegensatz zur ersten Geschichte, ne? Also die, die erste Geschichte ist vollkommen, die erste Geschichte ist dieses, dieses mit 50er Jahre und der Umpapa geht auch mal zu einer, zu einer Tankstelle. Da sieht Umpapa auch noch ganz anders aus. Genau. Äh, das sieht da eher aus wie so 30er-Cartoon-Serie, wie die Sachen da gezeichnet wurden. Teilweise von Disney, aber auch von anderen. Mhm. Ähm, das hier sieht dann doch schon sehr nah am Asterix-Stil aus. Ja. Und du siehst einfach auch bei den, äh, Indianern, die im Laufe der Geschichte dann, Geschichte, die, äh, die, äh, die dann kommen einfach, ähm, ja, gewisse Ähnlichkeiten und Stilelemente, die der gute Udassow später auch noch, äh, bei den Gallien benutzt hat. Ja. Also da gibt's natürlich auch, äh, äh, den dicken, den dicken Häuptling oder verschiedene, äh, Teilnehmer des Stammes. Da ist ein ganz alter Indianer, der sieht so ein bisschen aus wie Methusalix. Ja. Also in die, in die Richtung geht das schon. Und, äh, ja. Also man merkt schon und auch an den Gesichtsausdrücken, ähm, in welche Richtung das Ganze geht und das haben sie dann später bei Asterix auch noch perfektioniert. Auch der gute Hubert Fontäne könnte so als Figur durchaus in Asterix vorkommen, während Ompapa eher aussieht. Bei Asterix kommen manchmal dann Figuren, die nicht so ganz cartoonig sind, sondern eher groß und heroisch gezeichnet, wie zum Beispiel, äh, die, die blonde, wie heißt der Fall, Ballar. Ja. Oder da gibt's auch der große Graben, wo dann der, der Sohn ist, äh, des, des, des Häuptlings. Ja. Dann auch sehr groß und gerade gewachsen aus und eher ein bisschen heldenhaft gezeichnet wurde und nicht so cartoonig. Und so sieht der Ompapa halt aus, obwohl seine Eltern halt generell überhaupt nicht so aussehen. Ähm, ja. Und die erleben halt auch ein bisschen Episodenhass, immer wieder Abenteuer ist auch der typische Humor, den man auch im Asterix vermuten wurde. Und ich sag mal, als, als jeder große Asterix-Fan wird das Ding sowieso schon bei sich zu Hause stehen haben. Und, äh, es, es, es hat nicht ganz die Klasse vom Asterix. Also muss jetzt, ist, ist halt einfach so, es hat nicht diese, diese überspannende Handlung, sondern auch immer dieses, äh, Episodenhafte von, von einem Gag zum anderen so ein bisschen durchgetastet. Mhm. Und die Römer sind hier einfach, äh, die Indianer des anderen Stammes oder respektive andere, äh, europäische Eroberer, die im Land sind. Die, die kriegen ab und zu durchaus mal einen auf die Glocke. Es sind jetzt noch nicht diese, diese Schlägereien im Asterix-Stil, wo dann die Leute so megamäßig durch die, durch die, durch die Luft geschlagen werden oder sowas. Das, äh, aber der Humor ist doch ein sehr, sehr ähnlicher. Und, äh, da kann man durchaus mal, äh, einen Blick riskieren. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das noch in anderen Büchereien gibt. Es bietet sich natürlich in diesem Hardcover-Format, ähm, sehr an. Mhm. Und, äh, es sind auch ein paar Erläuterungen zur Entwicklung, zumindest in dem ersten Band drin, wie das Ganze sich, äh, zugetragen hat. Es sind noch ein paar, paar Skizzen drin und so weiter und so fort. Und, äh, ja, das ist einfach eine runde Sache. Da stand mal ein Preis drauf von 19,80 Mark. Ähm, ja. Ja. Kann man durchaus mitnehmen und sollte man, wenn man einfach, äh, na, ich glaube, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich hatte mir von dieser, äh, Werksausgabe, da gab es ja dann auch eine Werksausgabe zu. Mhm. Da hatte ich mir den ersten, glaube ich, gekauft in so einem grünen Umschlag, war das Einschlag, ja. Oder ein Band, vielmehr. So ne, wie man es ja auch von Asterix schon kennt, da gibt es ja auch diese Werksausgabe mit diesen ledernen Einbänden. Ja. Und, äh, ja. Wer das, äh, hat es denn damals gelesen? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh, ich glaube, ich hatte ihn vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal eine Kiosk-Auflage sogar. Ähnlich, okay. Mit, äh. War da auch groß der Asterix vorne drauf, weil hier, hier ist natürlich, Asterix präsentiert seinen großen Bruder um Papa. Ja, ja. Ist natürlich immer schön mitgeworben. Ich glaube, ich glaube, da war das auch so. Ja, also, klar, man hat es dann, ja, natürlich durch den Erfolg von Asterix immer noch mit draufstehen, ja. Verkauft sich's dann etwas besser vielleicht. Vielleicht. Zumindest so die Herangehensweise vielleicht des Verlags. Naja, gut. Ähm, ich wollte ja eigentlich weniger zu bald niesen. Es klappt immer super. Ähm, bis ich dann neulich im Laden einen Titel gesehen hab, wo ich mich schon, äh, eigentlich seit meiner Kindheit drauf freue auf dieses Crossover. Und zwar Batman Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Ähm, dass es das gibt, hab ich natürlich schon, äh, mitbekommen, dass es das in den USA gab. Und jetzt hat Panini halt diese komplette sechsteile, ja, sechsteilige Miniserie hier zulande veröffentlicht. Ähm, kurz abschweifend noch dazu erklärt, es ist auch schon die nächste angekündigt. Äh, nächste, nächste, äh, das nächste Crossover zwischen Batman und den Turtles. Äh, das ist dann, wird dann so im Animated-Style wohl sein. Ja. Jetzt erstmal zu diesem, äh, Band hier, ähm, wo der Zeichenstil eben sehr realistisch ist. Ähm, die Turtles gelangen über ein Dimensionsportal ins DC-Universum. Wie sollte es anders sein? Äh, plausible hätte man wahrscheinlich die Begegnung auch nicht erklären können. Mhm. Weil, äh, das wäre natürlich Batman nicht in Gang, wenn da irgendwo in New York, was es ja auch im DC-Universum gibt, äh, irgendwie Turtles durch die Gegend laufen. Aber, ähm, für das Crossover hat man sich also nun mal wieder für das, für das Dimensionstor entschieden. Äh, die ist erklärt. Und die Turtles bringen natürlich nicht nur sich und, äh, ihren Meister, äh, Splinter mit, sondern auch Schredder, der das Ganze, glaube ich, sogar initiiert hat, dass, das, äh, praktisch dieser Universenwechsel stattfindet. Und, ähm, äh, jetzt habe ich ja die, die vorangegangenen Comics nicht gelesen von den Turtles. Also, ich weiß halt jetzt nicht genau, ob sich das auf die, die Turtles-Comics, äh, bezieht. Da müsste man mal, äh, Sepp fragen. Mhm. Oder irgendwie auf die Fernsehserie oder was auch immer. Ähm, jedenfalls wird hier halt angedeutet, dass Schredder mit dem gewissen Kang, äh, so ein bisschen verfeindet ist. Und, äh, ach ja, und dann war es, glaube ich, sogar so, dass Kang praktisch die Turtles und Schredder praktisch, äh, von seiner, äh, aus seiner Realität getilgt hat. Deswegen sind die dann in diesem anderen Universum, damit er da frei schaffen hat, sozusagen. Genau. Für die Turtles besteht jetzt halt die Gefahr, dass, wenn sie nicht mit ihrem eigentlichen, mit ihrer eigentlichen Realität verknüpft sind, ähm, ihr Muttergen aufgehoben wird. Mehr oder weniger. Und dann sehen sie so aus wie bei Nickelodeon, ne? Dann sehen sie, nee, dann sehen sie praktisch gar nicht mehr so aus wie die Turtles, sondern sind, wären dann einfach wieder nur Schildkröten. Mhm. Beziehungsweise es blinder, ähm, wäre dann halt einfach nur wieder eine Ratte. Ähm, ja, um das zu verhindern, äh, bitten, bitten sie halt Batman um Hilfe. Und, ähm, natürlich, wie das immer so ist bei so Cross-Opern, begegnet man sich zuerst eher feindselig. Und, ähm, ja, also es werden so, ähm, ja, Einbrüche auf spezielle Labore, ähm, festgestellt, seines Batman. Und, äh, da sind halt die Turtles aufgefallen. Und, äh, die Einbrüche wurden aber natürlich vom, vom Food-Clan, äh, begangen. Also, äh, aber die Turtles haben halt mitgemischt. Also waren sie erst mal Verdächtige. Und das erklärt dann praktisch so erst mal dieses, ähm, feindliche Aufeinandertreffen. Aber wie sie, wie, wie das immer so ist, dreht sich das dann irgendwann. Und die beiden kämpfen auf derselben Seite gegen Shredder. Und was ich jetzt sagen muss an der Stelle, ich hab's noch nicht ganz durch. Also ich lese es gerade aktuell noch. Ähm, es kommen natürlich auch, äh, seitens Batman einige Charaktere mit vor. Ganz am Anfang ist das, äh, Killer Quark. Das wäre so meine Herst-Assoziation gewesen. Genau. Was passiert, wenn die aufeinandertreffen? Genau. Ich bin dein Vater, Luke. Es ist halt nur so ein kurzes, äh, ähm, Intermezzo, wenn Reptilien auf das Reptil treffen. Aber, äh, dann der nächste, einer der nächsten großen Gegner, mit dem sich halt Shredder, äh, zunächst verbündet, ist halt der Pinguin. Und so zieht sich das weiter durch. Jetzt, äh, an der Stelle, wo ich aufgehört hab zu lesen, ist halt gerade, äh, Ras Al Ghul aufgetaucht. Und, ja, nun bin ich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also es ist, äh, natürlich, wie das bei so Grossobern immer ist, erstmal eine relativ einfache Rahmenhandlung. Aber so allein dieses aufeinandertreffen dieser zwei Comic-Welden aus meiner Kindheit, äh, oder auch Cartoon-Welden, wenn man das erstmal so sehen will, ähm, ist natürlich trotzdem ein Fest, ja. Weil, äh, früher hab ich das ganz gern mal mit Action-Figuren nachgestellt, wie das so wäre, wenn die beiden Welden aufeinandertreffen. Aber, äh, ähm, ja. Killer Croc ist hier wieder sehr, sehr bullig, sehr, sehr reptilienartig, aber halt nicht, eigentlich nicht wie ein Krokodil, sondern eher, tja, wie so, wie Ben Grimm in grün mit, mit Fangzähnen. Also manchmal haben wir ja auch ein bisschen mehr das Gesicht, äh, Krokodil-mäßig ausgeprägt. Das ist jetzt hier so, ne? Ja. Wie das typische Powerhouse in der Superhelden-Serie, ne? Mhm. 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 Okay. Ja, also, ohne dass ich jetzt ganz durchgelesen hab und, ähm, auch, auch nicht den Ausgang der Geschichte kennen, ähm, muss ich natürlich sagen, es ist ein Fest für Fans von beiden Merch, äh, Merch, was sagt man? Was, was sagt man? Äh, so schnell. Franchises. Genau. Im Original erschienen bei IDW? Ja. Die, glaube ich, ja, die Turtles-Rechter haben aktuell. Ja. Also nicht bei DC. Ja, gut, DC steht auch drauf, ja. Steht mir drauf, ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie es gemacht haben. Mhm. Steht beides drauf, okay. Komplett, äh, ob, ob, dass man vielleicht mal gewechselt hätte oder so. 3D, 3D vielleicht. Kann gut sein. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das war. Mhm. Sieht aber optisch sehr gut aus. Ja. Ist also. Weil so gute Freddy E. Williams der 2. Mhm. Hier gezaubert hat. Also, äh. Geschrieben hat's auch ein relativ bekannter Name, oder? Warte mal. Kannst du noch mal kurz gucken? James Tinion der 4. Also. Sagt dir das was? Nö. Ich meine, den Namen hätte ich schon mal irgendwo. Zusammenhang. Ja, gut, er hat Batman, äh, mal geschrieben. Naja. Jetzt. Und der Herr Williams, der hat schon mal Green Arrow geschrieben stehen drauf, aber, äh, gezeichnet. Aber es gefällt mir optisch wirklich, äh, überraschend gut. Mhm. Kannst dir jetzt leider nicht da lassen, aber ich kann's dir das nächste Mal gerne wieder nochmal machen. Weil es ist nicht zu kartonig. Mhm. Und auch nicht zu, zu bunt oder sowas, wie wir uns teilweise, äh, von Turtles, äh, erwarten kann. Ja. Würde Sepp jetzt natürlich wieder kurz und sagen, Turtles decken die ganze Bandbreite an. Ja. Von, von Mega-Kartoonig bis zu, äh, Gedärm rausreißende, ähm, je nachdem welche Schaffensperiode. Schaffensperiode. Das ist ja das Lustige bei den Turtles, dass, äh, die, die Macher das selbst nie so ernst genommen haben, dass da, dass das so irgendwie stringent sein muss, sondern dass die sich dann immer so dem Zeitgeist oder auch vielleicht ihren, ihren eigenen Vorlieben angepasst haben, ne. Aber wir denken, dass das Ganze ja als, äh, ursprünglich auch als, als, äh, Hommage oder Passive-Flash, äh, angefangen hat auf bekanntere Superhelden. Ein schönes Crossover wäre auch mal Turtles und Elephant-Men. Mhm. Die Serie hatte ich ja auch schon mal vorgestellt, dass mit diesen Hybrid-Tieren, die, äh, zu Kriegszwecken, was natürlich auch Sinn machen würde, gezüchtet worden. Mhm. Und das wäre auch mal ein schönes Ding. Aber es sieht, wie gesagt, schon gedacht, na, nix für mich, aber das ist jetzt optisch echt. Ja, im Moment sind wir ja gerade wieder in so Zeiten, wo solche, äh, Crossover immer mal, oder so verlagsübergreifende Crossover, Franchise-übergreifende Crossover aufploppen. Also, ähm, ja, jetzt, äh, vor kurzem erschienen, erschienen, oder was auf Deutsch ja dann sicherlich noch erscheinen wird, ist halt, äh, Green Lantern Star Trek. Ja. Oder was jetzt auch angekündigt ist schon, ist Green Lantern Planet of the Apes. Ne? Mhm. Und wie gesagt, hier, äh, Batman Turtles ist auch schon das nächste angekündigt, das dann halt so ein bisschen dem Animated-Style folgen soll. Mhm. Mal schauen. Können wir vorstellen, dass das dann Panini auch wieder bringt, wenn das, äh, weil es geht, erfolgreich läuft. Ja, es wäre auch mal wieder schön, ein bisschen DC-Marvel zu sehen halt, ne, interagierenderweise. Ja. Also, das wäre mir sehr, sehr viel lieber als, äh... Das stimmt wohl, ja. Als diverse, eher unbekannte Figuren. Wobei das dann halt geschickt gemacht werden sollte. Also, äh, wie gesagt, äh, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dir schon mal... Aber, ähm, also das DC gegen Marvel damals, das war natürlich sowieso eine Offenbarung für mich. Ja. Aber auch das Amalgam, was dann in der ersten Welle rauskam. Aber es gab ja dann nochmal so eine Fortsetzungsserie hier davon. Mhm. Und die fand ich dann schon schwächer. Also, das war dann irgendwie so... Das war erzähltechnisch nicht, äh, äh, auf einem Niveau, auf einem hohen Niveau. Aber es war halt das erste Ding der Art, wo das so funktioniert. Ja, ja, ich sag ja, die erste Serie war auch top. Also, die war ja auch zeichnerisch sehr gut gemacht. Mhm. Claudio Castellini, oder wie der hieß, wie... Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und, 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 Dan Jurgens natürlich auch bei, ne? Mhm. Glaub ich. Und, äh, ja, und, 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 und... Ich mein, diese zweite Serie, die es dann nochmal gab, wo man versucht hat, sich ein bisschen an den Erfolg anzuknüpfen, die war dann halt eher so, meh. Ja, und, ähm... Ja. Aber, und später hat man es dann nochmal probiert mit, äh, Justice League und den Avengers. So ein bisschen. Glaubst du dann auch nochmal so eine vierteilige, äh, Mini-Reihe, glaube ich? Dass es vier Teile waren. Ähm, ja. Ja, sowas gehört in die Hand, äh, von, von, äh, erfahrenen Autor, einfach der, der einfach nicht einfach irgendjemand da gerade da ist, sondern das sollte dann jemand machen wie meinetwegen Jones oder wie meinetwegen Bendis, äh, ohne das jetzt die unterschiedlichen Autoren werden zu wollen, aber die, die, die Fähigkeit haben, einfach dermaßen Menge an Figuren auch zu verknüpfen und das schon in ihren eigenen Serien irgendwann, ähm, gezeigt haben, ob es jetzt mit den zwei Millionen Mitgliedern des Green Lantern Corps, äh, der Fall ist oder auch, äh, die ganzen Rächer unter einen Hut zu bringen mit dem Rest des Marvel-Universums war ja lange Zeit auch mehr als schwierig. Mhm. Ähm, ähm, also da wäre es schon, schon interessant sowas zu sehen oder auch mal was ganz, ganz Abgefahrenes wie, was weiß ich, Matt Fraction oder sowas könnte ich mir an sowas auch sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, ja, also da wäre schon Potenzial da und das wäre auch wieder was. Ähm, aus dem Superhelden-Bereich, äh, was ich, was ich mit großer Freude und Imbrunst kaufen würde, weil wie du, wie du ja merkst in den letzten Monaten lässt das ein bisschen nach, ähm, aktuell mit den Superhelden bei mir. Ähm, ich würde nicht sagen, es erlischt komplett oder sowas, aber das Interesse einfach an, an, sage ich mal in Anführungszeichen, aktuellen Sachen aus dem Superhelden-Bereich zu folgen, ist relativ gering bei mir. Ja, klar, ich habe noch verschiedene Szenen, die ich im Abo habe, äh, wie Spider-Man zum Beispiel oder Spawn natürlich seit, seit Jahren, ähm, durch Höhen und Tiefen, ja, aber das, äh, das, das, also ich interessiere mich durch die ganzen Events immer weniger, äh, für den Bereich, ne, aber das, das Thema hatten wir ja schon oft. Ähm, aber, zu diesem Thema, habe ich ja mal wieder die Panini-Vorschau mitgebracht, oder was heißt mitgebracht, die liegt halt hier, und da wäre es nochmal interessant zu hören, was wir uns die nächsten Monate, sprich November und Dezember so, vornehmen. Ja, dann schauen wir doch mal rein in die Panini-Vorschau 70. Ja. Äh, äh, Wo sehen wir denn auf der ersten Seite? Ja. Äh, die Hella von Sinn, ähm, im sogenannten PV-Spotting. Ja. Äh, da steht natürlich drin, dass sie besonders gerne Panini-Comics liest. Natürlich. Selbstverständlich. Ja. Ähm. Von Ihabar steht ja nix, aber naja, gut. Ja. Äh. Ne, hier steht aber, dass sie, äh, das Schattenspringer-Comic, äh, mag, und das hat sie, glaube ich, in Erlangen auch erwähnt, wenn ich mich erinnere. Ja, in Erlangen, glaube ich, und sogar auch, äh, in, in, in einer dieser, äh, äh, Comic-TV, ne, was war denn das? Äh, ja, gab's doch diese kurzlebige Comic-Web-Serie. Was ich interessant fand, äh, war tatsächlich dann auf der ersten Seite ist Werbung vom Al-Verlag drauf und die bringen, was ich nicht wusste, äh, Sixth Gun, hier als bezeichnet, die, die sechste Waffe. Da sind ja schon ein paar Bände draußen, ne? Ja, da ist schon einiges draußen. Ich hatte damals den ersten und den zweiten US-Band, glaube ich, gelesen. Ja, das war eigentlich sehr unterhaltsam. Finde ich gut, dass das jetzt auf dem deutschen Markt, äh, erschienen ist. Also, hätte ich nicht vermutet, ja. Aufgezeichnet-TV, das war's. Da hat sie kurzzeitig moderiert und da hat sie es, glaube ich, auch schon mal irgendwie erwähnt, meine ich. Naja, gut. Ähm, was haben wir denn? Comic-Action ist vorbei. Ja, ist interessant, dass da jetzt, äh, nochmal was über die Comic-Action ist, aber hey. Gut, das war die Ausgabe für November, Dezember, vielleicht haben sie es in der letzten Ausgabe vergessen. Hm. Eigentlich, muss ich mal sagen, oh ne, gut, nee, das sag ich nicht. Ähm, okay. Blättern wir uns mal durch. Marvel kann ich eigentlich weitestgehend fast überblättern, außer, das ist natürlich dann eher was für dich, ne? Ja, hab ich mir, also, Deadpool, äh, hatte ich ja seinerzeit im Abo, aber ich musste irgendwann mal einfach davon wegkommen, das war mir einfach irgendwann zu viel. So, das sind nur die Kapper, die von Dings sind, oder? Von Mike Orwood, sieht das doch aus, oder? Ist das nicht Mike Orwood? Hm, ja, es wirkt auf jeden Fall so in der Art, aber. Oder es hat sich einer sehr, äh. Aber es ist nicht der offizielle Zeichner, ne. Oder es hat sich einer sehr, äh, inspirieren lassen. Ja. Also, als gezeichnet steht hier, äh, als Zeichnet stehen hier, Matteo Lolli und Iban Cello. Okay. Ja. Matteo Lolli klingt auch wie ein Pornotarsteller, oder? Irgendwie so. Naja, gut. Damit kenne ich mich nicht so aus, Stefan. Ja, du am wenigsten, ne? Ja, sonst irgendwas von Marvel, was dich jetzt so anspricht? Ähm, ich hab, Marvel macht einige interessante Sachen, da wird es ja jetzt die Universen, auch so ein bisschen vereinigt, dass sie den, äh, Mike Morales jetzt integriert haben als Spider-Man, dass sie den, äh, Spider-Man 2099 integriert haben, aber das sind alles... Das ist ja Old Man Logan. Ja. Sind alles so, ähm, Figuren, die mir nicht, äh, die mir nicht so besonders am Herzen liegen auch. Also, äh, Miles Morales war okay zu lesen, aber ob ich jetzt ausgerechnet im aktuellen, äh, Marvel-Universum mehr von dem bräuchte, weiß nicht, ist jetzt auch bei den Rechern in irgendeiner Art und Weise integriert, aber da bin ich jetzt auch nicht so firm. Was wir natürlich wieder reingehauen haben, ist hier Rocket Raccoon, äh, also Rocket und Groot steht, heißt diese, ne? Rocket Raccoon und Groot. Das, was komisch ist, weil du ja schon mal den Einzelband, den du noch hast, glaube ich, aber die ja im Original, äh, nur Groot war eigentlich, ne? Ja, das lässt sich halt besser verkaufen halt wiederum, wenn da Rocket Raccoon noch mit draufsteht. Scotty Young hat's sogar geschrieben, aber Zeichner ist halt Philippe Andrade, Aaron Conley, Jay Foskett, keine Ahnung, müsste man mal gucken. Äh, die Covers sind jedenfalls, und das eine Cover hier ist jedenfalls von Scotty Young, das andere sieht mir sehr nach dem Zeichner aus, der auch diesen, äh, Band hat, den wir schon vorgestellt haben. Mhm. Ja. Der, der, der Hawkeye Megaband 3, ja. Da hattest du ja auch den ersten, hattest du den zweiten auch noch geholt, oder? Nee, noch nicht irgendwie. Mhm. Also der erste war sehr gut. Eigentlich wollte ich den zweiten auch holen noch. Der zweite ist auch an mir vorbeigegangen irgendwie, das hab ich irgendwie nicht mitgeschrieben. Howard the Duck hattest du ja den ersten? Howard the Duck hatte ich auch den ersten, genau. Wirst du weiter dabei bleiben? Wirst du mal gucken, ja. Hat mir eigentlich Spaß gemacht, ja. Ja. Guardians of the Galaxy, liest du das? Nee. Ja. Gut, dann natürlich hier, hier eine Menge Spider-Man. Ja. Deadpool. Die ganzen, äh, Kollektionen von Highshed gehen weiter. Ja, dann geht's. Batman hab ich im Abo, also da muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Genau, Batman hab ich auch im Abo, noch eine der wenigen Serien. Ich müsste es halt auch mal lesen, ne, nicht nur in meine Kiste stellen. Wem sagst du das? Batman Dark Knight 3? Ich muss sagen, ich genieße es allerdings auch dann, wenn ich dann wirklich das Run-mäßig lesen kann. Und da wär's mal wieder stark an der Zeit, dass ich diese Kiste, die da, äh, unter dieser Gitarre sich befindet, ähm. Ach, das ist alles, was du noch nicht gelesen hast? Nee, 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 das, das sind die Floppys. Achso. Das sind die Hefte. Floppys? Das sind die Hefte. Ja, das sind Floppys. Ähm. Kaffee hier. So, dann haben wir, gut, Justice League hab ich auch im Abo, da passiert mir auch nix weiter. Also, dass ich da irgendwas verpasse. Irgendwie mich da grad wieder mal im Darkseid kriegt die, äh, die Erde 3 mit. Schauen wir mal. Bin ich mega genervt von diesen ganzen übergreifenden Dingern. Was ich, äh, halt, äh, na gut, ich find's, solange es einigermaßen sinnvoll erklärt ist, immer ganz gut, aber schau mal mal. Ja, du bist ja eh eher weltraumaffin dann auch so ein bisschen. Ja, und Parallelerden find ich eigentlich auch immer ganz toll, wenn's halt gut gemacht ist. Hier, Batman, Gotham, Babies, was eigentlich, äh, in den USA als Little Gotham erschienen ist, ähm, werd ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Äh, hab ich ja schließlich auch schon Figuren von, also muss ich da auch mal in die Comics-Serie reingucken. Dann, da könnte ich meinen Arsch für wetten, dass du das nimmst. Ja, Batman Adventures 1 ist ja schließlich natürlich ein Kreis, weil damit hat damals die große, äh, Superhelden-Comic-Sammelleidenschaft angefangen, mit Batman Adventures von, äh, Dino, seiner Zeit. Und dass es jetzt bei Panini irgendwann mal doch weitergeht, freut mich natürlich sehr. Von daher, ähm, jetzt bin ich da halt nur mal gespannt, äh, weil sie hatten ja in diesem Mad Love Band, den sie jetzt nochmal rausgebracht hatten, äh, auch eine Geschichte drin, die eigentlich aus der Reihe schon stammen müsste. Schauen wir mal. Ähm, Poison Ivy kriegt eine eigene Serie. Also, hatte sie natürlich in den USA schon, die erscheinen dann jetzt auf Deutsch. Mhm. Sechsteilige Mini-Serie anscheinend. Ja, komplette Mini-Serie in einem Band. Mhm. Werd ich mal reingucken. Black Canary auch. Mhm. Ähm, ist jetzt, glaub ich, nicht ganz so meins. Was hingegen interessant klingt, ist dieses Superman American Alien. Das ist wohl nochmal wieder eine andere Herangehensweise an den Superman Mythos. Mhm. Mal schauen. Francis Manapool ist natürlich auch immer, äh, äh, Grund für mich. Ja, das ist aber auch wieder, wenn ich das richtig sehe, also es steht ja, illustrieren die wichtigsten Augenblicke im Leben des stehlernden Helden. Das hört sich für mich wieder so. Wir gucken mal, wie machen wir die Origin, wir machen mal diese Szenen oder jene Szene neu. Ja, ich hoffe halt nicht, dass es wieder eine reine Neuinterpretation ist. Mhm. Ähm, aber das Leben des Jungen kann, naja, mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Und, äh, wie gesagt, es ist auch eine abgeschlossene Miniserie. Viel verkehrt machen kann man eigentlich da nicht. Mhm. Äh, die Suicide Squad, äh, lagert Mitglieder aus und bringt Deadshot in ein Extraband. Weiß ich nicht. Midnighter Megaband hat mich irgendwie noch nie so ganz gereizt. Ähm, ich weiß es nicht. Midnighter fand ich sehr interessant in der Original-Authority-Serie. Ja. Also das, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber mit der Zeit ist es immer mehr abgeflacht. Mhm. Und mittlerweile ist es halt auch nichts Besonderes mehr, wenn man so eine Figur hat. Also zu der Zeit, als die Authority aufkam, war das halt noch innovativ, eine andere Version der Justice League zu zeigen. Aber mittlerweile haben wir das 20 Mal gesehen, ne? Ja. Dann hat der liebe, äh, Janu hier eine Anzeige, eine ganzseitige geschaltet. Ja. Da haben wir dann natürlich das nächste Crossover der Art, nämlich Ghostbusters. Ghostbusters Teenage Mutant Ninja Turtles ist natürlich für mich auch wieder ein absoluter Pflichttitel. Das passt auch irgendwie sehr gut zusammen halt, ne? Das sind zwei Ebenen, äh, der Darstellung von New York, die relativ gut zueinander auch passen, ne? Ja, und zumal hier hast du jetzt halt, äh, so einen cartoonischen Stil, der mir schon sehr gut gefallen hat. Äh, da gab's halt auch noch eine Solo-Serie von den, äh, Ghostbusters vorher. Ähm, sieht sehr interessant aus. Wird ich mir auf jeden Fall kaufen. Ist eh generell sehr gut, was er in letzter Zeit für Sachen da geholt hat. Er hat sich die, die Red Queens von Image geholt. Äh, er hat Garfield, was ja auch ein relativ großer Bereich wahrscheinlich nach wie vor in Deutschland ist, äh, geholt. Also bin ich sehr gespannt, wie das so einschlägt halt, ne, mit den neuen Sachen. Dann wird für den Februar schon mal angekündigt, dass, äh, dann auch hierzulande der Desiree BIRF stattfinden wird. Also, ich, ich hab mir das durchgelesen. Den Kommentar dazu könnte ich so unterschreiben. Ich, ich hab mir das durchgelesen, äh, was da, was dazu stand. Und da, da war ich mega gelangweilt. Ähm, nach dem Event Flashpoint wurde vor gut vier Jahren das neue DC-Universum gestartet. Dabei wurden die Herkunftsgeschichten von DC-Ikonen wie Batman, Superman, Flash oder Wonder Woman aufgefrischt und teilweise sogar neu erzählt. Aber einige beliebte DC-Figuren sind bei diesem Neustart in stark veränderter Form aufgetreten, wurden ersetzt oder sind gänzlich verschwunden. Das Event Convergence Anfang 2016 brachte noch einmal viele jener Charaktere, beziehungsweise deren frühe Version zurück. Und es wurde offensichtlich, dass einige von ihnen bei dem Leser in weiterhin sehr großer Beliebtheit sich erfreuen. Die Macher bei, die, für die Macher bei DC ein Grund, sich auf die Historie und Wesenszüge dieser Figuren zurückzusinnen. Reaper verschmilzt nun die DC-Universum vor. Und nach Flashpointen, weißt du, wir machen das ultimative Chaos und dann verschmilzt wir uns mit dem Chaos anderer Zeiten. Ja, also das, ich weiß es nicht. Also DC immer, immer wieder neu, immer wieder Crysis, immer wieder. Ich, ich, ich komme da nicht, ich komme da nicht mehr drauf. Das ist auch mir zu viel. Also einfach, dass DC im Moment mal wieder das große, also was heißt im Moment, also in den letzten Jahren einfach immer wieder so, dass wir überholen uns selbst. Das hat ja, das große hat ja mit DC New 52 angefangen. Dann, wie gesagt, DCU war nochmal so ein leichter Umschwung wieder. Und jetzt gibt es dann DC Rebirth und wir mischen jetzt Alt und Neu, damit wir möglichst die alten Leser beibehalten, aber die neuen nicht schon wieder verprellen. Was dann halt dazu führen wird, dass, ich meine, das dürfte an der Stelle einfach für diejenigen, die schon so ein bisschen das ganze Volk haben, kein großer Spoiler mehr sein, dass es dann einfach von vielen Figuren zwei Varianten geben wird. Also, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das so, ich meine, davon wollte man ja eigentlich weg, indem man das Multiversum dann irgendwie doch wieder abgeschafft hat oder doch nicht oder dann gibt es dann aber innerhalb eines Universums plötzlich zweimal dieselbe Figur, also sei es jetzt unterm Codenamen oder sogar eigentlich als, als Figur an sich. Also sehr merkwürdig, das ist alles. Naja, gut, gucken wir erstmal, was noch davor, also da würde ich auch weiterhin sehr, auswählen, ne, was dann, äh, was dann Rebirth anbelangt. Ja, erzählt mir bitte einfach gute Geschichten, ich brauche einen ganzen Multiversumskrempel nicht, erzählt mir einfach mit den Leuten, die sowieso sagen, eine gute Geschichte, mehr will ich doch gar nicht. Ja, zumal man dann halt auch schon angekündigt oder vorsichtig angekündigt hat, dass, äh, auch irgendwie die Watchmen dann ins DC-Universum kommen und das war ja. Hammer, hatten wir auch schon Rent drauf. Es ist, das, das ist einfach so, ich weiß nicht, unnötig, weißt du, man hat ja Watchmen noch hier Before Watchmen gemacht und hat gesagt, okay, wir erzählen halt noch so Geschichten, weil wir denken, wir hätten noch mehr zu erzählen, ja, da wollen halt einfach mit den Charakteren noch ein bisschen Kohle verdienen, aber dass man das jetzt noch diesen Schritt gehen will, offensichtlich, ich weiß nicht. Naja, gut. Ähm, Wonder Woman muss, ist immer so eine Sache, muss man mal gucken, obwohl das jetzt der dritte Band hier ist, mal gucken. Ich glaube, davon, von, von den, von dem Neustart dieser Reihe habe ich auch gar keine Bände genommen bisher, ähm, müsste ich mal reingucken. Ja, ob man dann irgendwie nochmal, ähm, alle Bände am Stück sich irgendwie beschafft. Mhm. Dann, äh, Batgirl, die neuen Abenteuer, habe ich schon gekauft, die ersten beiden Bände, allerdings noch nicht reingelesen. Ja, Harley Quinn, wie gesagt, die Hauptserie habe ich noch nicht gelesen. Mal gucken, ob ich das irgendwann nochmal nachhole. Wird mir zu albern. Ähm, Deathstroke, ähm, fand ich den ersten, so mittelmäßig, den zweiten habe ich jetzt noch gar nicht gelesen oder auch noch gar nicht gekauft, glaube ich, weiß ich nicht. Entweder hat es mich nicht genug abgeholt oder, ähm, naja, schauen wir mal. Green Lantern, geht immer. Sinestro auch. Ja, Aquaman, Batman, Superman. Es wird weniger, sagen wir mal so. Ja, also Robin, der Sohn des dunklen Ritters, äh, fand ich den ersten, zumindest optisch ganz schön. Gelesen habe ich noch nicht, aber schon mal durchgeblättert. Ja, die Figur ist mir einfach nicht sympathisch genug. Ja, das hört man von vielen, ne? So ein Arschkind. Ja. Dann Robin Wow ist eigentlich so ein Titel, der mich, äh, schon grundlegend interessiert hat, aber. Vielleicht mal gesammelt oder so, ne? Ne, ist ja gesammelt, das sind ja zwei Bände, ne? Also, das ist ja, wenn das mal. Zwei von zwei, das sind ja zwei so, äh, Trades. Hm. Ne? Ja, äh, Batman 66 geht schon in Band 5. Hab ich die ersten beiden gelesen? Ja, ähm. War für mich schon ein relativ runder Abschluss, weiß ich nicht, ob ich es nochmal weiterlesen möchte. Ja. Äh, das sind alles so Wackelkandidaten halt, also bin ich mir noch nicht sicher. Mal Reimblättern im Laden und dann. Ja. Und, äh, Panini macht natürlich auch weiter mit, äh, der Weiterverwertung von, von, von dem Videospiel, also Injustice. Das, das vierte Jahr Band 1, immerhin schon, ich glaube bis zum fünften Jahr geht es und dann gibt es nochmal irgendwie, äh, noch eine Reihe, äh, also scheint sehr erfolgreich zu laufen, deswegen wird es ewig gemolken jetzt. Ähm. War auch bisher immer sehr gut gemacht, also, äh, die Bände, die ich bisher gelesen habe. Ja. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt oder ob sich irgendwann auch totläuft. Wäre eigentlich schade drum. Ähm, ja, Batman Paper. Lieber Beck habe ich ja dann immer schon in den Heften gelesen, wenn ich es irgendwann mal gelesen habe. Batman Europa habe ich kurz gezockt, ähm. Gab es ja schon als zwei Heftausgaben. Und jetzt gibt es das, glaube ich, nochmal. Zum ersten Mal als Sammelband. Nochmal komplett in dem Miniband, äh, äh, komplett in dem Sammelband, die Miniserie. Das sind ja nur vier Ausgaben gewesen. Also, pro Heft war es, glaube ich, zwei Ausgaben. Ja, also, ich dachte, also, Batman und Joker arbeiten zusammen, weil es beide eine Seuche haben. Ist halt so ein, auch so ein bisschen generische Idee. Ja. Also, da werde ich auch nochmal reinblättern, ob das optisch was für mich ist. Mhm. Mal gucken. Batman, das Beben wird nochmal neu aufgelegt. Ja, war eine wunderschöne Story. Ob ich die nochmal lesen muss, weiß ich nicht. Mal gucken. So, das ist jetzt in der Tat was, was mich doch dann sehr interessiert. Die Dark Knight. Eine wahre Batman-Geschichte. Auch unter Vertigo-Label erschienen. Vertigo? Oh, tatsächlich. Ja. In der Paul Dini erzählt, ja, was ihn an der Serie geprägt hat. Also, er hat ja seinerzeit auch Harley Quinn erfunden. Mhm. Und er selber wurde mal beim schlimmen Überfall schwer verletzt. Und da haben ihm Batman und die verschiedenen anderen DC-Figuren geholfen, dieses Trauma zu überwinden. Und das Ganze hat er in Comic-Form gepresst. Gezeichnet natürlich dann auch noch von einem ganz Großen, nämlich Eduardo Risso. Ja. Ich weiß, du bist da nicht so ein Verehrer. Aber ich glaube, da passt es ganz gut zu. Also, von daher. Ja, also Risso, Risso, gerade weil Paul Dinis geschrieben hat, finde ich es halt sehr interessant. Du siehst, es sind hier in der Panini-Vorschau auch diverse Seiten schon, wo du halt auch die Hommagen, die da teilweise verbaut sind oder Serien, auf die er sich besonders zieht, verbaut sind das nicht alles, ist nicht alles in diesem typischen Rissurs-Deal halt auch gehalten. Okay. Ja, da bin ich auch mal. Also, da, da werde ich dabei sein. Da bin ich garantiert auch dabei. Trotz, trotz. Es ist interessant, es ist interessant, dass uns die ganzen normalen Serien nicht interessieren, aber dieses Ding, aber das ist halt auch, weil es was Besonderes ist. Das ist dann mal was Besonderes. Richtig. Das ist halt auch wieder nur ein Band, da kann man nicht viel falsch machen und ja, das ist auf jeden Fall was, was ich mir kaufen werde auch. Jetzt nähern wir uns schon dem Bereich der Panini-Vorschau, der mich primär da interessiert. Das Sandman Overtüre ist jetzt auch gesammelt erschienen, da hatte ich ja die Einzelbände seiner Zeit schon rezensiert und zwar klar, es wird irgendwann gesammelt, aber ist auch klar, dass Panini da nicht wartet mit dem, wenn da vier Geschichten erschienen sind, haben sie das rausgehauen, damit die Leute nicht auf die Trades umschwenken, wobei ich immer sage, Gaymen und Sandman generell würde ich nicht unbedingt im Original lesen, weil doch das ein bisschen kompliziert ist als bei der typischen Wolverine-Serie. Ja, Fables, The Wolf Among Us, in Verbindung auch mit dem Spiel zu sehen, mit dem Telltale, habe ich noch nicht auf dem Schirm. Bei Fables müsste ich auch mal wieder auf Stand kommen, da stehen einige. Ausgaben hier noch rum, die ich noch nicht gelesen habe, deswegen gehe das auch erstmal zurück. Ohne entschlossen bin ich noch bei Text, speziell bei dem Band, der jetzt rauskommt, der Held und Legende, es kam ja schon ein bisschen was von Text, aber das ist jetzt wohl neues Material. Und zwar, das sind halt auch Namen, die in Deutschland nicht unbedingt auf den ersten Begriff was sagen, aber Text ist ja auch so ein italienisches Ding. Und da treffen jetzt Paolo, Euloteri, Serpieri und Tex Willer zusammen. Und ja, also das könnte ich mir, da werde ich mal auch mal gucken, ob ich da irgendwo eine Leseprobe oder irgendwas finde oder wenigstens ein paar Panels, um mal zu schauen, ob das was wäre. Das ist auch in sich abgeschlossen. Und da werde ich mal in die Geschichte reinschnuppern, jetzt mit dem neueren Material. Was natürlich ein Must-Buy ist, ist Trigern wieder. Das geht weiter, auch wieder mit einer schönen Trigger-Rakete vorne drauf. Und ja, es wurde ja jetzt auch mal Zeit, dass es da auch wieder mehr in Richtung All geht. Jetzt, wo er die drei Jungs auf Trigern abgeworfen hat. Nein, 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 das, äh, ja. Ja, neue Geschichten mit Vater und Sohn. Wie heißt Trigo, ne? Heißt die Welt, oder? Trigan heißt die Welt und Trigo heißt er. Ah, so rum. Hier ist jetzt natürlich wieder neue Geschichten von Vater und Sohn bei zwei. Also schön, dass das offensichtlich funktioniert, dass die Leute für interessieren. Hast du denn schon mal, nein, hast du natürlich noch nicht in diesen Sammelbarten, reingeguckt? Doch, reingeguckt habe ich schon. Ja, aber nicht gelesen. Nicht, nicht durch exerziert, weil lesen muss man da ja auch nicht viel. Eigentlich gar nichts. Ja, ja, nee, ich weiß, aber habe ich irgendwie noch nicht so richtig. Was sagst du denn so, die kleinen Knöpse, ne, der kriegt der Knöpse. Der kriegt der Lüse. Liest du das weiter, oder? Ne, das hatte ich angefangen, aber da habe ich den zweiten jetzt irgendwie verpasst und vielleicht hole ich mir die irgendwann mal, wenn es komplett vorliegt. Also es ist halt eine offene Geschichte noch und im Gegensatz zu Triggern, was halt immer in sich abgeschlossen ist, würde ich das dann lieber in einem Stück lesen. Dann kannst du auch mehr so weg von diesem Serien denken, ne? Ja. Ja, also ich muss das nicht, wenn das mal komplett vorliegt, dann stelle ich es mir vielleicht auch komplett ins Regal, weil ich es vom ersten Eindruck her interessant fand. Aber jetzt erst mal abwarten, wären es vier Bände, wären es fünf Bände und ja. Star Wars, natürlich habe ich die Heftserie im Abo. Die kommt automatisch zu mir. Die ganzen Sonderbände und sowas lese ich da in dem Bereich nicht. Also da reicht mir tatsächlich aktuell die Heftserie. Dr. Who bin ich nicht im Thema, Warcraft bin ich nicht im Thema. Also das hat sich... Ah, hier, was für die Trolle, ne? Die ist die Superhero Girls Band 1. Also da sind sie einfach noch zu sehen. Hast du die auch schon geholt? Nee, habe ich mir noch nicht geholt. Aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es mal den Töschchen von Bekannten mitbringe, die auch so ungefähr in dem Alter sind. Ja, finde ich nicht schlecht. Ein bisschen älter vielleicht. Deswegen mal gucken. Ja, momentan ist halt einfach mehr... Die haben ja schon Disney versaut. Und wenn wir jetzt dann noch mit DC anfangen, ich weiß nicht, ob mich dann die Mutter killt. Momentan ist es mehr auf Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen. Die sind vielleicht ein bisschen zu jung, um das wahrzunehmen. Ja, was schön ist, Über geht weiter mit dem zweiten Band. Die Serie Über hatte ich ja auch gelesen bei Comixology. Nee, nee, da ist halt wieder, ne? Im Prinzip die Nazis kämpfen mit Meta... Irgendwie hat es das schon mal vorgestellt. ...Menschen gegen die Alliierten. Und das ist dann die Wunderwaffe quasi, dass man Superhelden oder Supersoldaten in dem Fall gegen die Alliierten kämpfen lässt. Und die Alliierten schaffen natürlich dann auch wieder ein Gegenpol dazu. Und natürlich. Ich hatte das bei Comixology seinerzeit in irgendeinem Sale mir gekauft. Das ist eine Thematik, die mich pauschal anspricht. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Einfach mal reinblättern. Wobei ich auch bis Ausgabe 25 den Eindruck hatte, dass es noch nicht ganz so in die Pötte gekommen ist, wie ich es gern hätte. Wie immer wird dabei sein, Crossed plus 103. Aber auch hauptsächlich, weil die Serie dann abgeschlossen ist. Ah ja. Ich fand das Szenario gut, dass man einfach guckt, Zombie-Apokalypse oder wie immer man die bei Crossed nennen will. Wirkliche klassische Zombies sind ja eigentlich nicht. 100 Jahre später, wie hat sich die Menschheit weiterentwickelt. Das ist übrigens auch was, was ich bei The Walking Dead denke. Irgendwann müssen die Zombies doch mal alle sein, so viel wieder ständig gekillt werden. Aber hier wird ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktionieren könnte und auch sehr gut weitergesponnen von Alan Moore, wie er sich das Ganze vorstellt. Ich hatte nach wie vor ein Problem mit der Sprache, die aber schon im Original seltsam ist. Also ich brauche diese Gedanken, wie hat sich die Sprache weiterentwickelt mit neuen Worten, dass ich quasi ein Wörterbuch dazu brauche. Und das hindert mich am Lesefluss. Ich hatte mir ja gesagt, ich würde mir eine übersetzte Version in normaler Sprache gönnen, wenn es das mal geben sollte. Gut, dann sind wir jetzt schon durch, sind wir schon bei Crosskalt. Crosskalt oder irgendwas? Ja, da gibt es schon, aber es ist natürlich... Das wäre vielleicht mal ein Blick wert. Ja, das Crosskalt Hellboy werde ich natürlich, wenn schon mal ein neuer Hellboy-Band jetzt nach Jahren rauskommt, werde ich den natürlich selbstverständlich auch ordern. Das ist gar keine Frage, aber auch die haben ja so mega... Also es ist halt so ein Fass ohne Boden halt auch. Crosskalt werde ich wieder bei... Spätestens in München dann mal wieder zuschlagen. Wenn die Jungs vor Ort sind, dann wird wahrscheinlich auch, vielleicht sehen wir dann wieder den, zum Beispiel von der Auckland-Saga oder sowas, den Zeichen oder sowas. Da werde ich dann mal zugreifen. Oh, hier deine Abteilung Manga. Ja, überblättern. Das Thema kommt in letzter Zeit ein bisschen durch, ohne die Damenbeteiligung. Und Sepp halt auch. Ich müsste auch mal wieder mit dem Seppenröntchen machen, wenn es sich ergibt. Ja, wie gesagt, ich wäre auch ganz gern mal mit dabei. Momentan, letztes Mal hätte es sich, als ich in der Nähe vom Sepp war, hätte es sich angeboten, weil ich da eh anderthalb Stunden vom Flughafen in Frankfurt im Stau stand. Da hätte ich auch schnell eine Episode mit dem Sepp aufnehmen können. Das müssen wir einfach mal wieder machen und das forcieren. Ja. Vielleicht mal wieder bei unserem kleinen schwedischen Restaurant. Gut, dessen Namen wir jetzt nicht mehr. Fix dich der Doctor Strange-Film an, der hier so... Der Film auf jeden Fall. Da würdest du hingen gehen mit Matze oder wie der... Ja, so mit dem Krübschen, ja. Genau. Reizt mich irgendwie gar nicht. Also, die Figur ist okay. Ja, ich fand den Trailer jetzt interessant. Da wüsste ich noch nicht mal, ob ich mir da die DVD holen würde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nee, also, den werde ich mir sicher angucken. Ja. Das sah schon interessant aus, ja. Aber mal gucken. Was macht Serien-Business bei dir? Wo bist du da aktuell dran? Äh, 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 House of Cards. House of Cards. Ja, ich... Was ist, was nicht so wirklich mit Superhinden zu tun? Ich bin ja, äh, was Serien betrifft, spätgebärend jetzt mit Amazon Prime und, ähm, da hatte ich mir tatsächlich jetzt mal, ähm, die, äh, sag schnell, ähm, The Walking Dead. Mhm. Da ist jetzt die sechste Staffel erschienen, die fangen wir jetzt an, da bin ich jetzt einigermaßen aufschlangen. Ja, da müsste ich auch irgendwann mal aufholen, da haben wir irgendwann mal in der zweiten aufgehört. Ja, für mich war es am Anfang nicht so interessant, weil ich dachte, ich weiß ja sowieso, was alles passiert, aber aktuell, äh, in den, äh, Staffel drei, vier ist, ist die Handlung komplett, komplett ins Blaue hinein, weil das nicht passiert, was in den Comics so passiert. Okay. Und auch Figuren auftauchen, die du so nicht kennst und am Anfang war es für mich halt nicht mehr spannend, weil ich das alles schon sehr, sehr, äh, klar sind es einige Jahre, seit ich es gelesen habe, also die sind ja auch, äh, relativ weit hinten dran, aber das macht es für mich jetzt wirklich interessanter, das zu sehen. Preacher hatte ich gesehen, das ist ja eine Amazon, äh, eigene Serie, die sie von irgendwem gekauft haben, der es produziert hat und fand ich, als, als großer Preacher-Fan war ich nicht enttäuscht, also es hat mich überrascht, wie sie es gemacht haben, sie haben es auf eine sehr, ähm, ungewöhnliche Art und Weise abgefilmt, also es ist nicht immer so sehr, sehr seltsame Atmosphäre, die sie da produzieren und, ähm, es ist auch nur ein kleiner Teil in der ersten Staffel enthalten, ähm, von dem, was, was Preacher letztendlich mal werden wird, aber unterm Strich finde ich ganz gut, wenig gelungen finde ich, dass, äh, die, die Tulip, also die, die Dame des Herzens von Preacher, also von Jesse Custer, äh, äh, wurde, wurde als, als Schwarze dargestellt, das, ähm, weiß ich nicht, ich verstehe, ich verstehe das immer nicht, warum man das machen muss, warum man sich dann von der Vorlage entfernt, also, ist, unterm Strich hat es irgendwie gepasst, aber, ähm, wie gesagt, in meinem Kopf sieht die halt anders aus, ne, also mir, mir ist es grundsätzlich egal, äh, welche Haarfarbe, äh, Hautfarbe da jemand, äh, irgendwie hat, äh, aber in, in meiner Vorstellung sieht die, äh, Tulip halt so aus, wie die Dillen mal gemacht hat, der ja jetzt leider auch verstorben ist, ne, also das, ähm, da, äh, also bei mir sieht Preacher halt aus, wie Dillen zeichnet, ne, ja, und in vielen Sachen haben sie sich sehr dran gehalten, also, sie haben, äh, den Vampir relativ gut dargestellt, ähm, das ist alles in Ordnung und auch, äh, von, von dem Preacher-Schauspieler bin ich auch, äh, sehr angetan, ähm, aber Tulip hat mir irgendwie nicht so zugesagt, dafür sind sie mit, mit Arschgesicht sind sie relativ gut übereinander gekommen, ne. Gut, das, äh, wie gesagt, ja, gab ich halt überhaupt kein Vorwissen, aber mhm, die Serie werde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal angucken, ja, ja, demnächst. Ja, ansonsten, was hatte ich denn noch so gesehen oder mal angeguckt, ne, ich glaube jetzt nichts, was Richtung Comic-Verfilmung geht oder sowas von den Serien, ähm, The Man of, äh, Luke Cage steht noch auf der Liste, das hat ja jetzt auch angefangen. Ja, Superhelden-Verfilmung, äh, nach dem Green Arrow hatte ich ja seinerzeit noch als DVD gekauft, äh, irgendwann mir zu, zu Soap-mäßig wurde. Äh, äh, die Marvel-Dinger sind ganz anders. Mhm. Wirklich, also die, äh, Amazon Prime hat, äh, jetzt auch exklusiv The Tick. Stimmt. Da werde ich mal einen Blick rein riskieren, auch wenn ich mit der Vorlage nicht so viel, äh, Berührung hatte. Gut, da kenne ich halt auch nur die Zeichentricks-Serie aus den, aus den 90ern. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird, wenn wir jetzt, äh, The Walking Dead durchhaben. Ähm, bin ich da, und, äh, was ich jetzt, äh, in einem Wochenende als Strohwitwer gesehen hab, da, äh, gab's nämlich, da hatte ich wirklich ein Wochenende nur für mich. Mhm. Und das wurde ausgiebigst mit Zocken und Serien verbracht. Also, es war hervorragend. Mhm. Also, ähm, so, so, ne, also, nicht, dass ich das sonst nicht schätze oder so, aber es ist einfach auch mal schön, wenn wir sich nur wirklich da drauf konzentrieren. Ja. Und, ähm, weil ich das doch relativ wenig, äh, in letzter Zeit gehabt habe und da hab ich dann The Man in High Castle gesehen. Ah, ja. Das geht allerdings nur zu, äh, zu zehn Folgen sind momentan draußen. Ich weiß gar nicht, ob es fortgesetzt wird. Ich könnte es auch verstehen, wenn es nicht fortgesetzt wird. Also, der Hintergrund ist eigentlich sehr spannend. Das ist wieder das typische, äh, Deutschland hat, äh, den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Ja. Indem sie nämlich auf, äh, Washington Atombombe geworfen haben. Also, ne, also hätte durchaus, ja. Äh, Amerika ist geteilt in den, in den, äh, Osten, der von den Japanern besetzt ist. Äh, auch mit der ganzen japanischen Kultur. Und in den anderen Teil, äh, quasi westlich der Rockies, der von den, von den Deutschen besetzt ist und, äh, zum, zum Großdeutschen Reich gehört. Mhm. Und, äh, ja, Hitler lebt noch. Okay. Und, auch die, es wurde auch sehr relativ viel Zeit drauf verwendet, die Architektur und sowas anzupassen. Also, dass du halt in Deutschland dann ein SS-Hauptquartier stehen hast und sowas und überall sind natürlich Fahnen und bei den Japanern ist wieder ganz andere, äh, Atmosphäre halt in San Francisco als wäre überall, äh, Chinatown so ein bisschen, ähm, aber auch die, die ganze Kultur, sprich, äh, Selbstverteidigung oder auch die Mythologie, die japanische, herrscht da sehr vor. Mhm. Und, äh, von, von der Grundidee hat mir das ganz gut gefallen, aber die, die See kommt nicht in die Patte. Also, der, der japanische Thronprinz, äh, oder einer von den Adligen wird umgebracht und dann steht ein Krieg ins Haus, weil, weil, äh, die Deutschen sagen, ja, ja, eigentlich hätte mit denen ja nicht unbedingt Halbamerika geben müssen. Okay. Die sind Japaner auch so ein bisschen untermenschenmäßig unterwegs, ne, so die Einstellung. Es ist aber auch sehr interessant zu sehen, äh, wie sich diese, diese, dieses System, was, äh, in, in diesen, äh, Nazi-Jahren hier geherrscht hat, dann so in Amerika so weiterentwickelt. Also, sie haben dann auch Armbinden, aber halt mit diesen, äh, rot, weiß-rot gestreift halt von der, von der Fahne halt. Und, äh, das, das passt aber relativ, äh, erschreckend gut zu dem Amerika-Ding. Das ist halt ein bisschen gemischt, das ist halt 20 Jahre nach Kriegsende, mit, mit diesen 50er, 60er-Jahres-Stil von den Amis halt, ne, und hast auch ganz viel von der Musik drin. Und eigentlich ist die Idee ziemlich geil, aber für irgendwie, äh, ich hatte auch mal so die ersten, ich glaube, drei Folgen oder was reingeguckt und es hat mich auch so irgendwie so, äh, es müsste mehr, mehr Action, oder, äh, es war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, das ist nicht unbedingt, also irgendwie so. Ja, es sind ein paar schöne Enthüllungen drin, gar keine Frage, aber. Ja, der Ansatz ist ja auch gut, also, das war ja das, was mich auch interessiert hat, aber irgendwie so, ich weiß nicht, es, 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 vielleicht nochmal die Chance geben, aber. Es tauchten auch, äh, dann, wie gesagt, es gibt, es gibt natürlich einen Hitler-Auftritt, es gibt, äh, Heidrich haben sie einen Schauspieler gefunden, der relativ nah dran ist, aber auch viele Unbekannte und es sind aber auch vielmals so, so Fragen, die ich mir so stelle, die, die Rocky Mountains sind dann so als neutrale Zone deklariert zwischen den beiden Ländern und da frage ich mich, warum, weil das ist ein einziger Versammlungspunkt, äh, für Opposition und, und verfolgte Minderheiten und das, das wäre in so einer Welt, wäre das glaube ich nicht, äh, würde man das niemals als, als quasi gesetzfreies Land da irgendwie, also, äh, das Szenario finde ich interessant und, und wirklich, äh, teilweise gut verarbeitet, aber das, äh, was es letztendlich ist, also letztendlich werden, ist ja schon in der ersten Folge, also deswegen kann man das, ist kein großer Spoiler, es werden, äh, Filmspulen gefunden, die zum Beispiel zeigen, die Landung in der Normadie, die es aber in diesem Land niemals gegeben hat, ne, und später im Verlauf werden weitere, äh, äh, Filmspulen gefunden, wie zum Beispiel, äh, die, die, die Konferenz der Siegermächte oder sowas, äh, und das gab's ja in diesem Land halt, äh, in dieser Welt halt einfach nicht, und hatten wir natürlich als Comicleser, ist man natürlich schnell Parallelwelten, äh, alternativen Realitäten und so weiter und so fort, und die sind da auch dran, was zu machen, aber das kommt viel zu wenig in die Patte, da, 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 da hätte wirklich irgendein anderer Regisseur oder sowas hätte, der ein bisschen mehr Gas gibt und vielleicht ein bisschen weniger Figuren, aber dafür voll, voll auf die Eier halt, ne, naja, klar, das, ähm, ist schade, also, ich hatte mich sehr drauf gefreut. Ja, nee, wie gesagt, die, die Grundidee fand ich auch sehr interessant und spannend, aber irgendwie hat, da hatte ich doch denselben Effekt, dachte so, irgendwie das, irgendwie kommt das nicht so ganz in die Pötte dann, ne, aber gut, ich werde irgendwann trotzdem mal weitergucken, weil, so, wie gesagt, das Grundsätze hängt an sich, ja, irgendwie stehst du zu Doctor Who? Ähm, ich fand die erste neue Staffel ziemlich gut, mit dem, äh, der hat das nur eine Staffel lang gemacht hat, ich glaube, Eggleston oder so. Die machen es immer nur eine Staffel, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, sind schon. Gibt's welche, die wir haben, ne? Ja, 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 ja. Ähm, den nächsten fand ich auch noch ganz gut, der, der hier, äh, ah, wie heißt, Mann, ich und Namen, ja. Also, den nächsten Doktor fand ich dann auch noch sehr gut und, äh, aber ich hab dann irgendwann mal, wie das so ist, man hat dann, kommt dann irgendwann raus, kommt, guckt nicht weiter und dann so aus den Augen, aus den Sinn erst mal, aber ich hab's vor, irgendwann nochmal, äh, nachzuholen. Also, ist ja jetzt auch relativ frei verfügbar bei Amazon Prime oder Netflix. Und von daher. Du hast beides, oder was? Ja. Mhm. Und von daher werde ich das dann irgendwann mal weitergucken. Mir wird ja dauernd, äh, von verschiedenen Podcasts und so weiter und, und auch, äh, von verschiedenen Leuten, die man so kennt, diese, wie heißt das, ist Strange Things oder sowas, diese 80er-Ding, aber das ist natürlich nur auf Netflix, ne, das nehme ich so rein. Muss ich, muss ich auch noch gucken. Das, äh, wird ja sehr oft gelauft, aber, wie gesagt, kann ich leider, und ich, ich hab eigentlich auch nicht vor, jetzt aktuell Netflix abzuschließen, weil momentan bin ich mit... Ja, das Schöne bei denen ist halt, da kannst du monatlich raus, ne? Ja, aber ich bin, bin momentan mit Amazon Prime, da kann ich wahrscheinlich noch, äh, zwei Jahre gucken und finde, weil ich einfach das jahrelang nicht gemacht hab. Ja. Also ich, ich hab einfach Serien, wöchentlich im Fernsehen sind viel, es läuft ja noch, äh, im Free-TV irgendwo, das, das war mir irgendwann so blöd und wenn, dann hab ich mir eine DVD-Box gekauft, aber jetzt, da ich das alles zur Verfügung hab, nutz ich's natürlich dann auch. Naja, klar. Speziell, weil es einfach ein schönes Feature ist, zu gucken, wenn man Bock hat und nicht, wenn, wenn irgendwer anders, äh, Bock hat. Äh, ja, nur bei Amazon hast du halt, läufst du halt immer Gefahr, dass die es irgendwann wieder aus dem Programm nehmen, ne? Ja, 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 aber es gibt so vieles. Gut, macht Netflix auch, aber nie so, so von heute auf morgen, sondern die kündigen das dann, glaub ich, sogar größer an, also so ne. Ich hab halt auch, ähm, noch viele Filme, die ich irgendwann mal, immer mal gucken wollte, aber wo ich noch nicht dazu gekommen bin und dafür ist es halt auch gut, also es ist nicht gut für, für aktuelle Sachen zu gucken, weil das halt offensichtlich relativ lang dauert, bis irgendwas kommt, aber um den einen oder anderen Klassiker, den ich vielleicht nicht, äh, ähm, gesehen hab, paar Sachen von, von, äh, von, von, von Smith. Äh, Kevin Smith hol ich nach und so, ähm, weil ich das einfach zu der Zeit nicht so hatte und, äh, das Gute ist ja, ich, ich kann es angucken, wenn ich sage, ich find's scheiße, dann ist es nach zehn Minuten wieder weg, ne? Ja, klar. Da bin ich eigentlich relativ glücklich mit aktuell. Vor allem, weil es halt auch gut läuft. Also das hätte ich nicht vermutet bei dem Internet. Ja. Ja. Gut. Gut. Äh, ich glaub, dann haben wir an der Stelle genug Material gesammelt. Ähm, äh, du führst noch ein bisschen weitere Gespräche. Ja, ich mach jetzt praktisch einen, äh, 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 Ortswechsel und, äh, melde mich dann wieder mit einem Überraschungsgast. Dann frohes Schaffen. Dankeschön und bis zum nächsten Abend. Adios. An dich. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leger Legende. Leger Legende. Jetzt werden vielleicht einige Zuhörer sich überlegen, na gut, nach einem Satz vielleicht noch nicht, aber vielleicht habe ich die Stimme ja schon mal gehört. Sag doch mal ganz kurz. Noch einen Satz. Noch einen Satz. Und dann vielleicht auch, ob du nicht sogar schon mal zu hören warst in diesem Podcast. Also, noch ein Satz ist, jetzt fällt mir nicht noch ein Satz ein, das überspringe ich mal. Ich war schon mal im Podcast zu hören, schon mehr als einmal. Oh, wo kommt denn der? Wo haben wir einen Satz gefunden? Wo kommen die denn jetzt her? Das habe ich nicht vorhersehen können. Gut. Ja. Von alleine hier. Gut. Praktisch, ne? Ja. Ich war schon in diversen Podcasts, aber nicht in allzu viel. Ja. Sind das schon Tipps? Vielleicht nachher Gewinnspiel? Sind das Tipps? Alles mal merken. Nee, nee, nee. Das kann man schon auflösen. Aber das Gewinnspiel, wenn wir eins machen, das stricken wir dann um was anderes. Genau. Sprechen wir nachher nochmal. Aber. Jetzt hören die Zuhörer nicht zu. Jetzt glauben sie, es geht nicht darum, dass er einfach alles. Ja, aber wir müssen ja nicht verraten, wo du warst. Also in welcher Episode genau, das wüsste ich jetzt auch gar nicht. Wir können nur sagen, du warst schon zweimal in Comic-Cookies-Podcasts zu hören und einmal im Etage-13-Podcast. Echt? Hm. Da haben wir so eine kleine Aufnahme nach dem Kino mal gemacht. Stimmt. Richtig. Ja. Ja, genau. Das Kino war auch in einer ziemlich hohen Etage. Da war die Lichel-Legende dabei. Weißt du, das war eine hohe Etage. Unter anderem anderen Namen, aber sie war dabei. Ja, sie war dabei. Ich glaube, wir haben sich da mit Klarnamen angesprochen, aber den lassen wir heute mal aus, weil heute geht es um Comics und das ist so dein Comic-Bezugname, sagen wir mal so, ne? Ja, Lichel-Legende. Wenn jetzt unsere Zuhörer auch zufälligerweise Leser unseres Blogs sind, sind die vielleicht auch schon mal über diesen Namen gestolpert. Kann sein. Denn du hast da schon jetzt vor kurzem mal einen Beitrag verfasst. Unklarnamen, ja. Ja, mit Lichel-Lichel-Legende. Genau. Was ging es denn im Beitrag? Kannst du das noch mal kurz ein bisschen erläutern? Ja, den hatte ich ja geschrieben, den müsste man lesen, wenn man jetzt lieber zuhört. Ich habe meinen ersten Beitrag geschrieben. Vielleicht lasse ich den auch irgendwann mal als Buch drucken, aber vielleicht schreibe ich erst noch weitere Beiträge. und da habe ich einfach noch mal einen Sammelwert draus machen. Genau, ja. Limitiert mit Prägung auf dem Cover und Goldfolie und so. Mit einem gestanzten Elefanten. Vielleicht bei Splitter in der 20-Jahre-Jubiläumsausgabe oder sowas. Ja. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Kannst du noch ein paar Beiträge machen, ja. Ja. Aber gut, dass wir das jetzt schon mal geplant haben. Sonst ist irgendwann das Jubiläum und es wird knapp. Ich habe da, ja. So wie mit einem Comic-Stammtisch-Jubiläum, wo wir immer noch nichts irgendwie zustande bekommen haben. Ja, ist fast rum. Als ich den Rudi getroffen habe, hat er gesagt, ich finde es ja schade, dass da keiner so aktiv was macht. Ja, wir haben es ja ein bisschen versucht, aber wir haben es halt nicht so richtig, also ich habe, wir haben jetzt. Aktiv sein ist nicht so einfach wie passiv sein. Ja gut, aktiv habe ich es halt in dem Blog gepostet schon mal zumindest. Es gibt ja einen eigenen Blog jetzt auch für den Comic-Stammtisch, aber irgendwie hat sich da auch keiner so richtig angesprochen gefühlt. Vielleicht verfolgen es auch zu wenige noch. Wahrscheinlich. Den Blog haben wir ja auch dieses Jahr erst gestartet. Ein bisschen meinerseitig als Geschenk gedacht, aber an den Stammtisch. Da war die Werbung zu klein. Zu kurz, zu wenig, zu... Ja. Wahrscheinlich gab es in dem Blog bis jetzt auch kein Gewinnspiel. Egal. Wir haben es auch schon mal am Radio erwähnt, als wir da zu Gast waren bei Fogilber. Aber naja gut, egal. Das hören halt die Leute alle nicht und dann wundern sich, dass es da nichts gibt. Ja. Cool. Ja, ich habe ein Nebengeräusch gemacht. Das ist für mich auch neu. Also für mich ist das ein Highlight, wenn hier Nebengeräusche passieren. Ja. Hört man das auch? Ich weiß es nicht. Ja, wenn du nah genug rangehst, hört man das hören, ja. Ich nehme mal einen Schluck. Er spielt jetzt ein bisschen. Also ein bisschen Atmosphäre, Atmo nennt man, wenn wir das für Podcaste. Ich fand das immer voll gehört, wenn andere Leute getrunken haben, weil es war für mich völlig uninteressant. Das ist ein bisschen Atmo-Könsthal zu geben. Ja, es könnte zu Atmo werden. Ja. Ich habe in meinem Blog, äh, in meinem Post geschrieben, einfach nochmal umspannend. So zum Thema hier. Genau. Dass ich ab und zu schon einmal bis zweimal in meinem Leben einen Comic gelesen habe und da war auch schon mal ein US-Comic bei. Und sich der Hörer fragt, warum lacht er jetzt? Ja, es waren drei. Ja, pass mal, obacht, weil dazu kommen wir ja dann später noch. Da wird sich dann der Hörer auch denken, ja, ein bis zwei, drei. Okay, weiter. Und da war auch ein US-Comic dabei und US-Comics bestellt man aus USA. Das hat man früher anders gemacht als heute, aber es hat sich im Laufe der Jahrzehnte etwas entwickelt, dass in Amerika Comic-Vertriebe, ähm, ja, entstanden sind, gewachsen sind, pleite gegangen sind, neue gekommen sind, Konkurrenten gekommen sind, äh, alle Konkurrenten verschwunden sind. Und auf einmal gab es nur noch Diamond und das ist heutzutage ein gigantisch großer Comic-Vertrieb und der bringt monatlich einen neuen Katalog raus mit Sachen, die zukünftig erscheinen. Und zwar kommt der monatlich raus und kündigt an, was in zwei Monaten rauskommen wird. Und das ist der Vorschau-Katalog Previews und das ist das Durchschlagewerk, also es ist durchschlagend, es ist ein Nachschlagewerk, aber vorher, deswegen ist es ein Vorschlagewerk, es ist erschlagen, hat mehr als 600 Seiten jeden Monat und da wird präsentiert und vorgestellt, was man vorbestellen kann. Diese Vorbestellmengen werden gesammelt beim Vertrieb, gebündelt an die Verlage weitergegeben und dann wissen die Verlage, wie vorher das Interesse bei den Comics ist, nachdem Anfang der 90er mal fast der Comic-Markt zusammengebrochen wurde, weil Verlage Sachen produziert haben, die keiner gekauft hat, ist das so das System, das den amerikanischen Comic-Markt ganz gut ins Gleichgewicht gebracht hat. Und da in diesem Previews von Diamond sind alle in Amerika erscheinenden Comics, Klammer auf, Ausnahmen gibt es immer, der, der es nicht in Previews schafft, hat vielleicht kein Geld, um darin sich zu präsentieren, Klammer zu, drinnen, die einfach nur, ja, gelesen werden wollen und das tue ich dann ab und zu mal. Das war bestimmt ein sehr komischer Satz. In meinem Kopf hat es aber Sinn. Du meinst, das zu lesen dann, das Comic? Erst einmal den Katalog lesen, das ist schon mal, das ist mehr als manche Leute Comics lesen und dann lesen manche Leute den Katalog und die Comics und ich habe mal so einen Katalog durchgeblättert und habe dann mal in meinem ersten Beitrag geschrieben, was man Eindruck von diesem Katalog fand. Du hast den zu dem Zeitpunkt aktuellsten genommen und hast einfach mal, ja, schön fand ich auch, gut, jetzt haben wir den Beitrag nicht hier, aber schön fand ich dann auch, aber das sollen ja die Hörer dann eventuell auch mal nachlesen, verlinken werden wir den Beitrag. Was dann für eine Zahl rauskommt, wenn man denn wirklich jeden Artikel einmal bestellen würde, das finde ich dann immer ganz witzig. Also über 600 Seiten klingt schon sehr viel, aber manche Leute wollen ja auch wirklich viele Comics oder viele Artikel kaufen und wenn man jeden Artikel in diesem Katalog einmal kaufen würde und bezahlen müsste, dann wäre das eine Summe und das könnt ihr nachlesen. Der da jetzt aktuell praktisch angepriesen wird. Genau. Voll krass. Das wird ja, es ist unfassbar. Es ist krass, also die Kataloge waren ja früher in erster Linie für die Comic-Läden, die bestellen sollen und dann wissen, was es gibt, um es vorzubestellen, um es dann im Laden zu haben. Es ist so viel pro Monat im Katalog, das kann, also es gibt keinen Comic-Laden auf der Welt, der jeden Artikel einmal da haben kann. Deswegen ist es auch für die Kunden eine gute Sache, wenn sie einfach den selbst durchblättern und sagen, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern das. Man darf von keinem Comic-Laden erwarten, dass er jeden Monat über 80.000 Dollar ausgibt, nur um zu gucken, ob auch für jeden ein Comic dabei ist, egal, welchen Geschmack hat. Man darf damit entscheiden, man muss damit entscheiden, um nicht zu kurz zu kommen. Jetzt habe ich ja schon eine Richtung von der Summe genannt hier. Aber nachlesen, um zu sehen, wie viel das ist. Ja, ich sag mal, so ganz große Comic- oder prominent platzierte Comic-Läden in den USA machen das vielleicht sogar, aber jeden Artikel einmal zu bestellen, aber das reicht ja dann meistens nicht aus. Also für neue Erscheinungen gibt es gar nicht. Also in dem Laden gibt es gar nicht so viel Platz. Was auf 600 Seiten Katalog ist, das ist nach einem Monat der Laden voll, nach zwei Monaten, die Leute müssen ja alles leer gekauft haben, das passiert aber nicht. Dann ist mehr als ein Laden passend nach drei Monaten. Wie läuft denn das mit Merchandise dann meistens überhaupt so? Also da wird sich ein gewisser, jetzt sagen wir mal, irgendwas wird sich da schon bestellt, aber jetzt nicht alles und eine Auswahl, sagen wir mal. Also bevor es das Internet gab, haben wir Läden auch schon irgendwas in den Regalen gehabt. Es gab auch vom Internet schon Comicläden und die haben auch was in den Regalen gehabt und da gibt es einfach nationale Nachfragen. Ja, so wird dann auch vorbestellt quasi. Genau. Wir sind ja in der Gegend von Frankfurt und Frankfurt hat sich im Laufe der letzten 35 Jahre entwickelt, dass es mal ein Comicladen, dann zwei, dann drei, dann vier und so weiter gab. Allein in Frankfurt, in einer Stadt, ist ein Comicladen A das Interesse der Kundschaft so gewichtet und ein Laden B schon anders. Also es gibt da in der Berliner Straßencomicladen, da gibt es eine ganze Hietke Abteilung, der Hietke ist der Verlag gewesen, der von den Betreiber des Verlags aus Liebhaberei die Sachen aus den 50, 60er Jahren nachgedruckt hat, was damals von deutschen Zeichnern rauskam, in Piccolos und Co. In einem anderen Laden hat sich das null, also nicht eins, zwei, sondern null mal verkauft. Das heißt, die Leute, die sowas lesen, sind aus irgendeinem Grund dort und haben das gefunden und sind da geblieben und andere Kunden kaufen dann schwerpunktmäßig was anderes in einem anderen Laden und so ist das natürlich nicht nur in Frankfurt, sondern weltweit, dass hier ein Schwerpunkt, da ein Schwerpunkt, hier hat vielleicht auch der Verkäufer selbst ein Trend gesetzt, selbst was empfohlen und entwickelt, also eine Kundschaft dafür entwickelt, gibt es ja auch und dann hat halt der eine Laden alles von, was weiß ich, Brand Hello Kitty, der andere Laden hat alles von, was weiß ich nicht, Marvel, Marvel und DC vielleicht, der eine hat Marvel und der andere hat DC. Nochmal kurz zum Previews, da habe ich jetzt irgendwie, oder hattest du ja auch mal kurz noch einen Link rumgeschickt vor kurzem, dass da DC jetzt auch einen eigenen Spatenkatalog macht im Grunde, so ähnlich wie das Marvel auch schon die ganze Zeit gemacht hat oder? Habe ich das schon geschickt? Ja. Oh, ja. Also, wenn ich, also schreiben ist immer etwas, dass das in meinem Kopf schon passieren könnte, aber in echt schreiben muss man ja gerade Zeit haben, gerade Stiftbruder. Also das hast du nur mal so in unsere internen Gruppe irgendwie geschickt, ja, aber noch nicht offiziell irgendwie als Blogbeitrag. Genau, ja. Also. Nehme ich jetzt was vorweg? Ups. Nee, 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 überhaupt nicht, weil es ist ja erst der dritte Schritt. Also erster Schritt ist neben diesem 600 Seiten und mehr als 600 Seiten starken Katalog, in dem jede Menge Comics vorpräsentiert werden und jede Menge Merchandise vorpräsentiert wird, gibt es zusätzlich noch mehr Seiten, in dem man dann den Marvel Previews noch dazu hat. Das heißt, Marvel war früher im Katalog mit drin und hat jetzt einen extra Eigenkatalog, den man beim Kauf des Previews kostenlos dazu kriegt und da werden dann halt die Marvel Sachen vorangekündigt und DC macht das jetzt nicht so, dass da monatlich ein Katalog kommt, sondern erstens möchte jeder Verlag so sein eigenes Konzept haben, weil es für diesen Verlag so mehr Sinn macht und neben dem Präsentieren und Vorstellen und sich selbst repräsentieren. Im Internet wollen die dann auch ein Printprodukt haben und der DC Verlag hat davor dreimonatlich, ich glaube, es soll DIN A4 circa groß sein, also es ist alles circa, weil die Norm ist ja europäisch. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll das dann drei, also alle drei Monate so ein circa DIN A4 großer Katalog kommen, der nicht nur vorankündigt, sondern entertaint. Okay. Das heißt, da kommen dann Interviews und sonst was und da ist DC jetzt nicht der erste, sondern wovon ich komplett begeistert bin, ist halt das, was der drittgrößte Verlag Image macht in den USA. Die bringen halt monatlich jetzt einen Katalog raus, der die ersten drei, vier Ausgaben, wenn man den Preface-Kauf kostenlos dazugab und jetzt stand schon immer 1,99 drauf, jetzt kostet es dann auch 1,99. Man muss als Kunde mitbestellen, kaufen und das ist halt nicht nur ein Vorschau-Katalog, sondern Image ist im Preface hauptsächlich drin, mit all den neuen Sachen, diese präsentieren sogar mit Leseproben und das Magazin, das heißt Image Plus, diese 2 Dollar, also 2 Euro hierzulande, lohnen sich komplett, weil es einfach nur ein Entertainment-Magazin ist zum Thema Comics, allerdings halt nur für Image. Da sind Sachen, schon mal bevor es irgendjemand anders weiß, vorangekündigt, Interviews, Leseproben, in der Mitte immer ein Centerfall, also so ein Poster und zwar mit einer Illustration von irgendeinem sehr beliebten Comic. Hinten kommt immer noch mal ein Laden auf einer Seite vorgestellt, der in Amerika irgendwo was Besonderes, was Eigenes hat und wow, die haben was Besonderes, was Eigenes, die leben das richtig, Comics zu lieben und was ist noch, es gibt noch so 2, 3 weitere Rubriken, das macht das Heft richtig rund und was DC jetzt genau bringen wird, weiß ich noch nicht, weil es es ja noch gar nicht gibt. DC hatte schon mal so vorab ein Magazin rausgebracht, ohne dass sie gesagt haben, es soll regelmäßig kommen und das war grob gesagt ähnlich wie jetzt das, was Image macht. Sind wir mal gespannt. Das wusste ich doch noch gar nicht, siehst du was gelernt. Hat sich schon gelohnt. Ja, jetzt wird sich der Hörer, der dich aber jetzt so gar nicht kennt, fragen, woher weiß denn der das alles? Ich habe das irgendwo mir angeeignet. Du hast dir das irgendwo angeeignet. Wir schlagen langsam die Brücke da hin. Also es gibt verschiedene Details. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Ganz vorne. Seit wann bist du denn Comic-Fan? Oder Comic-Leser? Also ich bin im Moment ja ein Mensch, Menschen neben Zeit linear, vorwärtslaufend war und das heißt, alles hat ja angefangen, dass ich irgendwann mal auf die Welt kam, ein bisschen gewachsen bin, Fähigkeiten mir angeeignet habe durch Sozialisation und alles andere und dann kam ich dazu, dass ich lesen gelernt habe, optische Dinge wahrnehmen konnte, Kombination davon, Bilder und Text wahrnehmen konnte, verknüpfen konnte, dann hat mir irgendjemand ein Comic gereicht. Das fand ich interessant. Weißt du noch, welches? Das weiß ich nicht. Also ich habe früher in einem Haus gelebt, wo auf dem Dachboden Spielwiese für uns Kinder war, ich habe zwei Brüder und mich und da haben wir auf dem Dachboden querbeet Spielzeug gehabt und also Dachboden ist ausgebaut, richtig schön, das einzige schiefe Deckens für Erwachsen nicht blöd, nicht gut, aber für Kinder stört das nicht, weil die nicht so groß sind und dann lagen da auch Comics rum, die von meinem großen Bruder, die Freunde und mein großer Bruder zusammen da oben gelesen und liegen gelassen hatten und da habe ich auch mal reingelesen, das waren irgendwelche Superhelden-Comics, Plastic Man, berühmtere Sachen wie Spider-Man und Batman und Superman. Ich überlege gerade, was noch bei war. Zu der Zeit gab es dann auch sowas noch wie Paulchen Panther und Dicke und Doof, aber erinnern kann ich mich, was war mein erster Superheld, den ich wahrgenommen habe als der, der solle Superkraft war, irgendwie Plastic Man. Natürlich hatte ich jetzt nicht alle zur Auswahl und konnte nicht gucken, wie viele Superhelden es gibt und nur von den Heftchen, die da oben rumlagen, war halt der Spider-Man, vielleicht war es auch gerade ein blödes Heft, wo er mehr Peter Parker als Spider-Man war, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwie der Plastic Man war, ja, aus Erinnerung an meiner früheste Kindheit, wo ich Comics wahrgenommen habe, der Superheld, der mir zuerst aufgefallen ist. Okay. Ja, also viele, viele, viele Jahrzehnte später, nee, so viele nicht, viele, viele Jahrzehnte später, gab es da nochmal Plastic Man von Kyle Baker, das war dann auch genau die Wiederkehr mit dem Künstler, der das nochmal richtig gut Slapstick-artig gemacht hat. Es ist inzwischen auch auf Deutsch erschienen, nicht bei Panini, weil sich das aus deren Sicht überhaupt nicht gut verkauft, es passt einfach nicht ins Konzept, das ist viel zu Slapstick-artig und viel zu wenig Superhelden-artig, aber es ist in dieser Eagle, was ist denn die, in der Ausgabe, ist es, bei diesen DC-Bänden ist da auch irgendwo, glaube ich, Plastic Man von Kyle Baker mit Bayern, da müssen wir mal reingucken, weil es ist, also reingucken, wenn man Slapstick-Cartoons wie Zeichentrick und sowas mag, das ist cool, kostet voll irgendwie 12,90 als Hardcover-Buch bei denen, das ist, und dann habe ich auch noch irgendwann mal von meinem Bruder aktiv mir in die Hand gedrückt bekommen, ein Clevern-Smart-Heft und das fand ich als Kind so cool, dass ich auch eins haben wollte, also Superhelden sind einfach nur Comics, die da oben rum lagen, die habe ich durchgeblättert und wenn ich fertig war, habe ich sie da auch wieder liegen lassen, aber ich wollte nach so einem Lesen von drei, vier Clevern-Smart-Heften wollte ich ein eigenes haben und da habe ich angefangen, mich nach umzuschauen, mir ein Clevern-Smart-Heft zu kaufen und weitere Clevern-Smart-Hefte zu kaufen und die alle toll zu finden, ich fand die anfangs nur ein bisschen arg, arg brutal aus meiner Kindersicht und mein Freund aus der Zeit, der fand genau das das Coole und ich fand es genau das Witzige, die Kreativität des Zeichners, des Autors, das fand ich das sehr gelungene und ich fand einfach nur das Brutale ein Element, um die Witzigkeit nochmal auf die Spitze zu treiben, aber ich habe mich eh dran gewöhnt. Clevern-Smart habe ich dann auch gesammelt, dann habe ich irgendwann mal Mad noch wahrgenommen, mitgekriegt, toll gefunden, witzig gefunden und habe dann Mad auch gesammelt, aber als Kind sammeln, das heißt, wenn ich Taschengeld habe, dann gebe ich es aus für ein Naschzeug und vielleicht auch für ein Comic. Comics gab es damals noch nicht überall und Läden habe ich auch irgendwann mal von meinem Vater gesagt bekommen, dass es da einen gibt. Das klang so wie, den gibt es ja schon immer und bin ich als Kind mal mit meinem Papa hin und fand das obercool im ganzen Laden nur mit Comics, das ist ja echt cool. mein Vater hatte mir damals nicht so gesagt, dass ich es so verstanden habe, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch gar nicht gewusst, dass es den Laden relativ neu gab, also der war dann gerade frisch eröffnet, hat 82 in Frankfurt einen Comicladen aufgemacht und ich bin gar nicht aus Frankfurt, ich muss dann jedes Mal als Kind mit einem Erwachsenen natürlich nach Frankfurt reinfahren und habe da immer dann mein ganzes gesammeltes Geld ausgegeben, was wenig gesammeltes Geld sofort weg war für volle Preise. Als Kind hat man das dann eher auf dem Flohmarkt lieber ausgegeben, wo man feilschen kann, wo man sogar für 60 Pfennig irgendwas gekriegt hat, wo man manchmal einen Monat gespart hat, um mit viel Geld auf den Flohmarkt zu gehen, dann gab es nicht so viele Flohmärkte wie heute, aber es gab in Offenbach am Main einen Flohmarkt, da waren Privatstände, da waren nur ganz wenige Händler und da gab es Comics und da habe ich mein ganzes Geld verballert für ein paar wenige Schallpläne und für viele Comics und auf einmal hatte ich nicht nur zwei Comics, sondern ein paar mehr. Das ist natürlich alles subjektiv, als Kind kam mir das wahnsinnig viel vor, dass ich auf einmal einen Stapel Comics hatte oder noch mehr. Bei dem Stapel ist es ja auch geblieben, ich habe dann nicht noch zwei, drei weitere dazugekauft, dieser Stapel ist halt mein ganzes, was ich jemals gelesen habe und das reicht auch, das möchte ich auch jedem empfehlen, wenn man einen Stapel hat, aufhören, nicht weitermachen, den Weg nicht weitergehen, sondern das Leben, noch andere Aspekte entdecken, finden, Klavierspielen lernen, Ballett studieren, ich weiß es nicht. Ach nee, warte mal, das war bei mir doch anders. Ich habe doch nicht aufgehört Comics zu lesen, ich habe dann doch weitere noch gekauft und gelesen und schon als Kind auch Comics gezeichnet. Ja. Und wenn ich immer andere Interviews... Das versuchen ja viele so mal, so ein bisschen so, also wenn sie Comics lesen, dass die dann auch versuchen, ein bisschen selber was zu zeichnen, war bei mir natürlich auch so. Ja. Aber du machst das auch heute ganz gern mal noch weniger als publizierender Comic-Autor. Ja, ich habe festgestellt, dass Publizieren nur Spaß macht, wenn man Erfolg hat. Sonst hat man da Sachen publiziert und denkt, warum finden es nur drei Leute toll? Da freue ich mich dreimal, weil die sagen, es ist toll, dann denke ich, oh yeah, yeah, hier, dann mache ich jetzt auf. Aber vielleicht... Aber das kommt wieder, ja. Können wir ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen vielleicht teasern, dass da eventuell demnächst auch bei uns im Blog eventuell ein bisschen was rauskommt von dir. Ja. Ja. Das ist halt das Material, was dann den Band auch noch auflockert und frischt, der dann also zum 20-jährigen Spiegelömeum dieser Hardcover-Ausgabe mit drin sein wird. Damit das nicht nur sekundärliteratur ist. Genau, ja, aufgelockert. Ja. Ja, ich habe das Interview mit dem Horst Kotter gehört und man hat ihn ja auch reden lassen, von Anfang an hat er erzählt, wie er angefangen hat. Das ist ja das Schöne. Das ist ja beim Horst immer so, du gibst ein Stichwort und dann erzähl der halt drei Stunden lang, ja. Den Horst kenne ich auch. Den mussten wir ja bremsen ein bisschen. Genau, der Ligerlegende und der Steffen, die sind beim Comic-Treff. Da war früher der Horst auch und früher war es so, wenn der Horst angefangen hat zu erzählen, habe ich ihm gerne zugehört bis zum Ende und dann war halt meine letzte S-Bahn weg, ja. Ja, das ist richtig, das ist ja auch so, dass wenn er anfängt zu erzählen, dass er dann auch dabei bleibt, weil es ist halt dann doch interessant. Genau, es gibt Leute, die labern und auf einmal sind alle weggelaufen und wenn der Horst erzählt, das hat halt so ein bisschen Hand und Fuß und er hat so ein bisschen Einfühlungsvermögen und dann hört man ihm gerne zu. Wir haben dann manchmal, gut, das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber wir haben dann zum Teil länger auf dem Parkplatz gestanden, als wir in der Knappe gestossen haben. Horst dir noch ein bisschen was erzählt hat. Genau, ja, vielleicht bist du sogar beim nächsten Mal dabei, wir wollen ja nochmal eine Episode aufnehmen mit ihm, eine Studiobesichtigung mehr oder weniger. Ja. Vielleicht klappt das ja. Genau. Fände ich schön. Du hast einen Comic-Treffer, äh, Comic-Treffer. Comic-Treffer habe ich hier, guck mal, das ist der Comic-Treffer. Den verlosen wir, ah ne, den verlosen wir nicht. Für den einen oder anderen ist es vielleicht ein Comic-Treffer. Aber gut, ähm, das kann sein. Den Comic-Macher-Treff war das ja damals erst ursprünglich, äh, du bist dann, wann das erste Mal dahin, so ungefähr, weißt du das noch? War das, war das schon, als du, ähm, praktisch, äh, die nächste Lebensphase hatte? Die nächste Lebensphase hattest? Das war davor. Das war noch davor? Ja. Ich würde gerne wissen, wie ich mir das erzähle, dass es den gibt. Ja, muss ja irgendwie auch davon, weil, ähm, also das war davor? Das können wir jetzt schon mal spoilern, äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. jetzt nicht so weiter schlimm, aber, dass, dass ich dabei bin, habe ich ja dir zu verdanken. Ja, stimmt. Ja, denn du hast mir damals davon erzählt. Ja. Wann das war, das lösen wir gleich noch auf. Vielleicht. Ja, vielleicht ist das die Frage, wozu man mit der Antwort gewinnen kann. Vielleicht aber auch nicht. Nee. Nee? Nochmal gucken. Vielleicht auch nicht. Ja. Ja, wann, wann warst du denn da? Weißt du das? Den gibt es seit 86, weil wir jetzt dieses Jahr 30-Jährige sind. Ja, also ich gehe geschätzt 20 Jahre hin. Hm. Aber nicht genau, der Marshall weiß es vielleicht. Wo war das damals, als du dazu gekommen bist? Das war in der Romanfabrik. Das war noch in der Romanfabrik. Also kurz erläutern, also früher war das in der Romanfabrik, das war halt so, vielleicht kannst du es besser erklären, das war irgendwie so ein subventioniertes Kultur Ja. Etablismo. Gebilde. Etablismo. Ich weiß gar nicht, wie der Begriff der ist. Ja. Wo dann solche Sachen auch so vereinsmäßig so ein bisschen gefördert wurden. Genau, also jeder, der irgendwie kreativ-künstlerisch-Literatur oder auch entfernt-Literatur einen Treffpunkt brauchte, konnte diesen Raum mieten und konnte da dann seinen zum Beispiel Stammtisch abhalten und da hat der Comic-Treff sich auch dazu entschlossen, das auszuprobieren. Das hat der Marshall ja schon mal in einem Podcast erzählt, muss ich ja nicht erzählen. Naja. Und dann gab es da in der Romanfabrik einfach Im Sprinter-Podcast übrigens. Ach, war das bei dem? Ja. Ja, ich glaube ja. Das kann sein. Und dann war in der Romanfabrik das halt der Treff und bestimmt war auch irgendwo indirekt eine Idee, dass vielleicht Literaturfans A und mit Literaturfans B irgendwann mal vielleicht zusammenkommen und eine Schnittmenge bilden. Das weiß ich aber nicht. Literaturfans C werden. Das kann auch sein, ja. Und dann Großer C oder kleiner C? Das ist dann großer C. So geht abschweifen, meine Damen und Herren. Ja, ich mach weiter. Mein linker großer C ist gerade wärmer als der rechte große C. Nichts auf mein dummes Gebabbel geben hier. Nee. Das sind nur Füllereien, damit du lecker überlegen kannst. Genau, also die Romanfabrik hat dann sozusagen auch ein Programm bekannt gegeben, wann welcher Treff stammtisch sonst was da ist und damit konnten auch Leute, die das Programm von der Romanfabrik, weil sie vielleicht gelesen haben, also ich meine interessemäßig lesen und so weiter. Und dann haben die halt auch lesen können, dass es da einen Comic-Treff gibt. Dann konnte man auch dazu hingehen und feststellen, was da so ist und dann waren da früher Vorträge und ähnliches von uns Mitgliedern dabei. Und als ich dazu kam, da hat es gerade angefangen, dieses Programm so ein bisschen abzunehmen. Ich glaube, ich habe das noch ein Jahr lang mit wahrgenommen, mitgekriegt. Hauptsächlich haben sie aber erzählt, was früher alles so gemacht wurde und dass man mal wieder was machen müssen. Und ich glaube, dieses Plan, dass man was machen muss, hat eigentlich dazu beigetragen, dass man hat aufgehört, sowas zu machen. Und dann war ich halt dabei, jeden Monat. Ich bin früher mal im Kindergarten gegangen, da habe ich schon auch gerne gezeichnet und zwar Geschichten mit Ameisen. Also ist auch sowas ähnlich wie Comics, auch so Pseudosprechplatten schreiben konnte ich ja noch nicht. Und dann bin ich in die Schule gegangen, dann bin ich nach der Schule irgendwas machen gegangen, das war Studieren, deswegen war ich dann jeden Tag in Frankfurt. Deshalb konnte ich auch viel öfters in diesen Comicladen, das war damals noch der einzige, den es gab. Das war auch der in der Berliner Straße. Das ist der in der Berliner Straße 20. Der hieß vor über 30 Jahren einfach nur Comicladen, mehr Namen muss man sich Entertainment-technisch nicht ausdenken, weil das Wort Comic kam drin vor und damit wusste jeder, das ist ein Laden, wo es Comics gibt. Die Formierung sind halt Extra-Books, aber er ist viel, viel, viel später geworden und da war ich dann öfters und da war ich dann, als ich studieren war, manchmal häufiger als an der Uni, naja, das stimmt nicht, aber ich war sehr oft im Comicladen und war zufällig auch da, als etwas passiert ist, was mir vorher gesagt wurde, das nie passieren würde. Also ich habe früher auch mal nach Jobs gefragt, dann gab es noch den zweiten Comicladen, den Komiker vom Winnie und den Comicladen in der Berliner Straße und da hatte ich bei beiden mal so ganz salopp gefragt, ob man da jobben könne und der Winnie hatte damals gesagt, ihr kennt Leute, die würden das umsonst machen, es ist ganz schwierig, passiert eigentlich nie, dass wir sowas wie eine Stellenausschreibung haben und ja, dann hat irgendwann mal, ja gut, dann ist die Hoffnung halt flirten gegangen, ich will ja eh Comiczeichner werden, nicht Comicverkäufer, Comicverkäufer, sowas wie Schuhverkäufer und dann, aber als Kunde kommt man da ja immer wieder gerne hin und es ist ja viel schöner mit, ja, mit Hoffnung auf gute Comics hinzugehen, als mit Hoffnung da einen Job zu finden, was soll denn das, Comics sind cool, nicht Jobs sind cool, also Jobben, das ist, macht keinen Spaß und dann war ich aber öfters in dem Comicladen. Du hast dir das schon ein bisschen schön geredet, so die Absage, ne? Ja, ja, ich musste ja damit leben können. Das kommt jetzt gerade auch nicht, voll schwer. Ja. Ja, nee, da hatte ich ja gar keine, ich habe ja, ja, doch, war schon eine Absage, ja. Und dann war ich halt öfters in der Berliner Straße, die drei Etagen, Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss. Früher waren im ersten Stock, also im Obergeschoss die US-Comics, da war die US-Abteilung. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, das war noch ein bisschen so. Genau. Als ich früher Englisch für eine Gesangsfremdsprache gielt und mehr habe ich damit nicht zu tun, ich weiß auch nicht, was die Lehrer in der Schule damit Englisch jetzt von mir wollten. Vorsingen wollte ich auch nie. Aber es gab dann irgendwann einmal wiederum im Comica, ein Magazin, den ihr Ladeneignismagazin hieß ja Comica und da war mal ein Bericht drin über einen Comic. Comica? Comica, das sind DIN A4, selbst. So wie der Comica? Oder auch mit A hinten geschrieben? Nee, mit ER, aber auch zwei Cs. Naja, so wie mein Kumpel Basti, mit dem ich die Etage 13 mache, der nennt sich auch der Comica. Mit zwei Cs. Ja genau, so hat das Magazin vom Comica hinten mit A Hießen, Comica hinten mit ER. Und da, das habe ich immer gern gelesen, da waren auch Leserbriefe drin, da waren sogar vor langer Zeit mal Leserbriefe drin von jemandem, den ich überhaupt nicht kannte und da habe ich auf den Leserbrief geantwortet. Früher hat man ja nicht E-Mails geschrieben und in Chats und in Vorbereitung. Nee, da hat man ja noch, da hat man ja noch, also. Genau, der Kontaktaustausch nicht persönlicher Art war ja über. Da hat man ja noch Briefe geschrieben. Ja, oh je. Ja. Da hat man sich noch richtig Zeit für genommen, der schönste Sonntagspapier rausgesucht. Naja, das war da jetzt. Den schönsten Füllfederhalter von Pelikan nochmal frisch gestopft. Kalligrafie vorher noch geübt, ehe man das auf das Blattpapier mit den Tinten ist. Genau, haben natürlich verausgabt und manchmal auch kleine Elefanten dazu gemalt. Manchmal auch kleine Elefanten dazu gemalt, aber bei dem Brief nicht, ich habe einfach nur auf den Leserbrief geantwortet und viel später kam. Hast du dir nicht so viel Mühe gegeben? Ja, okay. Viel später, es wurde ja eh abgetippt deswegen. Viel später war dann, auf einmal hat sich bei mir so einen Kreis geschlossen beim Comic-Stammtisch. Früher war ja die zwei Organisatoren, der Marshall und der Nico und dann habe ich irgendwann, also ich glaube nicht, dass ich das noch in Erinnerung habe, auf wen ich da geantwortet habe, aber ich habe das dann nochmal nachgeblättert und habe gesehen, das war der Nico, der da irgendeinen Leserbrief geschrieben hat und ich habe damals dem Nico im Leserbrief Antwort geantwortet und ja, sowas kam eh öfters mal vor. Und das war halt da und da kamen in dem Comic, Comic her auch immer wieder Empfehlungen vor und was sonst noch so los ist und da war auch mal so eine Vier-Panel-Abbildung von etwas, das fand ich sehr gut. Das hieß irgendwie B-O-N-E-B-O-N oder so ähnlich. Das ist schon so lange her und so weit weg von mir. Es sind auch kaum Hinweise darauf hier in dieser Wohnung. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin ja am Rande, was hast du mal gesagt, in der Stadt am Rande des Universums. Am Rande, ja. Das ist, also ich bin beim Leser-Legende zu Gast und da ist, da ist, ja danke übrigens nochmal, dass ich überhaupt da sein darf, ja. Bitte. Da gibt es dezente Hinweise darauf, auf diese Comic-Figur, die er jetzt gerade erwähnt hat. Genau. Also diese Vier-Panel von dem Comic, der, wenn ich mich richtig erinnere, Bone hieß, die fand ich so schön und im Bericht, also dieses, dieses, diese Rezension darüber fand ich auch so angenehm für mich, also, dass ich das auf jeden Fall mal ausprobieren wollte und habe dann halt nur auch noch gelesen, was für eine Hürde, ich hätte fast gelassen, dass es halt nur in USA erscheint, das gibt es nicht auf Deutsch, ich hätte dafür das Englische lesen müssen. Ah ja. Und ja, ich bin eigentlich jetzt nicht in jedem Moment für sofort schnell richtig Entscheidungen bekannt, die ich dann einfach durchziehe, Selfmade Man, ich habe es provide gebracht, aber ab und zu kommt das schon irgendwann immer vor. Irgendwann sieht man mal ein Mädchen, da denkt man, oh, und dann weiß man gar nicht, was man jetzt gerade getan hat, auf einmal ist man bei ihr und ist schon längst mit ihr zusammen und keine Ahnung, wie es geklappt hat und auf einmal, oh, habe ich mich entschieden, ich lese mal jetzt einen Comic auf Englisch und deswegen ging ich in den ersten Stock in der Berliner Straße, war ja die US-Abteilung und da stand das Bone in so einem Display, richtig schön präsentiert rum, das ich es auch gleich gefunden habe und da waren ganz, also ganz viele Hefte, es jetzt subjektiver waren, aus meiner damaligen Sicht, viele Hefte schon da und erschienen, zwölf Hefte, zwölf verschiedene Hefte, also sie sind bei Heft zwölf von der Geschichte gewesen. Und im Grunde ein Jahrgang. Es gab dann auch schon ein Paperback, ein Jahrgang, nicht weil die nicht monatlich erscheinen, das ist von einem Independent-Künstler, der in seinem eigenen Verlag seinen eigenen Comic rausbringt. Die sind gar nicht monatlich erschienen damals. So schnell kann ein Künstler nicht zuvor jetzt kommen. Und die sind theoretisch circa zweimonatlich erschienen und ab und zu war halt mal krank und konnte man nicht und dann gab es auch mal eine längere Pause, aber ansonsten sind die zweimonatlich erschienen. Und da gab es schon den ersten Sammelband und in mir steckt sowas wie, es ist cool, das und das und das zu haben und ich weiß auch genau, dass es Sinn macht für mich und vielleicht sogar später für andere. Das heißt, wenn ich jetzt kaufe, kann ich später anderen vielleicht sogar auch noch zeigen. Und die Cover sind alle so schön gewesen von den Heftchen, aber es gab ja schon Sammelband. Und dann hatte ich den Wahn, vernünftig zu sein, habe nur den Sammelband genommen und nur noch ein einzelnes Heft und noch die Hefte, die danach kamen. Und die Hefte, die ich halt nicht genommen hatte, die damals einfach rumstanden, ich wollte sie haben und ich hätte sogar das Geld dafür gehabt, aber ich war vernünftig. Also ab und zu hat man das Gefühl, man muss der Umgebung ein vernünftig, vernünftiges Leben vorleben. Ja, aber es war blöd, weil die sind ja heute 100 Dollar, 200 Dollar wert und standen einfach im relativ guten Zustand rum. So ein Mist. Es hat sich halt ein bisschen weiterentwickelt, dass ich den Comic mochte, richtig sehr mochte. Das ist mein Lieblingscomic. Ich muss mir die ersten Hefte dann irgendwann mal später für ein paar Cent mehr nachkaufen, weil ich es komplett haben wollte. Und das ist jetzt der Comic bei dir, wo du auch sagst, da willst du halt alles von haben, was da erscheint. Das Stichwort komplett ist halt also ich, früher hatte ich das so gedacht, will ich alles komplett haben und dann habe ich mal Jahre später jemanden getroffen, der hat auch gedacht, er will alles komplett haben. Und dann habe ich unsere Sammlung gegeneinander gehalten, habe festgestellt, huiuiui, dem sein komplett ist viel mehr als mein Komplett. Der hat alles zum Stichwort Bohn irgendwie gehört. Der hat halt auch unbegrenztes Geld scheinbar gehabt. Also da habe ich nicht in echt getroffen, der lebt in Amerika, ich hier, aber wir waren halt per E-Mail befreundet und der hat mehr gehabt als ich, aber ich hatte auch Sachen, die er nicht hatte. Und alles, was ich halt mehrmals als einmal auftreiben konnte oder hatte, habe ich ihm dann natürlich gerne für seine Sammlung gegeben. Er hat auch geguckt, was er für mich noch hat und hat auch geguckt, wenn man was aus Amerika bestellt, ist nicht das Produkt teuer, sondern der Versand. Und ihm konnte ich damals sagen, kauf mir doch das hier bitte, da bestellen wir doch das. Also über Internet, dann gab es Internet in der Zwischenzeit irgendwann einmal. Und dann hat er das für mich alles gekauft und hat es einmal mit einmal Porto an mich geschickt. Leider war dann irgendwann mal mein Computer kaputt und hatte ich den Kontakt nicht mehr zu ihm. Also ich habe mir die E-Mail-Adresse leider nicht komplett merken können, grob wusste ich es, aber als ich da mal testweise eine Mail hingeschickt habe, ich wusste nicht mehr genau, war es falsch. Und heute ärgere ich mich, dass ich den Kontakt nicht mehr habe, weil es gibt heute immer noch Sachen in Amerika, da kostet das Heft 90 Cent und der Versand 22 Dollar. Und das ist halt, ja, blöd. Und ja, aber was das Printmaterial angeht, also was offiziell in einem Verlag von Bown getruckt wurde in Amerika, Klammer auf und auch in Deutsch, das habe ich dann halt komplett sammeln wollen und habe das dann auch gemacht und dann habe ich halt Bown in diesem Bereich komplett. Das heißt also Bown, da gab es ja von Carlson jetzt, die von Carlson, Genau, das ist auf Deutsch erschienen beim Carlson vielleicht. Die ist ja in der Hardcover-Reihe. Erst Softcover, Schwarz-Weiß und Silent Publications hat davon eine Luxus-Ausgabe gemacht, wurde aber begrenzt, also die mussten, die mussten sich ja einig werden, Carlson und Sallick und Sallick wollte gerne schöne Luxus-Ausgaben machen. Carlson hat gesagt, nee, nee, mach das so und so und so, dann geben wir dir auch die Erlaubnis dafür und dann durfte der nur ein Hardcover aus demselben Kram machen und hat halt vorne Stempel für die Limitierung reingemacht und das war dann die Schwarz-Weiß-Hardcover-Ausgabe von Sallick und Softcover war dann bei Carlson. Ist ein schöner Schwarz-Weiß-Comic, ein Fantasy-Funny, in Schwarz-Weiß kommt das sehr gut rüber, trägt auch die Stimmung rüber, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat, man sieht den Drachen und ohne, dass man weiß, es wird nicht erwähnt, welche Farbe der hat, hat jeder Leser im Kopf gehabt, das ist der rote Drache, das ist cool. Schöne Atmosphäre, sehr schöne Charaktere, sehr gut ausgearbeitet, sehr gut miteinander verknüpft, schöne Story, im richtigen Moment spannend, im richtigen Moment ruhiger und poetischer, im richtigen Moment urkomisch und die Story geht einfach von vorne bis hinten einmal durch, ohne Bruch, ohne Schwäche, schön. Das nächste war dann die Hardcover-Ausgabe. Auf dem deutschen Markt gab es lange Zeit Carlson, hat ja gedauert, bis es mal rauskam, komplett durch war, währenddessen ist er in Amerika auch noch entschieden, zahl ich parallel die Hardcover-Ausgabe dazu, danach gab es es dann verschiedene Bände, erste mal nicht und dann gab es später irgendwann einmal einen Chefwechsel bei Carlson, in der Comic-Abteilung war mal jemand der Chef und der hat dann einen Verlag Tokyopop aufgemacht, dann war er Chef bei Tokyopop und dieser Chef mag einfach Bone, der liebt das und der hat dann bei Tokyopop auch Bone rausgebracht, als in Amerika eine Farbausgabe rauskam. Und der hat dann im Manga-Format als Taschenbuch ein Schwarz-Weiß-Nummer Bone neu aufgelegt, das war cool, ein dickes Taschenbuch für 6,50 Euro mit dem ersten kompletten Kapitel von Bone und parallel dazu ganz neu die Farbausgabe, die dann insgesamt in neuen Hardcover-Bänden in Farbe, auf Deutsch für einen sehr, sehr guten Preis erschienen ist und der Verlag hat sich gedacht, für den sehr guten Preis muss es eigentlich jeder mal probieren, da gibt es überhaupt keine Hürde, dass man sich überlegt, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, aber es haben nur die Comic-Leser, die wissen, was Bone ist gekauft und es hat kaum jemand Neues entdeckt, das tut mir sehr leid, das ist ein Hammer. In Amerika haben es andere probiert, mal gucken, was Bone ist und in Amerika ist es von den Independent-Verlagen der Comic, der einfach immer überall, auch mit viel Kampf vom Autor, auch in die Buchhandlung kam. Hier in Deutschland ist es selbe Problem wie in Amerika, Comics gibt es in Comic-Läden und Buchhandlungen wollen dieses Teufelszeug-Kinderkram nicht, den Lesestoff, der subversiv ist. Und es ändert sich im Laufe der Zeit so ein Busy und dann geht es wieder vorwärts, wieder zurück und so weiter und so weiter. In diesem Comic-Laden war ich zufällig genau in dem Moment, als der von der Ami-Abteilung gekündigt hat und der unten an der Kasse stand, hat gesagt, du hast doch schon mal Jan gefragt. Der hat wohl auch irgendwie gleichzeitig wahrscheinlich gedacht, ich biete es ja nicht dem letzten Deppmann, sondern es ist ja ein Kunde, der nicht negativ aufgefallen ist. Und dann hat der dann spontan mich gefragt, ob ich hier jobben möchte und das war halt das Krasse und da ist schon wieder irgend sowas passiert. Also das kann man bestimmt an wenigen Händen abzählen, wie oft ich da schnell, spontan mich entscheide und zwar mich ins richtige Lot bringen. Da habe ich halt ja gesagt, ich will da jobben. Und dann hatte ich die US-Abteilung an der Backe und kann überhaupt kein Englisch. Ich kann nur, für mich ist Englisch die fremde Sprache aus der fremden Welt aus dem Universum von Bone plus, was halt im Radio an Musik läuft. Ich verknüpfe bis heute immer diesen amerikanischen Slang mit den Leuten aus Bone. Inzwischen kann ich ein bisschen besser Englisch. Ich habe dann die US-Abteilung in diesem Comic-Line Berliner Straße gemacht. Das war früher alles per Fax. Man konnte auch mit denen in Amerika telefonieren. Und dann auf Englisch habe ich mir einen abgebrochen. Mein Gegenüber war eine Dame, die für Europa zuständig war. Man hat sich dann auch über Telefon wie sie im Laufe der Zeit kennengelernt. Und ich kam mir da nicht mehr so peinlich vor, wenn ich da mein Englisch abgekrabbelt habe. Und ja, mein Englisch wurde ja auch besser. Und das Berufsenglisch für Comics ist ja auch nochmal anders, als wenn ich Berufsenglisch als Anwalt oder als sonst was hätte. Aber da gibt es auch diese Wörter. Und ja, viele, viele Jahre später wurde dann in Amerika ein bisschen was umgestellt, dass man da jetzt nicht mehr anruft. Man kann das jederzeit machen, aber man macht es nicht mehr, weil es nicht mehr nötig ist. Mit E-Mail und allem, mit Internet und allem. Aber eins meiner letzten drei, vier Telefonate kamen auf einmal raus, dass die Endziffer, die ich in Amerika angerufen habe, der nimmt immer dieselbe Dame ab, die für mich zuständig ist, die mich auch kennt, so wie ich sie kenne und so weiter. Und auf einmal nimmt er eine andere Frau ab und die hat auf einmal Deutsch mit mir gesprochen. Und dann sage ich, huch, Sie sprechen ja Deutsch. Bin ich in Amerika gelandet? Und sie so, ja, ja, aber Sie sind doch im europäischen Büro und wir können alle mehr als sieben Sprachen. Wir sprechen alle, jede Sprache aus Europa, die wir als Kunden haben. Und dann sage ich, und die, und die, das ist ja wurscht, die heißt Elisabeth. Und die Elisabeth, ja, die kann auch Deutsch. Haben Sie nie gefordert, dass Sie Deutsch mit ihr sprechen möchten? Ich wusste nicht, dass ich das kann. Und ich habe alle Jahre auf Englisch mit ihr kommuniziert, obwohl ich das nicht kann. Und die hat gesagt, Sie hätten einfach nur sagen müssen, Sie möchten auf Deutsch sprechen. Hätten Sie mit Ihnen Deutsch gesprochen? Sie kann das sogar sehr gut. Ja, aber sie ist so, du hast dein Englisch verbessert. Ja, ich habe mich eh komplett durchgekämpft. Also, ja. Die hat sich vielleicht sogar noch einen Spaß draus gemacht. Ich meine, im Zweifel hätte sie sich ja nachfragen können, wenn es wirklich irgendwas unklar gewesen wäre. Ja. Ja. Aber es hat ja auch so geklappt. Es hat geklappt, ja. Also, mein Vorgänger, der konnte auch nicht perfekt Englisch. Und früher hat man Bestellungen gefaxt. Und eine Nachbestellung war jetzt kein offizielles Formular. Da reicht es, wenn du aufschreibst, Bestellnummer und Comic hätte ich auch noch gern. Also, wegen einem faxt man nicht, aber zehn Stück reicht so ein formloses Blatt. Monatliche Bestellung ist natürlich damals so und so viele Faxseiten. Und dann habe ich so ein altes Fax, da hat er gesagt, das Ganze nehmen, das als Vorlage, wenn du nicht weißt, wie du es formulieren sollst. Und da habe ich als jemand, der schlicht Englisch kann, gesehen. Was ist denn das für ein Satzbau? Auf Englisch muss man so ganz anders schreiben, habe ich gemerkt, der andere war noch blöder als ich. In diesem Bereich, mit blöd, meine ich gar nichts Schlechtes. Ja, naja. Sondern nur so salopp gesagt. Und dann war das zum Schluss so. Zwischendrin habe ich auch mal einen Stand auf der Buchmesse geführt, habe dem, für den ich da gearbeitet, habe gefragt, ob ich meine eigenen Produkte auch präsentieren kann. Ab und zu zeichne ich ja mal ein Elefantchen. Das habe ich früher auch immer auf die Bestellung nach Amerika gefaxt, noch gezeichnet. Einfach nur als netter Gruß. In der Zwischenzeit habe ich dann irgendwann mal über den Horst das Angebot gehabt, komm, lass uns doch alle mal Postkarten drucken mit unseren eigenen Motiven. Beim Stammtisch, jeder, der mitmachen will, er handelt dann Spezialpreis mit dem Drucker aus. Wenn wir den ganzen Bogen füllen, dann ist das so und so und so. Da hatte ich dann auch zwei Postkarten mit meinem Elefantchen. Die lagen dann auf der Buchmesse vorne rum. Und auf einmal, auf Buchmesse, die Gänge können sehr voll sein, sehr leer sein. Es wechselt. Es können interessierte Leute vorbeikommen, ignorante Leute, also die einfach das nicht brauchen, was ich da an meinem Stand habe. Und auf einmal kam da eine mit so einem Kofferrolli, wie heißt das, Trolli vorbei und ist angehalten und hat gesagt, you are Michael. Was hast du deinen Namen verraten? You are Lee, Shelly. Es war halt so, deswegen ist das jetzt rausgerutscht. Macht dir nichts, macht dir nichts. Das macht es ja schon. Und die, die mit ihr gelaufen sind, die anderen Frauen mit ihren Köfferchen, die ach, I see, I see, die haben das auch erkannt und auf einmal sind alle stehen geblieben und haben gedacht, die hätten da gerade einen Popstar entdeckt oder sowas. Alle sind stehen geblieben und haben geguckt und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und dann sagt die, you are Lee, Shelly, Legende. Und dann wusste ich immer noch nicht, warum, woher soll die das denn wissen? Also das ist jemand aus Amerika, ich wusste nicht, dass sie aus Amerika ist, aber sie hat ja uramerikanisch gesprochen und war auch voll businessmäßig unterwegs und dann hat sie gesagt, I'm Elizabeth from Diamond und dann hat es bei mir erst Klick gemacht und dann hat sie erzählt, dass natürlich unendlich viele Faxe reinkommen, die werden abgearbeitet, weggeschmissen, also er ist aufgehoben, weil man das, falls Reklamationen kommen braucht, aber danach werden die weggeschmissen, einfach nur gestapelt und das ist ein riesen Großraumbüro und da gibt es eine riesen Wand und meine Faxe haben sie alle aufgehängt, weil da jedes Mal ein niedliches Elefantchen drauf war und da war ich in diesem Großraumbüro in Amerika, von den Elefantchen her, beliebt, bekannt, berühmt. So eine kleine Berühmtheit, ja. Innerhalb eines Büros, aber immerhin. Und in diesem Moment auf der Messe, alle, die in diesem Gang waren, die haben geguckt, was da jetzt gerade los ist, die haben dann hinterher meine Postkarten haben wollen, die wahrscheinlich haben sie es zehn Minuten später vergessen. Haben sich gehypt gefühlt, quasi. Ja, das Witzige ist ja, die haben ja auch immer einen Stand gehabt, ne, der Diamond, also von daher. Ja, das war meine. Hast du die dann immer mal besucht, auch noch, oder? Sie selbst ist nur, soweit ich weiß, da mit in Deutschland gewesen, soweit ich es mitbekommen. Aber so ein Zufall hat auch, ne, dass die dann ausgerichtet da vorbeilaufen und weiß ja nicht, wie das da damals war. Gab das auch schon eine Halle 3 war oder was? Damals gab es die noch nicht, ne. Die war da immer noch gar nicht gebaut, da war noch Hauptbahnhof irgendwas. Ja. Aber es ist krass, also sie hat ja sozusagen die Gänge auch geguckt, die hatte ja, also manche laufen ja einfach vorbei, die haben im nächsten Termin müssen dahin, aber sie hat ja zur Seite geschaut, sonst hätte sie ja nicht gesehen. Das war mein berühmtester Moment, also wo ich am berühmtesten war. Ja. Ja. Aber das kriegt man wieder hin. Ja, als es Internet aufkam, also heute denken die Leute immer, ich bin ein alter Sack und warum tust du dich so schwer mit Internet 8.0 oder wo wir heutzutage sind? Früher gab es halt Internet 1.0 und 2.0, 1.0 war noch nicht mal nummeriert. Und dann gab es schon im WWW auch Foren, davor war es ja Newsnet und so. Und dann habe ich auch im Comicforum geschrieben und auch meine Zeichnungen präsentiert und dann gab es auch Foren, wo ich mich ganz vorsichtig in Englisch, also weltweit irgendwo .com hingewagt habe, weil da über Comics gesprochen wurde, die ich auch gelesen habe. Und dann hatte ich als Avatar-Mini-Bildchen mein eigenes Elefantchen und dann gab es dort auch Leser, also ich habe mich da in Form bewegt, die optisch zu meinem Elefantchen passen, weil ich zeichne das Elefantchen so, wie es ist, weil ich das so mag und weil ich sowas auch gerne lese. Das heißt, Comics, die ich gerne lese, können durchaus so aussehen, so niedlich wie mein Elefantchen, das ich zeichne. Also habe ich mich in dem Bereich bewegt, wo dann auch die Leser des Forums solche Sachen gelesen haben, die so niedlich sind wie mein Elefantchen. Und dann haben die teilweise mein Elefantchen so toll gefunden. Aber wer das Elefantchen, ganz kurz einhaken, wer das Elefantchen mal sehen will, ist in deinem Beitrag, Heinz, zu sehen. Genau, es ist als Logo quasi, haben wir das so hergerichtet, dass das mit dabei ist. Genau, ja. Genau, ja. Und die haben damals auch gefordert, also die haben ja, man hat ja dann sein Avatar-Bildchen, man kann dann anklicken über mich und dann kommt da auch meine Website und dann haben die das auch gesehen und dann war das halt alles auf Deutsch getextet. Und dann haben die das damals verschiedene Leute, gefühlt sehr viele, wahrscheinlich waren sie nicht mehr als sieben oder zwanzig. Aber die haben dann, wenn man das vorher gar nicht kennt, kommen dann sieben Leute schon sehr viel vor. Wenn es dann auf einmal mehr werden, hat man das Gefühl, es ist die ganze Welt, aber es sind dann, wenn man sie zählt, nur 18 oder sowas. Und die haben das halt alle auf Englisch gewollt. Und ich hatte immer vor, es mal zu übersetzen. Und habe dann auch nur zwei, drei übersetzt und das fanden sie toll und haben auf jeden Fall gesagt, mehr. Aber ich habe nicht mehr übersetzt, weil ich das strukturiert richtig professionell die Reihe nach machen wollte und dann auch eine richtige Reihenfolge, die Strips präsentieren. Es gibt ja dann auch so einen roten Faden, so wie eine Storyline und das habe ich leider nie verfolgt und die kennen mich heute bestimmt nicht mehr, haben das bestimmt alle vergessen. Ja, vielleicht auch nicht, aber keine Ahnung. Ich kenne sie ja auch nicht mehr. Ja, vielleicht, wenn man das dann wiederentdeckt. Ja. Irgendwie, das kann natürlich sein, dass man dann das auch wiederverfolgt. Aber naja, gut. Warten wir es mal ab. Ja. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich bei Image IDW oder DC Marvel oder sowas veröffentlichen werde. Das ist noch unklar. Fangen wir erst mal klein bei CT an. Ja. CT ist ja noch klein. Also wer schon mal zehn Jahre in der Zukunft war, der weiß, das wird größer. Aber noch ist es ja ein kleines Bescheidenes. Was ist das? Unterfangen im Forum? Immer unterfangen, ja. Das ist ein Block. Das ist ein Block? Ja. Gut. Ja, das hat sich ja so ein bisschen aus einem Forum herausentwickelt und so weiter und so fort. Aber brauchen wir jetzt an der Stelle nicht nochmal aufhören, erst mal. Es geht ja um dich. Oh, echt? Ja. Gut. Soll ich mal was erzählen? Ich weiß nicht, dass du das noch nicht gemerkt hast. Bin ich schon überhören? Ja. Ja. Dann warst du im Comic-Laden. Ja. Hast auch da natürlich immer wieder Kontakt mit Bone gehabt. Ja. Also. Hast du das auch vielen, vielen Kunden empfehlen können? Ja. Also ich habe das selbst als Kunde bestellt. Irgendwann habe ich im Comic-Laden angefangen zu arbeiten. Habe es weiterhin bestellt. Das ist eine Serie, die über viele Jahre lief. Zwischendurch hatte Jeff Smith blöderweise eine Augenoperation und Augenkrankheit. Ich habe das ein halbes Jahr nicht sehen konnte. Ohne was zu sehen, kann man nicht zeichnen. Es gab eine lange Pause. Also bis er es endlich mal fertig erzählt hat, habe ich nicht fertig erzählt. Ist ja wurscht. Und ich habe das dann auch gerne den Leuten gezeigt. Und ich habe ja meinen ersten Beruf, den ich regelmäßig gemacht habe, wo ich regelmäßig Geld gekriegt habe, außer Zeitung aus Teilen, in diesem Comic-Laden gemacht. Da habe ich angefangen bei, ich habe von nichts eine Ahnung und kann nicht mal Englisch und wurde dann vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen besser. Und habe dann irgendwann rausgekriegt, es macht keinen Sinn, Zeug zu verkaufen, das ich selbst nicht kenne, wo ich selbst nicht hinterstehe. Das hat mir keiner wei gebracht hier. Aber das merkt man irgendwann, dass es eine gute Idee ist, den Leuten das zu zeigen, was man mag. Also gerade als Verkäufer. Wenn du Sachen zeigst, die gut sind, weil du sie magst, dann kannst du Leute finden, die nicht den selben Geschmack haben. Aber das ist gar nicht schlimm. Und du kannst Leute finden, die denselben Geschmack haben. Und diese Pflichten dir beides ist gut. Und als Verkäufer passiert das toll dabei. Die kaufen es dann auch noch. Und dann hat sich Bone bei uns in dem Laden sehr gut verkauft. Bone ist aber, ich weiß nicht, wie das in anderen Läden in Deutschland gewesen ist, in einem Komiker auch noch von jemandem. Die haben das ja vorher schon im Komiker präsentiert, weil der Kai Steffen vom Komiker das ja auch gut fand. Und der hat das auch seinen Kunden gezeigt und hat es auch sehr gut verkauft. Und irgendwann hat, ich glaube 1995, noch ein dritter Comicladen aufgemacht. Das war dann der Terminal Entertainment. Und dort gab es ja auch einen Mitarbeiter. Der hat Bone auch gemocht, hat es auch seinen Kunden empfohlen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal nachlesen konnte, ob es mir irgendjemand gesagt hat oder ob ich das nur einschätze. Ich bilde mir an, das hätte mir dann die Elisabeth irgendwann mal gesagt. Also Frankfurt ist eine Hochburg von Bone gewesen, anhand von den US-Comic-Heftbestellungen. Und das ist krass. Und bei anderen Comics ist mir wurscht, ob der TE3 kurz für Terminal Entertainment mehr Spawn verkauft oder der Komiker oder Spider-Man oder sonst was. Aber bei Bone habe ich immer mal wieder, also das sind ja auch Geschäftsgeheimnisse. Ich gehe ja nicht hin und frage, wie viel Umsatz habt ihr, aber es hat mich immer interessiert, wer hat wie viele Abos, also Leute, die sich das rücklegen lassen, weil sie das regelmäßig lesen wollen, auf jeden Fall auch abholen, wer die meisten Abos von Bone, der Komiker, der TE3 oder ich. Und das war immer der Comic-Laden. Das ist Thema Nummer eins gewesen. Bone ist einfach über die lange Zeit hinweg der dauerhaft sehr gut und besser werdende Comic überhaupt gewesen. Ich habe dann doch nochmal weitere Comics gelesen, um das nochmal vom Anfang her aufzugreifen. Ja, also ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt sehr spezifisch über Bone, weil das halt deine Herzensangelegenheit ist. Aber was sind denn noch so Comics, damit man sich so ein bisschen einordnen kann, die du jetzt wärmstens empfohlen hast oder auch selber verfolgt hast? Ja, also manchmal habe ich gedacht, ich müsste jetzt was Ähnliches wie Bone empfehlen, wenn jemand Bone gemocht hat, aber dabei sind das genauso Leser wie ich. Es gibt sehr viele Leser, die lesen nur DC, nur Marvel oder nur Superhelden. Es gibt sehr viele Leser, die lesen nur aus franco-belgischen Comics. Und es gibt sehr viele Leser, die lesen nur Manga. Und die wissen genau das andere, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Aber es gibt auch immer wieder zwischendrin Kunden, das sind anfangs erstmal Einzelne, aber wenn die alle zusammenzählen, sind es schon sehr viele Kunden, die sind einfach offen für einfach nur gute Geschichten, für einfach nur gute Comics. Den musst du auch, wenn die Bone gelesen haben, nicht sowas Ähnliches wie Bone empfehlen. Dann sagen die zum Schluss auch noch, das ist ja so ähnlich wie Bone, ich wollte was anderes. Also sowas kam jetzt nicht vor, aber was sehr Ähnliches wie Bone war damals, ist der House of Clause bei Dark Horse erschienen. Das war optisch sehr ähnlich. Der House of Clause? Ja. Okay. Sagt mir nichts, deswegen frage ich jetzt gerade so. Hierzulande kennt das kein Mensch. Also hierzulande gibt es ja auch so viele Sachen, die keiner kennt, die aber, also Sachen, die hier keiner kennt, die woanders herkommen. Ja, also ich habe beruflich dann halt angefangen in Previews durchzublättern und wenn man es beruflich macht, man möchte beruflich gut sein, dann fragt man sich, warum will man überhaupt gut sein? Bringt dir das irgendwas? Nee, das ging nicht um Beruf. Ich mag Comics. Ich mag Comics lesen. Ich mag natürlich neue Comics entdecken, die mir sehr gut gefallen, sonst macht das ja keinen Sinn, blöde Comics zu lesen. Und du willst sie natürlich teilen. Und teilen ist dann auch noch was und das hat gar nichts mit dem Beruf des Verkäufers zu tun, sondern, ja, das hat meine Frau auch mitbekommen und sowas. Der Freundeskreis entwickelt sich auf einmal im Berufskreis, das ist voll krass, weil du hast dann überhaupt kein Feierabend mehr. Umgekehrt, du gehst natürlich in dein Hobby zur Arbeit. Das ist, ja, hat beides so einen Vor- und Nachteil. Und ich habe im Laufe der Zeit immer mehr wahrgenommen, dass die meisten das nicht so machen, wenn sie es beruflich machen. Es gibt auch jede Menge Verkäufer, die sagen, ich habe vor drei Jahren den Laden aufgemacht, weil ich diese Comics mag und heute kommen die scheiß Kunden mit diesem Interesse rein und davon habe ich, ich verkaufe es halt, aber ich stehe da nicht hin, ey, was soll denn ich? So Leute gibt es ja auch und ich habe das halt, was ich verkauft habe, immer geliebt und auch, ja, wenn die in moderneren Sachen reinkamen, das sind auch Comics, auch Kunden, die jetzt selbe Interesse haben wie ich, die habe ich einfach, ich sage jetzt mal, gemocht. Die muss ich gar nicht hassen, wie manch andere Verkäufer. Und ich habe den Previews dann halt Seite für Seite durchgeblättert. Das war sozusagen mein Tool, mein, 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 ja. Ja, klar. Arbeitsbibel. Meine Arbeitsbibel, jeden Monat. Und früher war der Netz 600 Seiten, das hat es im Laufe der Jahre gegeben, ja. Frage, die mir gerade eingefallen ist, ist, hat es auch umgekehrt mal funktioniert, dass also du gemerkt hast hier, der und der Comic, den du eigentlich vorher überhaupt nicht beachtet hast, wird relativ häufig gekauft, da scheint ja doch was Interessantes dabei zu sein, den gucke ich mir jetzt mal näher an. Im Laufe der Jahre gab es da vereinzelt immer mal wieder so einen, das waren dann bestimmt auch irgendwann mal mehr als fünf. Da ist das auch insgesamt passiert, aber hauptsächlich. Oder dass dir mal ein Kunde explizit was empfohlen hat, irgendwie gesagt. Das kommt auch vor, ja. Ja. Das kommt auch vor. Also das kam vor. Ich habe ein paar Jährchen im Comicland gearbeitet und heute arbeite ich nicht mehr da. Die paar Jährchen sind 14 Jahre gewesen. Ja, immerhin. Ja, und, oder mehr als 14, ich weiß jetzt gar nicht mehr, also nicht mehr als 15. Und die Kunden empfehlen sich gegenseitig was, empfehlen mir was, ich empfehle den Kunden was. Dieser Austausch passiert nicht geplant, dieser Austausch passiert nicht kalkül, sondern das passiert einfach, weil sich das Gespräch ergibt und man unterhält sich und auf einmal sagt man, ja, guck mal hier den, ja, kennst du das? Und schon bevor ich Verkäufer war und früher im Usenet oder im Internet Gleichgesinnte gesucht habe und wollte Fragen beantwortet bekommen, da war ich dann ja unterwegs und habe mich da, wo man Comicfragen stellen kann, hinbewegt und habe festgestellt, die Leute stellen alle Fragen, die ich beantworten kann, aber niemand kann meine Fragen beantworten, da habe ich damals auch schon Fragen beantwortet, also anscheinend weiß ich ein bisschen was über Comics und es hat sich im Comicladen, ja, ich sage mal, professionalisiert und weiterentwickelt. Naja, ähm, hast du ja schon gesagt, du bist ja nicht mehr dabei im Comicladen, aber die Comics lassen dich trotzdem nicht los. Doch, ich habe jetzt seit fünf Jahren keinen einzigen Comic mehr gelesen, ich habe alle erst mal im Haus verbannt. Wenn du zum Comicstammtisch kommst, ist auch nur noch, macht der Gewohnheit dann quasi, ne? Ja, ich esse halt was. Achso, ja, du isst da was und, äh. Ich sitze immer um mich rum, ich dachte, es wäre zufällig. Ich schwall dich zu und, äh, ja. Ne, das ist, ähm, ist schon, ich lese heute auch noch Comics. Ja. Überraschung. Du liest heute auch noch Comics. Ich werde die Zuhörer lachen, das haben sie jetzt erwartet. Hast du extra auch eine Lachpause gelassen jetzt? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ich habe jetzt gar keine anderen Comics empfohlen, aber muss ja nicht sein. Kannst du gerne noch machen. Noch ist Zeit. Ja, aber ich weiß ja gar nicht für wen. Also meistens habe ich das ja dann persönlich gemacht. Der steht vor mir, der hat gesagt, er mag das und das. Dann weiß ich genau, das ist die Schlussfolgerichtung hierhin. Wenn du das magst und das magst, musst du danach das lesen. Wenn du fest hast und das gelesen hast, musst du danach, das ist logisch für mich gewesen. Für die Wurzeln, nachdem sie es gelesen haben, auch logisch. Das war klar. Kurzer Disclaimer. Die Gattin des Befragten ist gerade hineingestürmt. Du musst nichts sagen, keine Angst. Kannst du mal bitte ein Foto von uns machen? Wir machen das jetzt alles on air. Das ist ja, das kann man ruhig machen. Wir bräuchten dazu aber noch diesen Bone. Weil das hat so ein bisschen Themenbezug. Welchen? Achso, den kleinen. Den musst du natürlich jetzt halten. Ja. Den kleinen, den ganz kleinen. Den kleinsten, den du hast. Der ist Lebens, also der ist Life Size. 1-2-1 soll der sein. So groß. Phone Bone ist in dieser Größe. Mach ruhig den Blitz an, wenn du es magst. Sonst sieht man uns wieder nicht. Ne, nicht mit Daumen hoch. Das macht man nicht. Tschüss. Soll ich dir den Blitz... Oh, jetzt hört man dich. Nein, das macht ja nichts. Ich weiß nicht, ob man dich hört, aber... Warte mal, ich mach dir nochmal einen Blitz an und machen wir das Ganze nochmal. So. Da. Kann ich ja dann auch rausschneiden. Wenn das zu lang... So. Jetzt hat's geblitzt. Gut. Danke. Dankeschön, genau. Ui. Das sind ja dicke Kerle hier. Ui. Ui. Was sieht das aus? Ich mein jetzt nicht den Bone. Achso. Äh. Na, passt. So. Du wolltest noch andere Comics empfehlen? Du wolltest es. Ne, mein Geschmack sind die Chloro mittlerweile. Wenn ich jetzt schon wieder anfange mit Goofy und... Achso. Ja. Dann steigen die mir irgendwann in die Kommentare spalten. Das will ich ja nicht. Goofy ist ein sehr schöner Comic. Da geht's um einen, der... Ja. Der vorne lange Füße und lange Nase hat. Hinten ist eigentlich nichts lang. Ähm, ja, also... Schlachtruf. Kannst du ja unseren Schlachtruf nochmal kurz mitteilen. Goof, Goof, Goof. Nee. Wo ist der Goofy? Ja. Ja. Ich... Ja. Ja, der Marshall hat den auch schon mal gebracht. Aber der hat es eingebaut. Ich hätte es auch lieber eingebaut. Aber ist wurscht. Der hat es ja nicht. Wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen... Achso. Ja, du schneidst das ja auf 20 Minuten zusammen, oder so? Achso. Nee, das war ja alles interessant, was du gesagt hast. Ähm, ähm... Ja, also sehr gute Comics. Gute Comics. Gute Comics. Gute, keine Lieblingscomics. Kann man das so... Nee, sag... Es gibt halt verschiedene Kategorien. Sachen, die ich im Moment am liebsten mich aufs nächste Heft freue. Sachen, die über die Jahrzehnte immer noch in meinem Kopf sind. Ja, mach da mal sowas, was gerade aktuell so bei dir rumgeistert. Also ganz aktuell ist halt... Oh je, ich lese immer nur englische Comics. Ich spreche die nicht aus. Kannst dich nur blamieren. Debt Age ist das, ähm, Madkind-Comic, das aktuell, ähm, monatlich als Heftserie erscheint. Wie heißt das? Debt Age. Habe ich das eben auch so gesagt? Ja, so ähnlich. Ja, da ist... Wird das so ausgesprochen? Kennst du das? Das ist so aktuell. Ich hab's erst seit zwei Tagen und hab's davor vernünftigerweise ausgelassen. Aber ich wusste, dass es mir gefallen werden wird und hab's dann, ähm, irgendwann mal doch drei Hefte auf einmal gekauft. Und irgendwann mal doch, also vor, vorgestern und gestern und so weiter. Und das ist so, wie ich's erwartet hab. Ähm, also ich kann Comics oft sehr gut einschätzen, dass die dann auch so sind, wie ich glaube, dass sie sind und so ist es auch. Es ist der Hammer. Madkind ist in Amerika ein Autor, der hat irgendwann mal angefangen irgendwie Comics zu machen, wurde von Dark Horse oder wem gebeten und hat dann die Serie fortgeführt, weil die Leser auf einmal entstanden sind, die bei der Stange geblieben sind, die das gut fanden. Die Kritik war positiv, der Madkind hat eine Erzählweise, die ist von den Kritikern hochgelobt. Ähm, er bringt regelmäßig die Fortsetzung und hat Ideen, die vorher, ähm, so in der Form als Comic-Heft-Geschichte, ähm, scheinbar keiner hatte, der jemals wahrgenommen wurde. Und, ähm, die Serie, die dann lange Zeit lief, war Mind-Management und der Titel ist schon so cool, weil das abgekürzt ist, wie man Management abkürzt und Mind ist eh nur, äh, vier Buchstaben lang, das passt dann sehr gut und das sieht so cool aus. Quasi seinen Namen irgendwie zusammengesetzt, Madkind, Mind. Das weiß ich nicht, also das, ich glaub, deswegen ist es für mich leichter, den Namen und den Titel zu merken. Ja, das ist eine kleine Inselsbrücke, ne? Ja, und, ähm, der hat danach weitere Serien gemacht, da wollte ich eigentlich einsteigen, es ist eigentlich für mich Pflicht gewesen, aber ich hab ja auch noch diesen Vernunftspegel, der ab und zu aufschwappt, über Null. Ab und an kommen da noch. Genau, und dann hab ich mich entschieden, dass ich diese Serie nicht anfange, weil ich kann nicht alles lesen, was es auf der Welt gibt und stelle jetzt fest, dass es eine blöde Entscheidung war, weil, ähm, Depth Age, das ist sehr gut. Also bis jetzt ist es bei Heft sieben oder acht und ich hab mir jetzt mal... Wie glaubst du, dass du das dann irgendwann wieder mal bereust, ne? Ob, wenn es nicht schon so weit ist? Ja, ich hab halt Heft eins und zwei jetzt nicht mehr kaufen können, sondern ich hab drei, vier und fünf gekauft, die hab ich gelesen und sind... Gibt's das als gesammelte Sache dann irgendwie? Ich glaub, ein erster Sammelband ist schon frisch in Amerika erschienen, also den Medkind kennt auf Deutsch leider noch gar keiner, hat auch noch keinen Verlag für sich entdeckt, ich hoffe, dass das jemand bringt, eigentlich hoffe ich, dass es Splitter bringt, hallo Horst. Das ist wirklich was, das man jetzt nicht, äh, zufällig entdeckt und dann wird's der Riesenhit, sondern man muss wissen, dass es gut ist und deshalb kaufen und da vertrauen halt viele Kunden einfach dem Splitterflag, dass die gute Sachen bringen und deswegen könnte Splitters rausbringen, dann wissen die Leute, es sind gute Sachen, dann kaufen sie es und stellen beim Lesen fest, ja, wieder recht, es ist eine gute Sache, weil Depth Age ist sehr gut, wenn man Tiefsee-Crime mag. Depth Age ist sehr gut, das klingt schon irgendwie gut. Achtung, alte Stammtischfrage, macht das der Horst? Ja, naja, gut. Vielleicht hat er schon gekauft, ich weiß es nicht, ich kann ja mal fragen. Horst, schreib es in die Kommentare. Genau. Oder beantwortet uns die Frage einfach, wenn sie... Beim nächsten Mal, vielleicht darf er es dann auch schon verraten. Jetzt muss ich wieder überlegen, kurz, Lichter-Legende, die ich persönlich frage. Genau. Ja, also es hat sich richtig herausgestellt, dass, wo ich vermutet habe, dass dieser Autor mit Kind sehr gute Sachen schreibt, dass es einfach so ist. Der hat jetzt eine Comic-Serie, die heißt Ether und die schreibt er nur und ansonsten Mind-Management und jetzt dieses Depth Age, das schreibt er und zeichnet er. Seine Frau koloriert jetzt die aktuelle Serie mit Watercolor, Wasserfarben und das passt sehr gut dazu. Sehr gut. Wer nicht weiß, was er damit jetzt anfangen soll, Jeff Lemire ist auf Deutsch schon erschienen und wenn er so seine eigenen Sachen macht, create-your-own-sachen, dann hat er eine ähnliche Erzählweise, optisch und zeichnerisch. Okay. So ähnlich ist es, nur meistens ist der Madkind ein bisschen mehr in weniger poetisch ausschweifender Art unterwegs. Tiefsee-Feel-Aim, Fathom ist auch eine sehr schöne Serie, gibt es auch schon eine Weile, hat der Michael Turner entwickelt, erfunden, gezeichnet. Und der ist leider irgendwann einmal, beim Skiunfall hat er sich ein Bein gebrochen, dann wurde das Geräusch, wurde festgestellt, dass da Krebs ist, dann wurde festgestellt, dass er komplett voll mit Krebs ist. Krebs ist ja optisch dann so, dass da überall am Körper so wubwubwub sind, das ist so ähnlich wie bei Witchblade, wenn die Waffe Witchblade an der Sarrapezini ihre Wirkung ausfahrend zeigt. Und ja, deswegen kam er vielleicht unbewusst auf die Idee, wie die Witchblade ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Und der lebt leider seit 2008 nicht mehr, der ist leider an Krebs gestorben, konnte aber sehr gut so zeichnen, dass er eine Fangemeinde aufgebaut hat, die auf ihn schwören. Und die Geschichte ist auch noch sehr schön. Da geht es halt auch um Abenteuer von einem Volk, das aus der Tiefsee kommt und mit den Menschen in der dritten Art zusammentrifft. Und ja, der Hauptcharakter ist bei Fathom jetzt die Espen, die eine Meeresbiologin ist und am Anfang der Geschichte in einer Unterwasserstation was entdeckt. Und dann geht es los. Fathom. Bauen ist sehr schön. Wenn sich keiner denken kann, nach dieser Episode. Ja. Noch so ein All-Time-Favorite neben... Heutzutage schon, das ist Wrestle. Und auch wenn es nicht von diesem Autor wäre, es ist gelesen und gut empfunden. Und vielleicht habe ich es von vornherein eh gelesen, weil von dem Autor ist und vornherein hat er von mir ein paar Pluspunkte gehabt. Aber auch beim Lesen. Ich bin genauso gern beigeblieben und habe gewartet, bis nächster Heft erscheint. Wie geht es weiter? Und nochmal das Heft gelesen, nochmal von vorne gelesen und nochmal durchgelesen. Und die Farbpassion ist dann gekommen, wieder rausgekommen. Ist ja auch vom Jeff Smith, vom Bone-Zeichner. Und das ist halt was komplett anderes. Aber es ist komplett gut recherchiert, gut durchdacht, gut erzählt, gut gezeichnet. Eine richtig schön runde Geschichte. Wobei man mit Jeff Smith immer sagen muss, dass während du bei der Geschichte dabei bist, bestens unterhalten wirst. Aber manche lieben es am Schluss, den absoluten Hammer zu kriegen, so wie im Film Happy End geliebt wird. Bei der Geschichte bei sein ist schon der Hammer. Das Ende ist dann nicht nochmal eine Steigerung, sondern einfach nur ein Ende, was irgendwann halt kommt. Was dann halt natürlich auch das Ende der Geschichte ist und das alles rund macht und dann stimmt auch alles. Aber dabei sein ist alles. Und je länger die Geschichte ist... Kannst du in zwei bis drei Sätzen, ohne zu spoilern, kurz verraten, um was es geht? Ja, es gibt zwei Forscher, die von Militär finanziert werden. Die waren als Kind begeistert von Frankenstein und lebten in einer Welt, wo Teslas Erfindungen so interessant waren. Das hat sie irgendwie gepackt, die Kombination zwischen der Elektrizität, mit der der Tesla hantiert hat und der Verfilmung von Frankenstein mit diesem berühmten optischen, wie wir es alle kennen, was gerade in so einem Buch vorkam. Dass da mit diesem Blitzeinschlag Leben in den Frankenstein reingemacht wurde und so weiter. Und das haben die als Kind so toll gefunden, dass es dann als Erwachsene tatsächlich dahin gelingt, beruflich jetzt dann auch forschen mit Elektrizität und Co. Und der eine hat gerade als, ich weiß nicht, ob das die NASA ist oder irgendwas, also irgendwo wird eine Abteilung, ein Archiv, wie sie aufgelöst. Und da kommt der eine und reicht diesem einen Forscher, weil er den für vertrauensselig, was diesen Fund betrifft und dem reicht er dann die Tesla Tagebücher, die da von dem amerikanischen Geheimdienst in irgendeiner Lage geheim gehalten wurden. Und da ist so für ihn das drin, was sein, woran er gerade am entwickeln ist, womit er es fertigstellen kann. Den Suite, also das Ding, womit er anfangs war die Planung, dass er damit erfindet, wie man durch die Zeit reisen kann. Aber es funktioniert leider anders, dass er nur in Paralleluniversen reist. Und das klingt jetzt ziemlich bescheuert, aber es hat beim Jeff Smith halt Hand und Fuß, weil er all diese Sachen recherchiert hat. Der hat vorher viele Bücher über Tesla und dem seine Sachen gelesen. Er hat Frankenstein selbst schon gekannt und gemocht und geliebt und das Ganze sehr gut verknüpft und als Story sehr gut aufgebaut. Das kann er halt eine Geschichte sehr gut erzählen, kommen sehr coole Charaktere vor und nimmt einen sehr guten Lauf. Und ich glaube, jemand, der das erste Heft liest, der kann noch nicht komplett erfassen, worum es geht, aber ihm könnte es schon gefallen. Und wenn er mindestens das Heft 5 erreicht hat, hört er nicht mehr damit auf. Also das fünfte Heft ist dann auch ein Kapitel, das steht für sich Starmer. Er ist ja mittlerweile auch als Sammelband in Deutsch erschienen. Genau, als deutsche Farbausgabe. Kompakt in schicken Hardcover für einen sehr guten Preis, weil es wieder bei Tokio Pop erschienen ist. Das ist Popcom, ist das ja. Das Label von Tokio Pop heißt Popcom. Neues Label, ja. Comic Label. Das ist eine aktuelle Leseempfehlung von mir. Ist nicht niedlich, ist kein funny, es ist ein Sci-Fi-Noir, so nennt das der Jeffs misst dann selbst, weil er mal alles in den Schubladen schieben muss. Ja. Das ist die Hausaufgabe an alle Zuhörer, Wrestle lesen. So, damit sind wir schon so quasi am Ende jetzt. Kommt jetzt die Gewinnfrage. Die Gewinnfrage müssen wir allerdings noch stellen. Erstmal, was gibt es denn zu gewinnen? Es gibt ja diese Automarke Tesla, die macht ja, was es zu gewinnen gibt. Es gibt den ersten Band der neunbändigen Bone-Farbausgabe in Hardcover von Tokio Pop. Die ältere Auflage jetzt, natürlich logischerweise, weil es gibt ja mittlerweile einen Nachdruck, der beim Label Popcom erschienen ist. Und zuerst war es bei Tokio Pop erschienen, das ist diese erste deutsche Farbausgabe in der Farbausgaben-Erstauflage. Genau, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen oder einfach mal reinlesen wollen. Genau. Und als Quizfrage haben wir uns was überlegt. Wir haben uns überlegt. Wir schlagen wieder die Brücke zum Wazzle. Zum Wazzle, genau. Da geht es am Rande auch immer wieder um Nikola Tesla. Und das ist einfach ein interessanter Mensch gewesen, eine interessante Person, der hat tolle Sachen erfunden. Das hat auch andere interessiert, Filmemacher, Filmeschreiber. Und irgendwo gab es einen Film, der hieß Prestige. Und das ist ein sehr cooler Film, den können wir eigentlich auch beide empfehlen. Und da taucht auch der Tesla auf. Und die Frage ist, welcher Schauspieler hat ihn gespielt? Welcher Kanzler? Wer das beantworten kann? Auf Deutsch, Prestige, Meister der Magie. Da geht es um zwei Bühnenmagier. Genau. Und wie du schon erwähnt hast, Tesla am Rande eine Nebenrolle. Und wer hat den gespielt? Die Nebenrolle ist gar nicht so unwichtig. Ja, ja. Genau, ja. Die hat Auswirkungen auf den ganzen Film. Genau. Und das ist gut gemacht. Das ist gut gemacht, ja. Unbedingte Empfehlung jetzt mal abseits vom Comic. Ja, abseits. Ball neu einwerfen. Wir werden jetzt nicht noch zum Fußball-Podcast, ne? Nee. Nachdem der Priestdorf das schon so nach und nach zu einem Game-Podcast umgestalten will. Naja. Wird nicht passieren. Also, ja. Nee, wird auch nicht passieren unter meiner Regie. Oh je, deine Tage sind gezählt. Nee, 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 nee. Keine Angst. Was wollte ich denn jetzt noch? Ich glaube, wir haben es schon. Ja. Wollt ihr einen Ausmarsch einsingen? Oder wollt ihr einen Ausmarsch? Ausmarsch, Ausmarsch. Nächsten Monat dann schwierig werden könnte, weil das Dezember ist. Da kann es passieren, dass es schon mal ein bisschen später ist. Ja. Aber das wird man dann merken. Wenn am 1. Dezember kein. Wir nehmen ja heute auf, wir haben noch Oktober, gerade so. Gerade so. Ja. Und nehmen auf für November. So ist das ja mal bei uns. Ach so. Ja gut, ich meine, der Christine habe ich auch so ein bisschen was erklärt. Jetzt erkläre ich dir das halt auch. Gut. Ja. Woher sollen wir es wissen? Ja. Ich bin ja kein Profi. Nee, aber du klingst wie einer. Also ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, also irgendwie komme ich jetzt erst rein ins Erzählen. Bis jetzt war ja nur. Siehst du? Ja. Aber das geht ja jedem so. Bis jetzt war nur Aufwärmen. Aber wenn dir das Spaß gemacht hast und du wirklich noch viel, viel zu erzählen hast, dann bin ich mir sicher. Und du nochmal herkommst. Ja, so weit ist es jetzt nicht. Dann können wir das sehr gerne wiederholen. Wo sind wir nochmal? Am Arsch der Welt? Nee, du hast es anders genannt. Das war die Stadt am Rande des Universums. Ja, da sind wir. Genau. Stadt am Rande des Universums. Na, weil man muss ja bei der Einkreuzung da vorne aufpassen, dass man entweder sich rechts hält oder scharf links fährt. Ansonsten fällt mir runter. Ja. Von der Scheibe. Aber da ist ein Hinweisschild. Das ist ein Hinweisschild, ja. Ja. Nur die Navis, die kriegen das nicht immer hin. Also auch auf die Straße gucken, Hinweisschild und dann abbremsen und wenden. Ja, also wenn du Spaß dran hast, jederzeit gerne wieder. Ja, machen wir. Bist ein angenehmer Gesprächspartner. Aber das wusste ich ja auch vorher schon, deswegen habe ich ja an dich auch denken müssen. Du hast an mich denken müssen? Ja, manchmal muss ich an dich denken. Das ist das nächste Mal das Thema. Ich weiß nicht, ob das deiner Gattin zurecht ist, aber. Das ist das Thema vom nächsten Podcast. Die lacht nur. Dann kommen auch die Liebesbriefe zum Vortragen. Die mit Kalligrafie geschriebenen. So richtig schön Cliffhanger ausdenken, damit die beim nächsten Mal einschalten. Machst du richtig, also es ist ein richtiger Cliffhanger ausdenken, dass die, ja. Also es ist ja. Aber beim nächsten Mal, wenn die Leger Legende lesen, dass der wieder dabei ist, dass die auf jeden Fall einschalten. Also es gibt zum einen ja noch tatsächlich ein paar Anekdoten, worüber die anderen immer lachen. Vielleicht möchten ja auch die Zuhörer darüber lachen. Dann müssen wir beim nächsten Mal die weiteren Anekdoten zum Leger Legende hören. In Bezug auf dein Comic-Händlerleben? Live and Comic-Life. Und Wechselbeziehungen und Meta-Ebenen und so. Also wenn das nicht spannend ist. Das ist absolut spannend. Ja. Warum werde ich Leger Legende genannt? Das klären wir das nächste Mal auf. Und was hat das? Das ist ein schöner Cliffhanger. Ja. Also es ist ja nicht an Haaren herbeigezogen. Das ist ja nicht von mir aus gedacht. Obwohl du mal ziemlich lange Haare hattest. Und obwohl ich mal sehr legendär war. Ja. Ein Beispielbuchmesse. Schönes Schlusswort. Also dann. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt dann doch so. Aber wir haben ja schon länger gemacht, als eigentlich geplant war. Also von daher. Ja. Es wird ein langer Podcast. Das weiß ich jetzt schon, aber. Jetzt schon? Jetzt ist am Ende. Du musst es am Anfang sagen. Ja, das, ja. Beim nächsten Mal. Deswegen auch beim nächsten Mal wieder. Gut, ich sag mal so. Einschalten. Dann sagen wir es am Anfang. Als der Peelstorm auch kein Ende finden konnte, dann wusste ich schon, oh, es wird lang. Ja. Und, ja, das heißt dann für mich viel Schneidearbeit, aber das mache ich in dem Fall gern. Hier brauche ich ja jetzt nicht viel dazu raussuchen. Bauen eigentlich nur. Bauen. Vielleicht Razzle noch. Ja. Genau. Ich habe übrigens von Razzle das Variantcover, das zu einer Messe erschienen war, leider noch nicht, weil es 99 Cent kostet. Versand 22 Dollar. Gibt es ein? 40 Dollar, glaube ich. Das ist eine Messevariant? In Amerika ist zu einer Messe was erschienen, ja. Wenn einer unserer Hörer, der Lichterlegende, was sehr, sehr Gutes tun will und zufälligerweise eines übrig hat, einfach an die Comic-Community schicken, wir leiten es gerne weiter. Dankeschön. Oder behalten es selbst. Nein, wir leiten es natürlich weiter. Du tust ja so, es kommt nur ein Exemplar an. Wahrscheinlich kommen jetzt hunderte an. Und wenn du 99 spielst, kannst du trotzdem vielleicht mir noch eins abgeben. Und wer was schickt, der bekommt auf jeden Fall eine handskizzierte Elefante. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal. Mit Widmung und Wappnung. Genau. Dann, vielen Dank. Danke auch. Ich wünsche allen Zuhörern einen schönen... Danke an die im Hintergrund tätige Gattin fürs Foto. Die grinsende, lächelnde. Genau. Und ich zeige dir jetzt noch ein bisschen WordPress. Ja. Ja. Dann hast du keine Zeit mehr. Doch, ich habe Zeit. Ja, guck mal mal. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder Podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank. Vielen Dank.